Willst du mal jemand testen? Hallo? Alive? Ja, fällt mir gerade was auf. Das ist ein bisschen blöd. Hoppla. Eifel ist live, ne? Ich lasse das mal ganz kurz hier durchrennen und dann können wir auch gleich dann schon offiziell beginnen. Ich muss nur ganz kurz hier. Jetzt werdet ihr so einen richtig coolen Balken im Bild sehen, das ist damit ich selbst was höre. Muss ich ein bisschen lauter stellen, ne? Ach, und dann hört ihr mich so ein bisschen gruscheln in der Grund. Oh, ihr seht das hier gar nicht, wenn ich lauter mache. Das ist ja cool. Okay. Nice. So. Hui. Und damit, Leute, herzlich willkommen seit Ewigkeiten mal wieder hier, ja, auf YouTube unterwegs, mal wieder live seit Ewigkeiten. Wirklich seit Ewigkeiten. Ich glaube, vor drei Monaten oder so habe ich das letzte Video geuploadet und zwar dieses Auf Wiedersehen, Let's Plays und, äh, ja, Mensch, Leute. Und vor knapp einem Jahr, ja, haben wir angefangen hier zusammen mit diesem, mit diesem Spiel hier übrigens. Das war das allererste Let's Play. Das war ungefähr vor einem Jahr im September 2017. Da ging der erste Part von Banjo-Kazooie online. Ist jetzt schon mittlerweile ein bisschen über ein Jahr, weil ich habe jetzt irgendwie zum, ja, zum Jubiläum an sich war das halt, da ging das nicht. Was ist für heute geplant? Für heute ist, äh, wie der Titel schon vermuten mag, ähm, für heute ist geplant, Banjo-Kazooie komplett in einem Spiel zu spielen. Und ich würde sagen, da dürfen wir auch gar keine Zeit verlieren. Ja, ich will auch weiter offline spielen. Warum soll man Banjo-Kazooie online spielen? Verlieren wir auch gar keine Zeit und starten direkt ins Spiel rein. Da gucke ich erstmal, ob ich da noch irgendwo was frei habe oder ob das wir was löschen müssen. Ja, wir müssen erstmal, ja, das geht ja schon richtig gut los. Da müssen wir erstmal noch einen Spielestand löschen, bevor es hier losgeht. Begrüße den Joe, ich begrüße den Daniel. So, den löschen wir. Puh, Leute, ich bin mal gespannt, äh, wer alles mit mir die Nacht durch macht und wie, wie lange das jetzt insgesamt geht. Mal gucken, wie lange ich fit bin und, äh, ich werde es auf jeden Fall ziehen, egal wie müde ich bin. Und egal, wie frustrierend das wird, können wir mal gucken. Ich werde natürlich immer, also wie beim Original-Let's Play, die Stimmen synchronisieren, aber ich werde ein bisschen was ändern. Und zwar, Grundhilda und Kazooie, die klangen ziemlich gleich und das muss nicht unbedingt nochmal so sein. Dingpott, mein Kessel, sage geschwind, wer ist hier, das schönste Kind? Was soll ich sagen? Selbstverständlich du, Grundhilda. Weise gesprochen, schlauer Topf, ich habe hier den schönsten Kopf. Überlegst du? Hm, doch da gibt es ein Mädchen. Das kann nicht sein, niemand hier darf schöner sein. Toti ist so süß und klein, sie ist die hübscheste von allen. Was? Du mieser alter Kessel, ich mache aus dir einen Sessel. Toti ist nicht nur hübsch, sie ist ein wahrer Engel. Ja, das wird dir gar nicht gefallen. Da wird es jetzt durchdrehen. Jetzt erstmal fassungslos da. Den Biest werde ich es zeigen. Ja, schon mal zu Beginn gar nicht gut aus mit der. Warum gerade Banjo-Kasui? Naja, das erste Display hatte so eine Quali vom Mikro und das Rauschen und ich dachte, das machst du neu. Und jetzt zur Geschichte. Oh, hallo Toti. Was hast du heute so vor? Sobald mein Bruder aufwacht, stützen wir uns ins Abenteuer. Ja, wenn der mal endlich wach wird. Der verpennt hier. Der verpennt hier das ganze Abenteuer anscheinend. Dann ist das Let's Play auch jetzt schon gerade wieder beendet. Der Stream ist vorbei. Mach endlich auf, damit das Spiel beginnen kann. Aus Toti mach ich Mäusefutter. Bald sieht sie älter aus als meine Mutter. Ist das dein Bruder? Oh, den Herr Maulwurf? Dort oben, äh, Mimmel, da. Die da. Das glaub ich nicht. Du arme kleine Maus. Dein Spielchen ist jetzt aus. Autsch. Du alte Vogelscheuche. Da hilft keine Katze. Ich mach aus dir eine Fratze. Oh nein, die Hexe hat die Kleine entführt. Hilfe! Benjo, wach endlich auf! Aufwachen! Oh, was? Was ist denn los? Draußen gibt es Ärger! Und so beginnt das Abenteuer von Benjo und Kazooie. Dem dynamischen Duo. Dem Duo, das bis heute mein Lieblingsspiel prägt. Tatsächlich. Mein absolutes Lieblingsspiel. Und da ist der gute Bottles wieder. Hi, ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Ich bin Benjo und das ist meine Freundin. Ja, Kazooie heißt sie. Komische Freundin. Kann das denn sprechen? Besser als du, Hasenhirn. Was war das für ein Lärm? Wo ist meine süße Schwester? Die miese Hexe Kronthilda stach vom Himmel herab und hat sie entführt. Beruhige dich. Wir verfreien Tutti. Wohin ist denn diese Hexe entflohen? Sie flog zu ihrer schaurigen Höhle. Das wird kein Ausflug, Freunde. Ihr braucht einige Lektionen. Bevor ihr losziehen könnt, natürlich. Wenn ihr Moves lernen wollt, drückt A. Wer schon alles weiß, sollte B drücken. Wir wissen alles, Leute. Wir sind Profis. Wir kennen das Spiel in- und auswendig. Deswegen drücken wir B. Ich drücke B. Ich drücke B. Ich drücke B. Ich drücke immer noch B. Hallo? Wir schaffen das ohne deine Hilfe. Wie ihr meint. Und ich gebe euch die ersten Moves mit auf den Weg. Wir sehen uns dann auf dem Berg. Auf dem Spiral Mountain. Spiral Mountain. Ein echt cooler Ort. Und die ganzen Moves, die wir jetzt gelernt haben, die werde ich dann alle noch mal ganz kurz zeigen und demonstrieren. Wenn wir springen und X drücken. Ich spiele die Xbox Live Arcade Version. Dann ja. Hm. Es bin eine leckere Honiswabe. Und stecke voller Energie. Wir können den Doppelsprung machen. Wir können mit LT und A einen Rückwärtssalto machen. Der ist dann noch ein bisschen höher. Wir starten Honiswaben. Sammeln sechs von uns leeren Honiswaben ein, um die Energieleiste zu erweitern. Ja. Wir können natürlich auch schwimmen. Wir springen da rein. Dann drücken wir X. Und dann können wir tauchen. Wenn wir tauchen, können wir mit X schnell schwimmen. Mit B langsam. In Banjo-Tui kann man X und A gleichzeitig drücken. Und da fällt mir gerade ein, ich habe ja Banjo-Kazooie noch nicht einmal Let's Played oder gestreamt. Aber ich glaube, Banjo-Tui ist auch ein bisschen... Banjo-Tui war, glaube ich, nerviger, ne? Ich glaube, ja. Ich hatte es, glaube ich, einmal zu 100% durch. Und, äh... Ja. Keine Ahnung. Apropos zu 100% durch. Natürlich wird dieser Abend hier, beziehungsweise diese Session hier, nicht beendet sein, bevor wir die 100% haben. Ich hoffe, dass so viele wie möglich von euch dabei bleiben und eventuell dann auch später sich noch mit mir unterhalten. Hallo, ich bin ein wertvolles Axelin! Ja, äh, Entschuldigung, äh, das hat mir jetzt einfach so dazwischen gequatscht. Ich hoffe natürlich, dass dann irgendwie viele noch ein bisschen oder einige von euch noch ein bisschen da bleiben und mich ein bisschen wach halten mit ein paar Gesprächsthemen im Chat. Und, und das würde mich definitiv sehr freuen und natürlich auch wach halten, ne? Ob kann ich jetzt hier irgendwie so... Ansonsten, Qualität ist für euch in Ordnung. Es hat noch niemand gemeckert, dann nehme ich mal an, es ist alles Dufte soweit, ne? Einfach mal knallhart davon ausgehen und gar nicht wissen, ob das so ist. Aber macht nix. Wir gucken mal, wie lange wir jetzt für diese Session brauchen und... Jo, ich bin sowas von gespannt und ich bin sowas von geil auf dieses Spiel. Ich habe echt, äh, ich habe mich wirklich auf diesen Moment hier gefreut, ähm... Zum einen nun mal endlich wieder ein bisschen was bei YouTube zu machen, zum anderen ein bisschen Zeitvertreib zu haben. Gutes Freitag, da kann man eigentlich auch weggehen, ne? Mit seinen Freunden und so weiter. Äh, ja, gut. Manchmal kann man aber auch einfach zu Hause bleiben und ganz gammelig rumzocken. So, dann haben wir jetzt zum allerersten Mal alle ihren Honigwaben und kriegen somit eine komplette Honigwabe, eine gefüllte, die uns die Energie erweitert. Das finde ich immer ganz duftig, finde ich ganz schmieke. Ähm, was ich noch sagen wollte, und zwar YouTube... Kann, glaube ich, bis zu vier Stunden... Bis zu vier Stunden Material rendern und hochladen. Und ich weiß nicht, ob YouTube dann cuttet und dann den Stream weiterlaufen lässt und dann nach vier Stunden einfach einen zweiten Part draus macht. Kann ich euch nicht sagen. Kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob das noch funktioniert. Ihr seid also bereit, wie, äh, der Wialin-Hexe entgegenzutreten. Und ab! Wo geht es lang, Herr Wühler? Hinter der Brücke liegt Grundhöhung, das Reich. Wir sehen uns dort. Ich drücke euch die Daumen. Oh ja, drück uns mal vor allem die Daumen, dass wir wach bleiben und dass wir es durchhalten. Wir werden so einige Moves lernen. Wer Benjo-Gesu übrigens noch nicht kennt... Er, Vogel, Hexe, entführt Schwester, will schöner sein. Typisches Schneewittchen-Drama. Diese Maschine ist der Hitte. Sie macht Tutti alt und ich werde fit. Lasse mich in Frieden, du miese Hütze. Oder mein Bruder wird er in den Hintern treten. Sollte er zu mir sich wagen, wird er in die Flucht geschlagen. Nun los, Klumbo, drücke den Schalter. Ich will vergessen, mein Alter. Wo sei es, Herrin, alles, die müssen aktiviert. Gleich geht's los. Benjo, Hilfe! Der Klingo hat eine ganz sympathische Stimme, ne? Hurra, endlich ist es soweit. Bär und Vogel haue ich aus dem Kleid. So, Ziel ist es, zehn Welten zu clearn. Und in zehn Welten, um die sauber zu machen, brauchen wir jeweils zehn Puzzenteile und hundert Noten. Puzzleteile sind eine sehr schwer zu bekommende Ressource, weil wir damit Welten... Äh, was ist das? Juhu, ich bin ein lustiges Puzzletein! Such ein Bild, dass ich hineinpasse! Was ich sagen wollte. Puzzleteile sind natürlich eine sehr schwere Ressource. Also sie sind sehr schwer zu kriegen. Sie sind nicht schwer vom Gewicht. Denn man kann damit neue Welten öffnen. Und somit dann quasi noch mehr Puzzleteile jagen. Sagen wir ja. Und diese Bilder hier, so wie es da ist, das wird jetzt auch gleich Hotbodys wieder erklärt. Ui. Die Tür zur angezeigten Welt öffnet sich, wenn das Bild komplett ist. Das erste Puzzleteil haben wir bereits in der Tasche. Cool! Lasse, drücke Arm, um die Puzzleteile in die Lücke einzufügen. Drücke B, wenn du kein Puzzleteil einsetzen willst. Ja, wir drücken Arm, wir wollen ja zügig vorankommen. Wir haben ja noch 10 Welten vor uns. Geschafft! Das Bild ist vollständig. Und die Tür zu Mumbus Mountain geöffnet. Das war viel zu leicht. Noch habt ihr nichts erreicht. Er lachte sich an diesem Fäustchen. So, wir sind mal gespannt jetzt, wie schnell ich diese Welt hier abschließen kann. Die kann ich ja in- und auswendig. Doch, 3 neue Moves könnt ihr in dieser Welt erfinden. Haltet aus, schau nach meinem Inkel. Das war ein Jinju, der erklärt jetzt, was er ist. Das läuft super, ihr habt mich gerettet. Cool, Theda hat in jeder Welt 5 von uns versteckt. Nee, eingesperrt. Ups. Wird ihr uns alle befreit? Gibt es in jeder Welt ein Puzzleteil? Oben ist noch eine leere Honigware, die haben wir schon gesehen. Erstmal Dich einsammeln. Und somit haben wir dann schon 2 von den Kameraden. Und dann können wir hier ganz, ganz zügig diese Noten einsammeln. Ich bin eine von 100 Noten in jeder Welt. Sammelt uns ein, um die Notentüren in Grundhild das Reich zu öffnen. Muss man jetzt erstmal sacken lassen, wie der Typ da singt. Ist ja grauenhaft. So, dieser Stier ist eine Besonderheit. Dieser Stier ist unbesiegbar. Selbst mit den... Na, ich will nicht räulern. So, was will der? Das ist Harald. Hau da ab! Lasst mich um meine leckeren Honigwaren in Ruhe! Leave Harald alone! Aber nein, wir brauchen seine Honigwaren. Harald ist so der Pazifist des Spiels. Viele, die das Let's Play verfolgt haben, das Originale. Das einzig wahre Originale. Die werden das wissen. Grrrr, Konga-Bomb von Konga. Treffe Bär mit Orangen. Schon gar nicht richtig zum Erklären. Dir passiert immer was, ne? Da das Originale Let's Play... Füße weg von Konga. Schalt dann. Wer das Originale Let's Play gesehen hat oder das erste Let's Play, der wird wissen, dass... Schlammer Bär, Fing und Konga-Skull. In jeder Welt sind zehn von uns versteckt. Wir helfen euch auf eurem Weg zur Kautierdung. Das habe ich den Leuten noch schon erklärt. Also, Harald, der Pazifist. Ein richtiges Meme-Gebor... Warte jetzt. Wenn ihr diese Welt verlassen wollt, dann kehrt ihr zur Startplatte zurück und stellt euch darauf. Das fang jetzt gar nicht erst an. Guck, da kommt nämlich schon der Nächste. Oh, oh! Oh, Chimpies, hol dich! Voll Chimpies! Chimmy brauchen eine Orange. Habe ich die tatsächlich vergessen? Oh, die Orange nicht vergessen. Hier die ganz große da. Oh, da ist Konga aus Orange. Zurück, Hörberg. Die Orange sind lecker. Oh, Chimpie mit Orangen. Chimpie, die kann Bär schon lustig am Vogel öffnen. Und lustig am Vogel. Harald, das tut das Meme des Let's Plays quasi. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Gibt's auch als Meme, wenn ihr Doppelpunkt, Harald Doppelpunkt macht, im Discord von mir. Link in der Beschreibung. Hallo, Snobbit. Wir sind Eier. Das hier sind die Schädel, genau. Oh, ich muss Schädel sein. Ohne mich, Mumbo machen. Kein Finger für Zauberkling. Das sind quasi so die Schädel, die brauchen wir. Mumbo ist noch ein Charakter, der eingeführt wird. Ich sag jetzt mal noch nicht zu viel. Ach so, ja. Moment mal. Kann das noch gar nicht. Ich muss jetzt erst... Ich bin jetzt gerade sowas von euphorisch. Ich bin ja durchbra... Rausen... Rausen... Versteht ihr? Es ist in der Zeit, den Vögelchen zu zeigen, was man mit Eiern alles machen kann. Ich bin ganz ohriert, Wühler. Halte den rechten in der linken Schalter gedrückt und drücke dann Y, um ein Ei aus deinem Mund zu schießen. Hm, klingt super. War das alles? Sicher. Drücke stattdessen B und du kannst die Eier nach hinten schießen. Autsch, das hört sich schmerzhaft an. Hätte ich bloß nie gefragt. Was ich an 100 Eiern hier im Rucksack tragen? Oh, und du kannst auch den linken Stick einsetzen, um zu zielen, während du geduckt bist. Aufregend, oder? Jetzt habt ihr gelernt, wie man Eier abschießt. Ich gebe euch noch 50 Eier, damit ihr ein wenig üben könnt. So. Nabelgenosse schreibt Daniel zu. Jawohl. Und Joe fragt, wer will mich durchbrausen? Niemand will dich durchbrausen. Ich will durch das Spiel durchbrausen. Ah, ich tut Konga weh. Den müssen wir dreimal treffen und dann ist diese Aufgabe auch erledigt. Der ist... Oh. Oh, oh, oh. Konga, guter Werfer. Im ersten Letzplay haben wir das nicht gesehen. Im ersten Letzplay habe ich mich von dem Kameraden nämlich nicht treffen lassen. Konga, was soll das? Du kannst mich doch nicht blamieren vor die Jungs und die Mätscher. Oh. Der will sich Konga. Konga nicht preisend. Jawohl. Das müsste Puzzleteil Nummer... Was weiß ich denn? Komm nicht so richtig mit. So richtig euphorisch. So. Genau. Mumbo. Ich wollte noch über Mumbo sprechen. Mumbo wird noch eingefügt und zu dem Zeitpunkt mehr. So viel wissen wir schon. Und wir brauchen diese Schädel. Ohne diese Schädel wird Mumbo nix für uns tun. Oh. Und ich muss regelmäßig was trinken, habe ich so das Gefühl. Denn meine Stimme, sie versagt, sie versagt. Das kann so nicht wahr sein. Wir brauchen mehr Moves. Sucker, das kriegt ihr niemals hin. Und da ist auch schon der nächste. Das hört sich gut an, Bottles. Wie funktioniert das? Halte den rechten Schalter und drücke den linken Schalter. Halte den rechten oder linken Schalter gedrückt, während du kannst du ihn mit dem linken Stick bewegst. Los geht's. Ey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Jetzt habe ich bis jetzt schon ewig lang nicht mehr in der ersten Welt gebraucht, dass Bottles mich auffrischt mit Energie. Oh Mann. So, der Trick hinter dem Huckepacklauf ist einfach folgendes. Wie ihr sehen könnt. Seht ja noch nix, denn jetzt seht ihr es. Hier könnt ihr quasi hochlaufen. Die ganzen schrägen Wege. Oh, da ist noch ein Mungro-Schädel. Ich wusste, dass hier noch einer ist. Ich wusste noch nicht hinter welcher Säule. So, drei von fünf Jinjos. Wir haben drei Schädel. Wir haben vier von fünf Jinjos. Heftig. Richtig brutal schnell. Klasse, ihr habt genug Noten gesammelt, um den Zauber der ersten Tür zu berechten. Das ist gut zu wissen und es ist schön zu wissen. Wie ihr schon gesagt habt, es gibt halt Türen, die haben solche Zauber. Und mit diesen Zaubern können wir quasi, ja, wenn wir genug Noten sammeln, dann können wir einfach ein paar Etagen weiterlaufen. Das heißt, Etagen. Wir können einfach weiterlaufen. Den Schädel oben habe ich gesammelt, den zerritten. Dann mache ich jetzt ganz kurz noch einen Boxen-Stop hier drinnen, den ich brauche, glaube, ich kann kein Deutsch mehr. Hey, Kleiner. In Tickers-Türmen sind Beeren nicht erlaubt. Lass ihn doch aus, Kita, er tut doch niemandem was. So. Hier gibt es schon wieder den nächsten Move, Freunde. Es läuft ja wie geflutscht, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich nenne das die Schnabelbombe. Springe die Luft und drücke dann den rechten oder linken Schalter, um Kazui hart auf den Boden aufschlagen zu lassen. Ja, das gefällt mir aber gar nicht. Gewöhne dich lieber daran. Nesthäkchen, diesen Move werdet ihr aufbrauchen. In dieser Welt habt ihr alles gelernt, was es zu lernen gibt. Ja, gut zu wissen, dann können wir jetzt hier nämlich die Buden aufräumen. Die Bud-Ufräume. Wie mir Saarländer sahen. Ufräume, eigentlich ist es eher Ufräume. Wir müssen das auch tun, denn es gibt hier verschiedene Belohnungen. Einmal Noten, dann gibt es Eier. Man kann, glaube ich, ich glaube, das ist immer dieselbe Reihenfolge. Egal, in welcher Reihenfolge man die Hütte kaputt macht. Aua. Es kommt immer dasselbe raus. Ist nicht an dir sterben, mein Freund. Da habe ich kein Lust drauf. Da ist der letzte Jinjo und somit auch das Puzzleteil der Jinjos. Jinjo. Sehr schön. So, Harald lassen wir mal gerade stehen. Der hat das gerade nicht verdient. Ein weiteres Bündnungsleben. Ich hoffe, wir brauchen nicht allzu viel davon. Jawohl, Leute. Puzzleteil Nummer 6 dieser Welt. 7 ist schon auf dem Weg. Und zwar durch diesen Kameraden. Hier ist jetzt ganz wichtig, das letzte Stück braucht man, um das hier zu erreichen. Eine leere Honigwabe. Und dann kann man den ganz gemütlich füttern und das Puzzleteil abgreifen von dem. Und schon hat man 8 Puzzleteile in dieser Welt. 7. Ach ja. Wenn man nicht mehr zählen kann. So, den haben wir. Und mit einem einfachen Sprung und einem sachte Sprung auf das Auge von Mumbo haben wir schon 8. So. Jetzt sammeln wir diese Noten. Wir lassen ihn mal noch ganz kurz pennen. Ich, Mumbo. Bester Schamane in ganz Spiel. Mumbo kann Bär und Komischvogel helfen. Vorsicht, du schräger Quacksalber. Höse Hexe hat versteckt Mumbo silberne Schädel. Findet Schädel und Mumbo euch viel gut helfen. Ah, Benjo hat viele Tokens. Stehe auf Totenkopf und drücke X, um mächtige Mumbo-Magie zu sehen. Ja, die gucken wir uns schon noch an. Ich wollte dich eigentlich schlafen lassen. Ich wollte nämlich sagen, in jedem Mumbo-Schädel. Das werdet ihr heute noch oft sehen. Noch genau 9 Mal. Eigentlich sogar noch öfter. Äh, warum, sage ich euch noch nicht. Und dann können wir uns hier verwandeln. Der Vorteil von der Verwandlung ist, wir können jetzt im Endeffekt rucki zucki... Ne, ach, das war Mist. Das war Mist. Mumbo machen, kostenlose Rückverwandlung. Kommen wir wieder. Wir verwandeln uns ganz kurz wieder zurück. Nicht erschrecken. Denn es gibt nämlich einen schnelleren Weg, wie wir das hier lösen können. Und zwar machen wir erst noch den ganzen anderen Kram. Wir müssen nämlich gleich noch außerhalb der Welt. Es gibt nämlich in jeder Welt 10 Puzzleteile und es gibt außerhalb von jeder Welt 10 Puzzleteile. Das heißt, in der Hubworld, in der... Ja, das heißt doch Hubworld, ne? Jo. Äh, da gibt's auch nochmal 10 Puzzleteile. So, und... Das müssen wir ganz am Ende mit der Ameise machen, denn das können wir mit Bär- und Vogel-Konstellationen nicht schaffen. So, die hätten wir. Dann brauche ich noch den anderen Kameraden da unten. Und zwar... Äh, den, den ich eigentlich hier erreichen wollte, mit... Übrigens, lustige Sache, auf der N64-Version war da hinten nur Nebel zu sehen. Also, wenn man so ein bisschen weiter weg guckt, quasi. Da hinten, wo jetzt Konga da rumsteht, äh, das konnte man nicht sehen. Jetzt mit der 360 war die Hardware dann fortgeschritten genug, um das darzustellen. So, da will ich rein. Denn dann haben wir nämlich auch unsere zwei leeren Honigwaben dieser Welt. Es gibt zwei pro Welt. Und das heißt, man kann insgesamt dann noch zweimal oder so die Energie damit erweitern. Und dann später nochmal mehr. Ich stelle mich aber gerade auch wieder hier an, wie so ein abgelaufener Joghurt. So, Schalter, hier können wir mit der Stampfattacke aktivieren. Sehr viele Ak-Ak. Und dann können wir auch zu Mumbo gehen und können uns dann jetzt final verwandeln für diese Welt. So. Und dann haben wir die Welt auch schon gleich geschafft. Und dann gucken wir... Wir können ja nach jeder Welt gucken, wie lange wir für die Welt gebraucht haben insgesamt. Das ist dann natürlich wieder ein bisschen unnötig Zeit, aber ich finde das eigentlich ganz witzig. So. Einmal verwandeln, bitte, Mumbo. Wir haben heute noch viel vor. Bzw. nimm ja heute in zweieinhalb Stunden. Ist ja nicht mehr heute, dann ist ja schon morgen. Obwohl dann ja auch schon wieder heute ist. Das ist ja mal mein Fuck. Naja. So. Hey, wo hast du diese Shorts her? Gibst du mir da einen coolen Rucksack? Nee. Den brauche ich gefährlichst selbst. Was soll das denn? Ist auch ein bisschen kaputt in der Birne. Hier gibt es die letzten Noten, soweit ich weiß. Nice. Immer bitte ganz kurz hier. Danke. Drei Noten fehlen. Leute, jetzt mach mich nicht nervös hier. Macht mich nicht nervös. Von dem brauchen wir nix. Die können wir dann einfach so einsammeln. Ich glaube, da kommen wir auch so hin. Das extra Leben nehmen wir noch mit. Der hab ich alle. Das muss ja dann da sein. Da sind sie. Ich hab sie schon gesehen. Ihr vielleicht auch. Aber ihr habt ja nicht genau dorthin geschaut, wo ich hinschauen wollte. Deswegen könnt's vielleicht sein. So. Das ist das zehnte Puzzleteil. Damit haben wir schon mal die... Mit diesem netten Jingle hier haben wir damit schon mal alle Puzzleteile dieser Welt. Und alle Noten dieser Welt. Und wir gucken ganz kurz in die Statistik rein. 13 Minuten haben wir jetzt gebraucht für die Welt. 13 Minuten und 34 Sekunden waren es, glaube ich. Ein paar Zerquetschte. Sehr gut. Sehr schön. Wenn das so weitergeht, dann haben wir ja... Ja, dann schaffen wir heute noch das ganze Let's Play. Ich hätte vielleicht... Ihr könnt da jetzt auch gleich mal bitte was drauf antworten, wenn ihr denn noch wach seid. Erstmal klären uns Mumbo jetzt, dass hier die Zauberkraft nicht funktioniert, wenn wir zu weit von den Welten weg sind. Und dann erkläre ich weiter. Und zwar, es gibt am Ende ein Quiz. Und in diesem Quiz benötigen wir Daten über Grundhilda. Und es wäre sehr cool von euch, wenn ihr da Bock habt mitzumachen. Wenn ihr euch aufschreibt, was die Schwester von Grundhilda, Brenthilda uns sagt. Und wenn ihr mir dann am Ende sagen könntet, falls die Frage kommt, haben wir natürlich ein bisschen Delay. Aber dann könnt ihr für mich antworten. Und ich nehme dann eure Antwortmöglichkeiten. Quiz, was haltet ihr davon? Gute Idee? Schlechte Idee? Schreibt mal bitte was dazu. Öffnet jetzt die Tür der Welt. Ihr habt mir Angst und Hass bestellt. Jetzt habe ich Harald hier kaputt gemacht. Wollt ihr natürlich nicht. Diese Tür hat Grundhilda mit einem Musikzauber versiegelt. Mache sie auf vor. Einig so frech. Um die Türen zu öffnen, müsst ihr in den Welten die Musiknoten einsammeln. Wie viele brauchen wir denn? Die Zahl auf der Tür gibt die Stärke des Zaubers an. Um den Zauber zu brechen, müsst ihr mindestens so viele Noten sammeln, wie dort angezeigt werden. Das haben wir locker gemacht. Wir haben das Doppelte. Willkommen im Yamata. Jetzt beginnt die Puzzlequau. Hallo Helden. Ich bin Brent Hilda, Grundhildas jüngere Schwester. Ich möchte euch helfen. Es wird Zeit, dass man der alten Schachtel eine Lektion erteilt. Ich weiß alles über Grundhilda und ich werde euch bei jedem Treffen drei ihrer miesen Geheimnisse verraten. Vergiss meine Hinweise bloß nicht, denn ihr werdet sie noch brauchen. Drücke X, wenn du sie hören willst. Der Chat hat jetzt noch nicht geantwortet. Ich weiß nicht, ob es am Delay liegt oder ob die Leute tatsächlich schon eingeschlafen sind. Ich werde jetzt einfach mal drücken. Ihr könnt euch ja dann vielleicht aufschreiben, wenn ihr das mitkriegt. Und Hilda putzte ihre Zähne mit Matsch. Zähne Matsch. Habt ihr mitgeschrieben? Kleidung, Hexen-Discounter, Zähne Matsch, Haare, Schimmliger Käse? So, man kann natürlich auch hier, das erklärt er uns jetzt. Wir können natürlich das Puzzle auch permanent drin lassen. Also wenn wir alle Puzzleteile einsetzen, sind die permanent drin. Ansonsten können wir die mal wieder rausnehmen. Ähm, macht sicher irgendwo für irgendwen Sinn, aber für uns nicht, weil wir jagen ja die 100%. Und da ich ja genau weiß, wann wir wo, wie viele Puzzleteile brauchen, ist das ja kein Ding. Und das hier ist noch ein Feature. 30 Minuten haben wir schon geschafft. Joe schreibt hier den Timer. Diese Kessel, wie er schon sagte, das sind Abkürzungen. Und damit können wir quasi zwischen den Kesseln hin und her. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt brauchen werden. Kann ich euch nicht sagen. So. Dann geht's mal der Oster. Aber das zweite Bild, Treasure Trove Cove. Da treffen wir einige lustige Charaktere, aber wir haben keine Verwandlung. Ahoy! Willkommen an der Treasure Trove Cove. Zwei neue Wolves sind hier zu finden. War da recht, hier gibt's Palmen. Ja, dann können wir natürlich noch einfach dranspringen. Das habe ich jetzt eben nicht erklärt, aber ja. Ich bin eine Feder, wenn Kasui das Fliegen glänzt hat. Werde ich hier dabei beruflich sein. Das ist auch eine ganz wichtige Ressource später. Und das Erste, das hier auffällt, ist... Mensch, da schwimmt doch ein Jinjo. Was hat der denn? Und jetzt wird meine Schwester durchdrehen. Das ist mein Leibgeruch. Bitte im Wasser bleiben. Das ist Snacker. Snacker ist der unfreundliche Hai von nebenan. Und der will uns am liebsten vernaschen. Oh, jetzt ist die Kamera. Ne, die Kamera ist nicht stecken geblieben. Die bleibt manchmal ganz gerne auf diesen Palmen stecken. Ziemlich uncool. So wie jetzt gerade. Aber wenn man die Kamera dann wieder ein bisschen verstellt geht's. So, das hier ist jetzt das gefährlichste überhaupt in der ganzen Welt versprochen. Und ab dann ist der Hai gar kein Problem mehr. Oh, Heidewitzka. Es gibt auch noch Nachtisch. Autsch. Mh, lecker. Da hat er uns jetzt erwischt. Meine Schwester... Würde meine Schwester das spielen, würde sie vor Panik kreischen. So, diesen Schädel hier. Den schulde ich euch noch. Ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt. Aber im Let's Play habe ich euch gesagt, wir holen den Schädel noch anschließend. Und ich habe ihn vergessen. Das ist Nipperstrand. An mir kommt hier nicht vorbei. Das werden wir sehen, Krustenhirn. Boah, diesen falschen Vogel sollte man die Vögel stutzen. Ach ja, versuch es, wenn du dich traust. Boah, zu viele kratzige Stimme auf einmal. Und immer müssen wir ins Auge piepen. Da helfen uns die Eier nicht. Utsch, das hat weh getan. Jetzt bin ich aber echt sauer, du. Das bringt ihm auch nichts. Wut hilft bekanntlich nicht, Probleme zu lösen. Nein, Wut verschlimmert die Probleme noch. So, und somit können wir dann in ihn rein. Es gab noch keinen Kusselteil. Das ist natürlich sehr enttäuschend. Weil man will ja für alles belohnt werden. Heutzutage nicht. Man tut ja nichts mehr aus Selbstgefälligkeit oder so. Äh, ne, äh. Aus Nettigkeit. Die Erziehungsphase ist vorbei. Die Graben hier setzen ganz schön zu. Ich muss nur zweimal treffen. Außer mit einem gefliegten Stampfer auf dem Schädel. Äh, äh, äh. Somit haben wir das erste Puzzleteil. Ihr seht schon, man muss hier in dieser Welt schon ein bisschen mehr tun für seine... Ja, für sein Gold. Das Gold der Begierde. Und jo. Eine leere Honigfarbe. Wir haben das. Wir haben das jetzt immer so am Start. Machen wir doch mit diesen Kameraden hier weiter. Beziehungsweise jetzt lernen wir erstmal einen neuen Move. Ich glaube, das dürfte das Fliegen sein, oder? Das ist Spoiler natürlich. Hey Hüderbein, das ist deine Chance. Du wirst jetzt das Fliegen erlernen. Yeah. Na endlich. Vorne aber auch Zeitenwürmer, Freund. Es ist so leicht, sogar du vorgelehrten wirst. Du wirst das still können. Stell dich auf eine Flugplatte und drücke den A-Taste. Hier sind 25 rote Federn, die ihr beim Fliegen helfen werdet. Bis bald. Hat er gerade den A-Taste gesagt? Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ja, und ich lache dich aus. Er hat doch gerade den A-Taste gesagt, oder? Ob das wohl ein Übersetzungsfehler... Ja, ein kleiner Fehler war von Seiten des neuen Rare-Team, das es hier neu geportet hat. Die sind halt nicht so gut wie die alten Rare-Entwickler, nicht wahr? So, machst du nix. So, diese Noten will ich unbedingt mitnehmen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den unteren Bereich hier unsicher. Mit allem, was dazugehört. Und da gehört auch dieser Kamerade hinzu. Das ist nämlich der Käpt'n Blubbe. Und er wird sich jetzt vorstellen. Ahoy, ihr Landratten. Ich bin Käpt'n Blubbe. Ich hab meinen Goldschatz verloren, als er mal schief auf diese Sandbank lief. Na, dann musst du ihn jetzt wohl suchen, Blubberboy. Na klar, wir werden den Schatz schon finden. Und der Schatz, Leute, das ist das Witzige. Der Schatz befindet sich ganz in seiner Nähe. Um genauer zu sein, sein Schatz befindet sich in... Ja, in seinem Schiff. Er befindet sich in seinem Schiff. Wer ist dieser Schädel hier? Auch nicht so nennliche Luft hier. Der Hutten nimmt mal auch mit. Die wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Ahoy, ihr Boy. Ich bin Käpt'n Blubbe, Sorgen, heftig Goldschatz. Warum er einen norddeutschen Akzent hat? Keine Ahnung, seh mal halt. Ich sag einmal zurück. Toll, das ist die erste Hälfte meines Schatzes. Ja, bitteschön. Das hier ist auch unser Schatz. Ein Schatz. Guck, der Fanatiker hier, ey. So. Ein mehr runter. Ich erinnere mich übrigens ganz witzigerweise daran, es gibt dieses Fake-Dings von Banjo-3. Da schwimmt er, glaube ich, auch in diesem Schiff. Oder zumindest mal irgendwie... Oh, das habe ich gegen das Mikrofon geflogen. Aber zumindest in der Nähe. Und da scheinen er wohl... Ja, da scheinen sie irgendwie wohl inspiriert worden sein. Mein Schatz, ich könnte heulen. Vielen Dank, ihr Süßen. Nehmt dies als Belohnung. Hurra. Ich bin wieder reich. Reich. Und logischerweise, wenn man seinen Schatz verloren hat und ihn wiederfindet, schenkt man... Gold. Also wenn man Gold verliert, schenkt man den Leuten Gold. So, jetzt schläft hier tatsächlich mein Arm ein. Boah, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Er schwächelt schon und immer nach einer Dreiviertelstunde. Der Supersprung wird eine neue Dimension entführen. Nimm Kazudas in die Hand. Ich bin so müde. Keine Sorge, der freche Trothang ist an der Reihe. Stell dich auf eine grüne Sprungplatte und halte den A-Taste. Ich zeigte wieder den A-Taste. Wunderbar. Das waren alle Boves, die ihr hier lernen konntet. Supi Bottles. Ich danke dir natürlich. Bringt uns diesen Kameraden. Äh, überlegt gerade, was wir machen. Das da hinten ist auch noch interessant, denn das da hinten ist zum Beispiel eine von meinen... von meinen ganz persönlichen Sünden. Ich hab ja versprochen, dass ich noch ein Special Part zu Stop and Swap mache. Hab ich aber nie. Und der Clay ist hier. Ich tropfe Könnenbärenvogel mich mit einem Tropfen stopfen. Der will Eier ins Gesicht gefurzt. Und dann tut der nämlich folgendes. Der hilft uns. Das Loch ist gestopft. Das Wasser für den Böbel wird abgelosen. Und diese Burg werden wir noch brauchen, die Sandburg. Und wir werden mal hin zurückkehren. Yes. Äh, ja. Stop and Swap erkläre ich euch dann, wenn's soweit ist. Hey du Pelzknoelle. Löse mein Reizhalle und du gewinnst meinen Preis. Äh, aber zugegebener Zeit dann mehr. Stop and Swap war übrigens, nur um das mal ganz kurz... Ja, wir schreiben hier übrigens Banjo und Kazooie, falls sich jemand wundert. Äh, Stop and Swap war übrigens geplant, dass man quasi, wie das System an sich schon sagt, ähm, das Spiel stoppt und dann quasi... Ah, das Modul swappt. Man wechselt quasi das Modul. Man konnte dann von Banjo Kazooie auf Banjo-Tui wechseln. Und somit konnte man die Goodies freischalten. Goodies waren unter anderem, ähm, damals, glaube ich, Multiclayer-Charaktere. Und die konnte eine gewisse Helga ausgraben. Äh, ausbrüten. Ich glaube, die konnte die Special Leier ausbrüten und Kazooie müsste später noch was anders büten. Oh, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde irgendwann vielleicht... Ich mach jetzt wieder keine Versprechung. Aber vielleicht will ich irgendwann dann noch Banjo-Tui haben. Einfach Vollständigkeitshalber. Aber da mach ich dann keinen ganzen Stream-Abend draus oder eine ganze Nacht, je nachdem, wie lange das hier wird. Äh, denn das ist mir ein bisschen zu heftig, ja. Das ist mir tatsächlich dann doch ein bisschen zu heftig. So, hab ich irgendwo noch einen Schädel gesehen? Ich will jetzt nicht den... Autsch! Ich will jetzt nicht den anderen Schädel hier liegen lassen. Das wär ziemlich blöd. Den da, den wollte ich nämlich auch noch einsammeln. Dann können wir hier weiter in diese Richtung. Äh, die Schädel zählen übrigens nicht zu 100% und dann braucht sie auch nicht alle im Spiel, um voranzukommen. Aber die, die ich sehe, nehme ich einfach mit. Wenn ich drankomme, ja? Wenn ich drankomme. So, jetzt machen wir uns hier diesen Sprung zunutze. Und springen von Plattform zu Plattform. Im Optimalfall natürlich genauso, dass wir diese Goodies dann erreichen, wenn wir einfach rüberspringen. Ach, guck mal da. Dank der weiten Kamerafahrt sehen wir das da hinten. Unser letztes Objekt, der Begierde ist, was die leeren Honigwaben angeht. So, das ist Jinjo Nummer 2. Autsch! Das ist dein Ende. In der mit der Stammvarteige geht das ganz, ganz flott. So. Die einsame Krabbe da, was die zu tun hat. Naja, die hat wohl keine Hobbys oder so. Wie Spaß, Leute. Auch die wird noch ihren Sinn haben. Dazu auch später mehr. Hier befindet sich Puzzleteil Nummer 3, 4. Hier. Puzzleteil Nummer 4. Ja, ich kenne die Welten in den Ausländen nicht. Ich werde alles immer nur so on the fly erklären. Ich werde nicht irgendwie wieder weit ausholen oder so. Ja klar. So, das Ding will ich noch haben. Natürlich schwimmen wir jetzt natürlich... Natürlich schwimmen wir so, dass er uns jetzt erwischen kann. Nix da. Friss meine gefuchten Eier, mein Freund. Du wirst hier nicht glücklich mit uns. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob hier irgendwo was auf dem Bäumen war, was wir gebrauchen konnten. Aber ich glaube eigentlich nicht. Da sind Noten drin. Da muss ich rein. Und wieder raus. Da muss man auch das richtige Timing haben. Man kann sich an den Zehen... Oh, an den Zehen verletzen. Und man kann, äh... Nee, kann man nicht nur das. Zählt ja schon wieder hier für einen Quatsch, der Junge. So, das hier wird auch noch eine Station. Schädel da hinten will ich natürlich auch. So. Das Ding ist wichtig. Das laufen wir aber gleich ab. Das machen wir nicht so. Folge dem Fein, wenn du nach dem Gold strebst. Wie ich nach dem Gold strebe. Und nach dem Silber hier da hinten. Nach dem strebe ich natürlich auch. Das möchte ich haben. Komm mal weg hier. Können wir den eigentlich verletzen? Also verletzen geht, aber können wir den kaputt machen? Ich glaube, als Kind ist mir das einmal gelungen. Warte mal, bevor ich da hoch will, werde ich noch da lang. Gibt es natürlich auch noch was Spannendes für uns. Was? Ich glaube, das wäre mit einem normalen Sprung aufgegangen und wäre viel weniger riskant gewesen. Egal. Wir können ja mal was riskieren. Und dann auch schon das nächste Puzzleteil. Puzzleteil Nummer 5. Die Hälfte der Puzzleteile ist also geschafft. Wie sieht es dann gleich notenmäßig aus? So. Hippityhop. Flipflop. Hiphop würde ich sagen. Oder sowas in der Art. Hallo Harald. Was ist bei dir? Zwei Mumbo-Schäde. Komm, für die Quote. Du bist aber ein ganz schön schneller Kollege. Und wie will ich? Gib sie mir bitte. Das ist eine Landmine. Eine schwimmende... Naja, keine Landmine. Eine schwimmende Wassermine. Und die beschützt ein Puzzleteil. Puzzleteil Nummer 6, um genau zu sein. So. Da vorne ist ein Jinju. Den wollen wir natürlich auch befreien. Yippie. Extra Leben. Sollen wir das mitnehmen? Ja, komm. Das Extra Leben nehmen wir auch noch mit. Warum denn eigentlich? Nicht. Darum nicht. Mensch. So. Du nicht. So nicht, mein Freund. Ach übrigens. Leute. Mensch. Da fällt mir gerade was ein. Und zwar. Nächsten Monat kommt ja schon Mario Party raus. Für die Nintendo Switch. Super Mario Party kommt raus. Ist das nicht geil? Da werden einige Party-Nächte kommen. Und im Dezember kommt ja dann auch schon Super Smash Bros. Ultimate. Oh, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Super Smash Bros. Ultimate. Und Mario. Mensch, da habe ich richtig Bock. Mario Party. Was haltet ihr eigentlich von Super Smash Bros. Und Mario Party? Schreibt's mal in... Nicht die Kommentare. Schreibt's ruhig mal in den Chat. Wir können uns ja ein bisschen über eure Erfahrungen und so mal so teilen. Also. Das sind nur Eier. Das war unnötig. So. Mal irgendwas hier auf dem Weg vergessen. Nur diese Noten. Und so schließt sich dann auch der Kreis. So. Da vorne ist das nächste Kreuzchen. Während wir hier durchbrausen, Freunde. Wollen wir in diesem ganzen Stream-Ding nochmal alle Stop-and-Swap-Dinger besuchen. Du brauchst einige rote Federn, um höher zu fliegen. Okay, um einige einzusetzen. Aber denke daran, dass Schnabel nur 50 davon tragen kann. Ein Fragezeichen. Und nebendran bei der einsamen Krabber ein X. Was kann ich drücken mit dem Bumper? Ha! Du wirst mich nie und nimmer finden. Ich werde dich finden. Und ich werde dich öffnen. Was gar nicht mal so leicht ist. Der Typ ist richtig klitschig. Puzzletoy Nummer 7. Dann bleibt noch das eine von dem Jinju. Das eine, dass ich ganz genau im Kopf habe. Und dann fehlen, glaube ich, nur noch ein paar Noten. Ja. Gucken wir mal. Ah ja, genau. Da muss ich zweimal fliegen. Pass auf. Da muss ich einmal erst auf diese Seite. Hier fliegen wir dann zum Einmalern. Das ist Grundhilders Besitz. Bediene dich, wenn du dich traust. Ich habe mich getraut. Dieser Schatz, der war für mich. Nun wird es hart für dich. Für mich oder für den, der jetzt schlicht drauf aufgepasst hat. Du musst schon ein bisschen präziser sein, Grundhilder. Oh, meine Stimme, Freunde. Meine Stimme. Ich glaube, meine Stimme macht weg. Nach dieser Welt hier. Ich will in den Welten nichts trinken. Aber nach dieser Welt hier muss ich mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Normalerweise ist das auch schon Part 2 oder 3. Part 2 oder 3 ist das. Was ist denn das für gescheit? Das kommt mal in den Wochen. So, wenn die uns treffen, klauen die uns Eier und Federn. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Du bist der Letzte. Und somit haben wir auch das Puzzleteil von den Jinjos. Hier wurde ein Spielabild verliehen. Du klickst Pils. Das gab es natürlich im Original. Banjo-Kazooie nicht auf der Nintendo 64. Das gibt es erst mit der 360 Xbox Live Arcade Version. Denn wie hätte man denn bitte Profilbilder irgendwie haben sollen? Auf Nintendo 64. Da gab es ja gar keine Profile. Da hatten die Leute noch nicht so eine Profils-Neurose. So, ganz wichtig. Den hat ihr auch mal nicht vergessen. Den guten alten Hexenschall. Denn wir bringen uns natürlich noch das Level-Puzzle-Treu. Und ein Mumbo. Ein Mumbo-Schädel. Müssten die letzten... Moment, was? Was? Nee. Bitte tut mir das nicht im Live-Let's-Playern. Wo ist die letzte Musiknote? Sag mir, dass es die ist, die ich unten nicht eingesammelt habe. Sag mir, dass es die ist, die ich unten nicht eingesammelt habe. Bitte. Bitte. Ich verkraffle das nicht. Tu mir sowas nicht an. Es verhaut uns jetzt natürlich den Schnitt. Es ist nicht diese Note. Ja, es war natürlich nicht diese Note. Habt ihr aufgepasst, wo ich die letzte Note vergessen habe? Gehen wir mal noch ganz kurz alle Notendinger ab. Hier gab's die. Hier sieht's notenmäßig clean aus. Auf der anderen Seite soweit auch. Ich guck mir das nochmal schnell von der anderen Seite an. Gott, ist das jetzt peinlich. Hach, das geht ja gar nicht. Kannst du den einfach so machen hier? Hier den großen 100% Mega-Stream und dann hier die Note vergessen. Nee, die haben wir. Mensch. Ärgerlich. Wo kann ich die jetzt vergessen haben? Allerletzte Note. Auf den Bäumen haben wir alle. Du, 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 du. Da haben wir alle. Auf der Burg haben wir alle. Da haben wir auch in der Burg alle. Ach, Mensch. Eine verdammte Note. Ich muss gestehen, das ist mir jetzt zum allerersten Mal passiert. zum allerersten mal habe ich irgendwo eine blöde note vergessen in meiner ganzen zeit in der ich banjo kasui spiele damit muss ich jetzt wohl umgehen wir wanderten drin ist aber keine mehr da war keine hier waren welche draußen macht irgendjemand ein feuerwerk da ist da ist wie konnte ich die denn und ihr habt nix gesagt ne wisst ihr ihr habt nix gesagt bin ich an der vorbei gebraust so dann haben wir das auch geschafft was sagt der statistik-timer 20 minuten aber gebraucht für diese welt naja das war mindestens zwei minuten verschwendung normalerweise 18 aber 20 minuten der note geschichte der note geschichte das kann ich doch nicht so stehen lassen jetzt kriegt er uns noch bemütigend um sicher zu gehen ich glaube in dieser welt haben wir dann trotzdem alles wir haben alles 20 minuten ist schon nach haus aber man nimmt 13 minuten in der ersten welt unterwegs ne so wir verlassen jetzt die welt ich nehme jetzt noch das eine puzzleteil schnell mit und dann werde ich ganz kurz mal was trinken so ganz kurz was trinken ich müde mich dafür nicht das ist heute alles ungeschnitten und mega unsensiert und sowas gibt ihr alles mit natürlich nicht rülpsen oder so und dreht sich denn das bild von ganz alleine das wäre quatsch so welt nummer drei welt nummer drei da muss ich sagen als kind sushi asmr genau das wird die nächste sparte die ich bediene natürlich nicht da ist hier unten rein der dritten welt da muss ich sagen ich hatte als kind angst das kleines kind hatte ich angst der magische kessel ist aktiviert findet zwei gleiche farben um eine abkürzung zu schaffen ein zuschauer acht neun zuschauer was geht denn da ab leute 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 ich hätte nicht gedacht dass es tatsächlich sagt zuschauer werden bei diesem ganz spontanen stream gut ich meine sieben leute habe ich gefragt rachsel wie weit seid ihr in ulger red werdet sie über wir reden heute ist dies dran mumbo schädel vergessen schreibt in tendo im tendo geiler name beim kessel da waren schädel beim kessel echt da muss ich gleich mal noch mal gucken dinge haben wir nach oben gemacht wie komme ich denn jetzt noch mal genau da jetzt werden natürlich gleich zum kessel noch mal gehen danke für deine aufmerksamkeit sehr schön er stimmt nicht dann könnt ihr wieder mitschreiben chat und sind die leute dann noch heute haben da zack wusstest du dass grund hilde eine tote hatte unter der hexenkluft trägt unter der hexenkluft ratten er hat auch einen schrecklichen hund ripper und ripper meine schwester singt in ihrer eigenen band grund die schützenjäger schreckliche musik so neben der tür genau und dieses mysterium wenn du das weißt wenn du wissen solltest wie das funktioniert ganz ehrlich ich weiß nicht wie ich an den schädel der der eingangswelt hier kommen soll es ist mir bis heute ein rätsel hallo übrigens tintendo so also ripper schützenjäger und uns ja über der tür weiß ich dass er über der tür ist aber ich weiß nicht wie man da rankommt hoch springen über der tür hoch springen ok wird erklärt er uns hier das war das alles schnell drücken können mit der rt-taste oder der lt-taste bei dem schalter rücken und hoch springen dann werde ich jetzt wahrscheinlich zum allerersten mal hier diesen blöden diesen blöden schädel da kriegen nehmen in denen er erinnert mich mal nachher dran dass ich den schädel bei dem topf ganz zum ende noch mal hole wenn es gerade noch mal passt auf unserer route wir jetzt nicht unbedingt wegen dem schädel das ist fett so neben dem eigengang also hier hier hoch das ist ja leicht doch man das kann doch nicht wahr sein also wir haben die vierte welt geöffnet aber wir können jetzt eigentlich trotzdem weitermachen ich muss jetzt eh noch mal da lang dann hole ich den schädel jetzt doch mit ich muss ja noch diese welt hier öffnen bevor ich hier diese ganzen wege da freischalte und so weiter wo ist denn der hier beim war denn der hier noch mal mensch da kennt aber jemand das spiel das spiel ziemlich gut tendu alles cool da warst du dann öffnen wir die dritte welt und da werdet ihr dann sehen warum ich da als kind answarte erinnere mich sogar in der nacht da war ich dann sowas von im schissmodus sage ich mal im angstmodus nicht im bettmesser modus bin ich zu meiner mutter ins bett ja tim tendu hat das spiel zum 20 mal durch ist sein lieblingsspiel cool ist auch mein lieblingsspiel also das gute ist wenn man das spiel an einem durch spielt dass man dann genau weiß also dass man sich ja noch besser an diese grundhilda fragen ändern kann im endeffekt so da oben ist gleich ein schädel eine einzig neuen move könnt ihr hier in dieser welt finden aber der ist gut versteckt also gut ist der auch nicht versteckt ich weiß natürlich wo wir den finden diese viecher hier muss man mit dem beherzten sprungschnabelwingsbums treffen denn sonst nerven die und hier in der welt gibt es eine neuheit goldene federn oh ihr glückspilze ich bin eine goldige goldene feder ich bin verwundbarkeit gottels weiß mehr jetzt einfach mal goldig hier wisst ihr so so und hier kann man schon einiges vergessen wie ihr seht wenn man hier einfach weiter stürmt zum beispiel die noten und das andere zeug und jetzt passt auf leute wir tauchen jetzt durch dieses rohr durch diese noten und jetzt passt auf wenn ihr jetzt den anblick hier seht diesen anblick jetzt den als kind horror horror pur oh ich bin klinker der mülzer kleinerer der alten hexe ich brauche dringend frische luft sie ist einfach nur zähne von so einem riesigen vieh also abartiger geht das ja wohl nicht so wir werden jetzt erstmal alles unter wassermäßige machen bevor wir hier irgendwie auch nur ansatzweise an die oberfläche gehen und uns darum kümmern das heißt wir machen jetzt alles unter wasser dann befreien wir den typen und dann machen wir weiter ich denke das wird das beste sein denn wir brauchen den auch später noch hier an der oberfläche so und diese röhrchen die sind immer so ein bisschen gemein die spiel hat so ein bisschen mit dieser uhr angst zu ertrinken riesige zähne und dann diese klubs augen schreibt raxi das ja das recht aber trotzdem schaurig schaurig stellen sich mir heute noch die nacken haare so warte mal systematisch weitermachen wir haben uns ein system angeeignet da unten da unten will ich glaube ich durch die klubsaugen sind tatsächlich ein bisschen süß muss ich zugeben aber das weiß man ja am anfang nicht am anfang sieht man ja nur die zähne hier gibt es noch ein paar goldene federn ein paar goldene goodies du müsstest uns jetzt eigentlich zu diesem atom gedönster führen genau ein linker handschuh wieder ein er muss doch nicht wahr sein hier gibt es unter anderem noten und dann hier diese hier wir sind mutiert bekommen das puzzletäu gehört uns nun kommt geben wir es heeeh ja am ficher ey zwei auf einen streich yes fast so geil wie das tapfere schneiderlein vier auf einen streich fliegen waren es aber er hat irgendwas anderes behauptet oder nee er hat nichts behauptet ja wir haben das so interpretiert glaube ich das ist immer ganz gut wir gerade mal haben es verloren dieses puzzletäu du dann geh zu äh ist mir auch schon mal tatsächlich beim durchspielen passiert dass ich dieses puzzletäu einfach stehen ließ äh im netplay ist das nicht passiert aber allgemein schon mal da guckst du ganz schön blöd wenn du dann irgendwie so ein puzzleteil hier ja findest äh suchen musst und kommst nicht mehr drauf also du hast ja alle aufgaben gemacht und du kommst einfach nicht mehr drauf was denn jetzt fehlt und warum es fehlt ja diese röhren hier in der mitte sind auch ganz wichtig erstmal das hier genau anauf und dann gehen wir zu diesem hier ganz interessante geschichte denn hier gibt es einen durchgang und der durchgang ist glaube ich gar kein durchgang der durchgang der gibt uns hier zwar das puzzleteil aber jetzt müssen wir um unser leben schwimmen und zu damaligen zeiten konnten die leute noch nicht so gut mit der 3d kamera umgehen wir versetzen uns in die frühen 90er in die mitte 90er und dann stellen wir uns vor es war ende der 90er by the way dass wir mit der kamerasteuerung nicht zurückkommen zurecht kommen und wir kriegen jetzt einfach die blanke panik die uns erfasst schrecklich nicht wahr aber auch das wurde damals schon geschafft also schaffen wir es jetzt mit links hier alle noten mitnehmen sobald ich irgendwo eine note verpasse bitte schreibt sofort in den chat ich will nicht dass mir nochmal dasselbe passiert wie im letzten level der letzten welt es ist es muss nicht sein hier gibt es noch eine wichtige stelle hier klingelt es irgendwo bei mir nicht bei dir hier hier glaube ich und zwar war es nicht hier nein es war nicht hier und zwar war es da da auch nicht irgendwo war doch da ist es das ist ziemlich gemein hier drin befindet sich eine leere honigware und das war als kleines kitty somit die einzige die ich nie gefunden habe und somit hatte ich das ganz lange zeit nicht auf 100 prozent so jetzt bist du dran mein freund jetzt wirst du befreit denn jetzt brauchen wir dich jetzt haben wir unten leider bald alles erledigt so das hier könnte jetzt für laien etwas knifflig sein sagte er während er gleich ertrank das dramatische musik hinterherzen schlagen in dieser welt definitiv höher woher gibt es noch ein ginger aber hier ist ja der gute club club oder blub club club weil er immer so klugt der gibt uns immer wieder hier diese richtig guten blubber blasen jedes club lasen blubber blasen baby blablabla blablabla der film man kennt es ja so jetzt hätte ich gerne gleich ein paar blasen Der macht jetzt natürlich nicht so den besten Eindruck, wenn ich hier da rumschwimme und selbst ein bisschen Panik kriege. Aber macht ja nichts. Ich weiß nicht, wie du heißt. Blub, blub. Ich heiße Club. Schnappt euch meine Blasen, wenn die Luft knapp wird. Blub, blub. Club heißt da also einfach nur. Einfach nur Club. Einmal hier durch. Und es hilft ihm, guten Klingel. Hilft ihm. Blub. Haben wir alle Noten. Noch eine Sicherheitsrunde drehen. Ja. Dann noch einmal hier durch. Und noch ein weiteres Mal. Und dann ist dem großen, bösen Wal erstmal tatsächlich geholfen. Hoch. Das sind die Kette hoch. Übrigens witzige Anekdote an der Stelle. Oder witzige Geschichte an der Stelle. Oder Funfact, wie man das sagt. Keine Ahnung, wie man das genau sah. Danke für die frische Luft. Eine Belohnung erwartet euch auf meinem Rücken. Ursprünglich war es geplant, dass in Banjo-Kazooie die Welt aus Donkey Kong 64 kommt. Der magische Wald da. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber da sollte eigentlich kommen. Und da sollte Klenker ein normaler Wal sein. Normaler Warm, ja. Wo jeder warm ist. Kommen wir mal das hier gerade zuerst. Warum auch nicht, wenn wir mal schon hier stehen. Hier finden wir den Hexenschalter. Da macht's Augen, ne? Hier geht's böse zu. Autsch. Oh, ihr leckt's auch. Guck mal hier. Oh, FPS-Drops. Heftig zuberechnende Shader und alles, was nicht noch gibt's. So. Puzzleteil Nummer 3. Erstes Szenario überlebt. Jetzt sind wir schon komplett drin. Das ist ja blöd. Das wollte ich nicht. Ja, dann lösen wir den Wal halt hier drin. Was soll's. Ihr seht, wir sind jetzt in dem Feed drinne. Und es sieht nicht appetitlich aus. Wieder mal sehr schön für Kinder, diese Welt. Ja, da freut man sich. Ja, da freu ich mich. Hab keine Angst mehr. Hab keine Angst mehr. Auch nicht, wenn die Musik immer bedrohlicher wird. Nein. Das versteht ihr ganz falsch. Ach, guck mal da. Den letzten Ring nehmen wir auch noch mit. Das ist locker, easy. Damit erreichen wir das Puzzleteil. Schönes, steigendes Wasser. So. Wir müssen in seinen Mund... Wir müssen noch zweimal jetzt dadurch... Ne, da müssen wir jetzt gar nicht in den Mund rauben. Hahaha. Wir können Zeit sparen. Und zwar folgendes. Der hat hier noch zwei Ausgänge. Das ist dort, wo quasi die Kiemen... Warum hat der eigentlich Kiemen? Und wenn er Kiemen hat, warum kann er nicht unter Wasser atmen? Also die Sauerstoffzufuhr quasi. Wird man das Armen... Äh, Atmen mit Kiemen? Ich weiß es gar nicht. Einfach hier so ein Müsterzählen. Aber warum hat der eigentlich Kiemen? Harald, dich lassen wir in Ruhe. Dich lassen wir in Ruhe. Dich haben wir einmal schon zu oft gequält. Macht mal den Harald Dead Counter. Ich glaube, bis jetzt haben wir zwei Haralds. Einen aus Versehen und einen, um uns das mal zu demonstrieren. Der Harald Dead Counter. Hier will ich nicht raus. Es gibt tatsächlich noch eine Sache zu tun, bevor wir hier raus können. Dazu nehmen wir die hier mit. Die können wir gleich gebrauchen. Ihr werdet schon noch sehen, auch. So. Upsa. Dem Typen hier vorbei. Der hat ja Gänge, ey. Da könnte man ja hier... ...ein richtiges Haus drin bauen, wenn es nicht so ekelhaft voller Walfleisch wäre, ne? Und hier sehen wir einen Move. Der gut versteckte Move. Der ist tatsächlich ganz gut versteckt. Ich nehme alles zurück. Mit diesem Move schützen dich Kazuis Flügel wie ein Schutzschild. Cool. Macht mich das unverwundbar. Halte den rechten oder linken Trigger gedrückt und drücke den rechten Trigger nach... ...Stick nach rechts und halte den rechten oder linken Schalter gedrückt. Bewege dich mit dem linken Stick und Schalter setze die Aktion mit Bedacht ein. Sie benötigen Goldfedern und du kannst nur zehn davon tragen. Hier hast du fünf dieser wertvollen Federn. Ja, du machst schon wieder nicht den frechesten Eindruck. Man könnte meinen, du lässt nach. Ja. Ja, bereits alle neuen Move dieser Welt gelernt. Wer ist funktioniert folgendermaßen? Guckt euch das an. Hier läuft dann einfach das Medley von Banjo und Kazui. Wir sind unverwundbar und können durch diese Schredder-Armee durch... ...und uns dieses Puzzleteil sammeln. Sichern. Und natürlich gehen wir damit auch zurück. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das hier one-hitted ist, wenn man da ohne diese Teile durchrad hat, quasi. Ach. So. Jetzt können wir hier fürs Erste raus. Fürs Erste gehen wir raus. Das ist kein Problem. Roten dürften wir ja alle dann soweit haben. Yes. Können wir auch jederzeit wieder rein, ne? Also der ist da flexibel. Und der hat jetzt aber noch ein Problem. Dem tut nämlich jetzt noch der Zahn weh. Sagt er uns normalerweise, glaube ich, wenn wir das andere Puzzleteil einsammeln. Aber da ich das ja schon weiß, nein, was soll's. Auf dieser Seite ist es schon viel besser. Klinker hat die Belohnung verschluckt. Auch da müssen wir auf beide Seiten rein. So. Denn auf der einen Seite... Ah, dieser Zahn tut nicht mehr weh. Alles ist wieder gut. Auf der anderen Seite gibt's den hier. Auf der anderen Seite... Na, was denkt ihr? Was denkt ihr? Es ist eine Belohnung. Was wird man hier belohnt? Richtig, mit einem Puzzleteil. Grandios, grandios. Weltrekordverdächtig. Und hier müssen wir tatsächlich halt wieder rein in den Mundraum. Wiegen den... Äh, Noten. Noten heißen die Dinger. Wir haben bis jetzt noch keine Note ausgelassen, soweit ich das sehen kann. Und hier ist die Zunge von dem Guten. Also Geschmack hat er auch. Aber gut ist es oder nicht, wissen wir nicht. Aber er hat Geschmack. So, dann schwimmen wir direkt wieder aus dem Raus, weil jetzt haben wir tatsächlich alles in dem erledigt. Wir haben jetzt noch einmal sicherheitshalber den anderen Eingang, ob wir da tatsächlich nicht irgendeine Note oder so vergessen haben. Würde mich sehr, sehr traurig stimmen. Weil da unten gab es ja nur den Jinjo. Also geht das. So, jetzt müssen wir auf ihn... Noch nicht. Warte mal. Boah, das nehmen wir doch mit, wenn wir es schon angeboten kriegen. Äh, allerdings auch noch was, ja. Müssen wir, glaube ich, auch mehrmals hoch, wenn ich mich richtig erinnere. Zum einen an diese Stange hier. Amara, komm bitte mit. Einen in diesen Jinjo zu kriegen und somit auch das Puzzleteil. Oben gibt es die Noten, das machen wir mit Kazui. Ich glaube, wir müssen hier durchrutschen. Den müssen wir nicht. Warte mal. Und wenn wir es müssen, haben wir es anders. Ah, ne, wir mussten deswegen, mussten wir zweimal hier lang. Hier kriegen wir nämlich die zweite goldene leere Honigwabe. Und somit haben wir dann zum allerersten Mal unseren... Wir sind zum zweiten Mal schon... Zum zweiten Mal schon unseren Live-Pool aufgewertet, Freunde. Wenn das mal nicht großartig ist. Kamera. Muss man hier runter... Ja, hier gibt es nur Eier. Und ein extra Leben. Ja, weil das hätte man sich ja auch irgendwie sparen können. Was man nicht alles tut für so ein extra Leben. Aber ist doch schön, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Extra Leben, was labert der? Da wird er schon müde. Merkt ihr, da kommt schon der erste Anflug von Quatsch und Bullshit in er labert. Oh, böse, böse, böse. So, da wir das jetzt schon aufgemacht haben, ist das hier ein bisschen schwerer zu erreichen. Oh, nur ein Mumbo-Schädel. Und das müsste das hier jetzt erstmal gewesen sein, an dieser Stelle hier. Jetzt kommen wir zu der Stelle. Hier waren wir schon unterwegs. Sagt mir dieses Teil. Aber noch nicht oben. Aber noch nicht oben. Hier gibt es auch ein paar Goodies. Und ich meine zu wissen, ein Puzzleteil wartet hier auf uns. Tatsächlich warten hier nur allerdings auf uns. Ein extra Leben und Noten. Aber Noten brauchen wir ja auch, von daher ist das alles nicht so schlimm. So, das sind dann beide... ...Hände von dem Guten. Jetzt können wir nochmal auf den draufhopsen. und uns endlich unsere verdiente Belohnung abholen. Puzzleteil Nummer 8. Noten haben wir auch schon 92, das ist auch gut. So, da möchte ich lang. Einfach mit einem guten Schnabelhieb da Dinge aufmachen. Wo ist denn Joe? Der hat den Counter von der Stunde gar nicht gemacht. Was soll das denn? Ah, abgestürzt. Seit einer Stunde und 72... Äh, 17 Minuten spielen wir jetzt. Dafür hätte ich vorher schon ein paar Parts schneiden müssen, weil ich da noch alles erklärt habe. Und es gibt hier noch was zu holen. Jetzt habt ihr das schon angeteasert bekommen. Man kann hier noch hin. Und hier gibt es Nogen. Da hinten gibt es auch noch Noten, ja. Nicht vergessen. Macht das jetzt einfach mal so auf Nummer sicher, ne? Eine Stunde, 17. Da ist er, Joe. Da seid ihr wach. Das war das letzte Puzzleteil. Jetzt schnappen wir uns noch da hinten die Noten und dann sind wir hier mit dieser Welt auch in Rekordsverdächtiger Zeit fertig. So. Kamerad Schnürschuh. Hot. Da, 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 da ist es. Und wir gucken auf den Timer. 19 Minuten und 30 Sekunden gebraucht hier. Schneller als bei der verkorksten Treasure Trove Cove. Applaus. Fixenschalter hatten wir auch, ja. Vorklenker geht's wieder raus. Drei Welten in einer Stunde und 19 Minuten, Freunde. Das geht ja. Das geht ja völlig klar. So, jetzt müssen wir tatsächlich auch wieder hier zurücklatschen. Aua. So, und in der letzten, in der vierten Welt jetzt, können wir nicht alles lösen. Sage ich euch jetzt schon, wir können nicht alles auf Anhieb lösen. Und, äh, das wird traurig sein, aber wir werden zu dieser vierten Welt dann zurückkehren und wir werden sie lösen. Natürlich. Und die vierte Welt haben wir ja schon geöffnet. Und dann springen wir auch da direkt mal rein. So, dazu müssen wir hier oben lang, die nächste magische Tür wegmachen. Toti weint, das arme Kind. Ihr Bruder läuft herum wie blind. So, und jetzt könnt ihr nochmal mitschreiben, wenn ihr Bock habt. Ich hoffe, ich erinnere mich noch an alles. Ich glaube, Ripper war tatsächlich der Hund. Go, Sascha, schreibt Nathalie. Hallo, Nathalie. Die Haiwelt habe ich schon extra beendet. Meine faule Schwester schläft oft in einem Nagelbett. Läft in einem Nagelbett. Und Tilda gewann den ersten Preis beim Wettbewerb der Warzenfratzen. Läft Nagelbett gewann Wettbewerb Nagelfratzen. Hier schien wir ihm einmal auf dem Titelblatt von Hexenspezial. Das Bild zeigt, wie sie kleine Kinder verbrügelt. Verbrügelt sie kleine Kinder? Das ist doch nicht normal. Begrüßt mal alle die gute Nathalie. Das ist meine Schwester. Das ist die, die quasi... Ja, von der ich schon so viel gesagt habe. Die ist jetzt live dabei. Das freut mich. Und wir kriegen noch mehr Infos. Yay. Der Lieblingssport meiner Schwester ist Besenstielrennen. Lieblingssport Besenstielrennen. Obwohl sie dumm ist, hat sie den Abschluss an der Pommesbude gemacht. Abschluss Pommesbude. Kontell das Marotte auf einer Party ist aus der Toilette trinken. Wenn die mal zu einer Party von mir kommt, dann sperre ich aber ganz schön schnell ab, ne? Was gesagt, fragt Nathalie. Naja, ich hab ihnen erzählt, dass du quasi so die Unterwasserwelten nicht magst. Mit dem guten Snacker, dem Hai. Und wir sollen die Füße natürlich gefälligst rausnehmen aus diesem Zeug da, sagt der. Und ich mach jetzt mal was. Das macht man normalerweise nicht. Aber ich mach das einfach, weil's schneller geht. Und Piranhas. Hier die Stinggefüße da zeigen. Das wollen wir nicht. Und einen. Würde ich gerne die fünfte Welt schon mal öffnen. Die wird sehr schön. Da freu ich mich richtig drauf. Easy Peak. Sehr schöne Welt. Wenn nicht sogar eine meiner beiden Lieblingswelten. Meine allerliebste Lieblingswelt ist die letzte Welt. Kenner wissen schon, wovon ich rede. Andere Leute. Ach, glaubt mir. Ihr werdet positiv überrascht sein. Das wird cool. So, und jetzt hier schnell wieder durch. Wie gesagt, normalerweise macht man das. Normalerweise geht's hier mit den Stiefeln lang später. Und mit dem Krokodil musst du eh hier vorbei. Oh, jetzt müssen wir hier. Ja, den stecken wir noch ein. Das müssen wir hier den vierten. Ich glaub, das war der dritte Harald, den wir haben. Ich weiß, wovon du redest, schreibst du. Ja, da weiß ich, wovon du redest. Ja, da weißt du, wovon ich rede. Alter Haus, schau nach einem neuen Move. Du schlafmütziger Vogel. Woher weißt du, dass wir durchziehen? Mh, lecker. Koptus mag dat. So, die müssen wir füttern, wie ihr schon gesehen habt. Ich wollte Bottles noch nicht unterbrechen. Ich will auch ein leckeres Ei. Und wenn wir die alle gefüttert haben, dann sind sie munter und zufrieden. So wie ich, wenn ich satt bin. Das sind Gummistiefel. Das Hühnchen auf deinem Rücken kann sie anziehen und für eine kurze Zeit unbeschadet durch den Sumpf marschieren. Oh, Kasui, lass uns diese Gummistiefel ausprobieren. Hey, du machst schon wieder nicht den frischesten Eindruck. Hörst du denn jemals auf, mich zu nerven damit? Wunderbar. Jetzt könnt ihr alle meinen Move dieser Wund. Dieses Sumpfes. Mhm. Da hinten läuft mir doch direkt schon mal ein Jinjo über den Weg. So, wir müssen hier noch auf jeden Fall nachher raus mit der Verwandlung. Das darf ich nicht vergessen. Das müssen wir noch tun. Nö, dich nehm mal nicht mit. Natürlich nehm mal dich mit. Und deswegen lasse ich auch den Schädel hier jetzt drin. Das hat dann auch seine Gründe. Das werdet ihr noch alles sehen. Oh, dieses Spiel. Jedes Mal, wenn ich's spiele... Jedes Mal, wenn ich's spiele, freu ich mich drauf und ich... Ach, geil. So, den Parcours hier gleich. Oh, mein linke Hand schläft schon wieder ein. Aua. Na, kommst du bald her, da? Du Rabauke, spring dir nicht weg hier. So, hier brauche ich die Stiefel. Ja, hier brauche ich die Stiefel. Die Noten will ich mitnehmen. Noten will ich nicht stehen lassen. Noten stehen lassen ist böse. Wir wissen noch aus Welt 2, warum? So, das reicht. Kann ich die abbrechen? Ich kann die abbrechen. Und dann finden wir hier dieses Mega-Monströse. Das mit allen Moves unseres Repertoires... Ja. ...befreit werden muss. Und mit einem Halt öfter. Gut, dann haben wir schon Puzzleteil Nummer 2. Eins, eins, eins. Ja. Das kann nicht schon 2 gewesen sein. Niemals, niemals. Kann man hier... Nee, kann man nicht. Hier kannst du nicht unbeschadet drüber, aber das macht ja auch nichts. Wir haben den Mumbo-Schädel. Und in dieser Welt brauchen wir tatsächlich wieder Mumbo's Schädel. Wer hätte es gedacht? Ja, bestimmt nicht, oder? Nee. Da hinten. Geht ein haariger Eindringling, er will an unser Gold. Er wird uns nie besiegen. Fuck! Die sind böse. Aber die können wir einfach wegmuskeln. Jetzt passt es. Das war easy, ne? Fuck! Ihr seid zu stark für uns Flippis. Nehmt unser Gold, fuck! Nee, schreit Natalie. Was schreit? So, Puzzleteil Nummer 2. Locker, easy, gesichert. Und hier müssen wir gleich nochmal hin. Nix schreitze? Okay. Noten, Noten. Und hier haben wir schon einen Hexenschalter. Mensch! Da platzt mir doch der Hut. Hä? Gar nicht mal so witzig. Ja, ich hätte noch an was denken müssen. Jetzt muss ich hier noch zweimal hin. Einmal wegen diesem Ding hier. Sehr. Oder muss ich hier? Warte mal, hier sind wir bestimmt auch irgendwo Stiefel. Weißt du, dass hier Stiefel sind? Hier warten sie doch. Die habe ich nur noch nie benutzt. Ich hör's doch. Oh, die Kamera. Kamera des Todes hier. Hier sind sie. Aber ich komme hier nicht drunter. Ist doch nochmal hier hin. Ja, sehr ärgerlich. So blöd. Komm mal raus hier. Genug Stiefel-Action. So, ich habe nämlich den Kameraden da oben vergessen. Boah, ich versuche das jetzt mal alles in einer Runde zu machen. Jetzt passt drauf. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Boah, wenn ich das schaffe... Boah, ich würde mich so feiern. Boah, ich würde mich so feiern. Den haben wir. Die Zeit läuft weiter in der Cutscene. Das hält uns nicht ab. Das hält uns nicht ab. Nix darf stehen bleiben. Boah, nix darf stehen bleiben, habe ich gesagt. Dann auch du nicht. Du erst recht nicht. und jetzt wenn du modus alles in einer runde leute das ist doch ein applaus wert habe ich natürlich nicht gesehen wurde er aufgetaucht ist ist er jetzt da hinten aufgetaucht lässt sich ganz leicht prüfen es gibt nämlich nicht mehr so viele orte an denen er sein kann wenn wir hier ein ort da gibt es applaus hier danke meine füße früher und sie sind schon ganz taub wir sagen nicht das heißt wir müssen jetzt auf die füße stampfen das ist schon etwas besser ja so geil schreit das gute alte amazing dann der letzte fuß aua voll dagegen geschlagen tankdruck geht es viel besser mir ist so richtig schön warm vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen wir können definitiv was damit anfangen und zu der fußmassage gibt es kostenlos eine rachenuntersuchung dazu und was ist das denn hier der albtraum das hier ist wirklich der albtraum freunde das ist der albtraum in person alle noten einsammeln ist ganz wichtig ihr könnt ja vielleicht im chat mal mitschreiben wie denn diese äh wie dieses puzzel ding ist ruhe bitte der famose tiptop chor wird nun mein neustes werk zum besten geben dunkelblau lila dunkelblau gelb rot dunkelblau ja violett lila gelb rot dunkelblau isol bos jeg gelb dunkelblau Hellblau, violett, gelb. Gelb und dunkelblau. Rot und hellblau. Ey. Dunkelblau. Äh? Was hab ich... Geld vergessen. Ja, wär auch zu schön gewesen, ne? Zweimal perfekt geht nicht. Wunderbar, eine wahre Meisterleistung nimmt dieses einzigartige Schmuckstück. Danke, danke. Und was man jetzt hier unbedingt nicht vergessen darf. Das Ding ist so gut versteckt. Dieser Momboschädel? Nee, natürlich nicht. Tut mir leid, aber das waren alle Stücke, die wir auf Lager haben. Das Ding hier darf man nicht vergessen. Die leere Honigwabe. Extrem böse versteckt. Extremst böse versteckt. So. Haben wir das auch? Muss ich gucken, ob der da oben ist, Leute. Ich muss jetzt gucken, ob der da oben ist. Habt ihr zwar alle schon gesehen, aber ja. Extrem böse, schreibt Natalia. Ich höre ihn quietschen. Ich höre ihn. Da ist er. Reicht von der Distanz. Spiel da, Spiel mit dem Krokodil. Das ist der Krokodok. Gar nicht mal so witzig. So, wir machen das mit Cheeto auch ein anderes Mal. Und der Verwandlung. Wir machen die Verwandlung. Och, och. Jetzt kommt's. Die Verwandlung machen wir, wenn wir Welt 5 gemacht haben. Was? Warum? Kommst du denn jetzt auf sowas? Es gibt ja schon Welten. Du bist doch voll der Idiot. Jaja, aber wartet's mal ab. Wartet's mal ab. Einmal du nervst mich nicht. Blödes Flugteil. Ihr Stiefel. Das hier. Noten gibt's hier. Ah, einen Jinju. Und einen blöden Frosch. Ach, dann halt nicht. Geht das? Oh, das geht sogar. Ah, da brauchst du aber ganz schön viele Federn mit. Das ist doch blöd. Ach, den noch erwischt damit. Ja, warum nicht? Mach mal den auch weg. Verwandlung machen wir, wenn wir Welt 5 gemacht haben. Und dann machen wir da alles in einem Zug. Sonst muss ich mich hier zweimal verwandeln. Das ist nicht so geil. Und da war das jetzt eh alles an einem Stück durchziehen. Erlaube ich mir, die Reihenfolge so zu wählen, wie ich Bock drauf hab. Dann könnte ich dann eventuell dann irgendwie auch Zeiten setzen. Ich weiß nicht, ob YouTube, wie gesagt, irgendwie das Zeitlimit von 4 Stunden, ob das fix ist oder ob das nicht fix ist. Ob ich überhaupt 4 Stunden brauche oder ob ich jetzt der übelste Pro bin und der das irgendwie in knapp 4 Stunden schafft. Aber ich glaub's ja nicht. So. Dieses Labyrinth ist natürlich auch sehr cool gemacht. Man kann hier mit den Gummistiefeln einfach durchrennen. Zu ihrer Linken sehen sie eine Holzwand. Zu ihrer Rechten sehen sie eine Holzwand. Wenn sie geradeaus weiterlaufen, sehen sie eine Holzwand. Wenn sie hinter sich schauen, wer hätte es gedacht? Sie sehen eine Holzwand. Der labert Bullshit, ne? Der labert einfach nur Bullshit. Ich hab das Gefühl, dass es mit meiner Stimme jetzt wieder besser geworden ist, dass meine Stimme quasi so warm gelaufen ist, sag ich mal. Könnte das der Fall sein. So. Dieses Puzzleteil wollen wir haben, möglichst ohne abzustützen. Wir haben es geschafft. Wir haben das böse Puzzleteil auf Endburg schafft. Ein verpüpscht. So, und hier macht die Kamera gleich irgendwie blöd. Genau hier. Oh. Alles in einem Ding, genau. Ja, das ist geil. Dann müssen wir hier gar nicht mehr so viel machen. Außer von diesen Stiefeln wegkommen und diesen Typen da erledigen, bevor ich noch irgendwie voll den Schreikrampf kriege, wenn der uns trifft. Der Wadobat. Jawohl. Der Mumbo-Schädel. So. Wir verwandeln uns, wie gesagt, nicht. Äh, denn noch einer. Da ist es. Hallo, Mumbo. Na, du. Alles fit bei dir? Äh, ich wollte mir das eigentlich mitnehmen. Immer noch konstant. Ach, Zuschauer. Das hätte ich jetzt ja echt nicht gedacht. So, was fehlt denn hier noch? Ein Jinjo fehlt noch. Und drei Puzzleteile. Zwei weiß ich, wo wir ja so kriegen. Und dann noch den Jinjo. Und die Noten. Ja, die Noten. Die alten Noten. Wo kriege ich denn den Jinjo her? Wir verwandeln uns, Leute. Wisst ihr? Auf gepfiffen. Einfach drauf gepfiffen. Apropos pfeifen. Warte mal. Ich guck mal, ob der vielleicht zufälligerweise in seiner Hütte ist. Nein. Nein, ist er nicht. Ah, der letzte Tim. Ja, ich weiß, wo der ist. Äh. Ne, da machen wir's. Ne, dann weiß ich alles. So lange ich das alles weiß, ist das kein Thema. Du, warte dann. Ich brauche eine neue Handtasche. Mombo nur machen. Kleiner Spaß. Hi, hi, hi. Falls die PETA mich anschreibt, dass ich hier bösen Inhalt hochlade mit Krokodileder und so weiter. Äh, nee. Das kommt nicht von mir. So. Dann haben wir alles. Also die letzten Noten kriegen wir von dem Krokodil. Also. Zwischenstatistik. Ich sagte. Zwischenstatistik für diese Welt. 15 Minuten. Was ja nicht mehr so schlimm ist. Die letzten Noten dürften wir mit dem Krokodil erreichen. Und die letzten Puzzleteile auch die letzten beiden. Also 15 Minuten für diese Welt. Auf den Timer. Können alles an einem Stück dann machen. Ist immer ein bisschen angenehmer. Bisschen angenehmer als, äh, ja. Ist irgendwie blöd so zu gestalten. Wisst ihr, dass ich hier fünfmal reingehe und so weiter? Das brauchen wir ja nicht. Dauert schon wieder seinen Timer verpasst. Hier eine Stunde und, äh, 30. Eine Stunde und 30 verpennt. Hat er das knallhart verpennt. Kannst du mal bitte verschwinden? Machst mich wütend, du blödes Ding. So. Eine Stunde, 41. Knapp zwei Stunden. Ja, das wird ja doch nicht so lange, wie ich gedacht habe ursprünglich. Wobei die letzten Welten haben es halt natürlich in sich. Und das Finale frisst natürlich auch noch ein bisschen Zeit. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, ne? Benutze alternative Zeitmethoden, schreibt er. Ja, das ist ja interessant. Ist ja hochinteressant. Kannst du uns da, kannst du den Chat vielleicht erklären, wie das zustande kommt und wie das sich zusammensetzt, die Zählmethode? So, weiter geht's. Bald ist der letzte, wenn der letzte Vorhang fällt. Für Statisten gibt es kein Geld. Ein lieber Johann. Gut, alter Johann. Zähle. Hier müssen wir hinauf. Mir fehlt jetzt eh gerade noch eine Honigwabe. Und damit sind wir auch durch diese Tür. Boah, die ungerade Zahl gefällt mir überhaupt nicht, ne? Aber ich schätze, da machen wir jetzt nichts dran. Da müssen wir durch. Äh, die Gummistiefel brauche ich jetzt hier nicht. Den Mumbo-Schädel nehme ich schon mal mit. Oh, da gibt's neun Welten. Das ist gar nicht mehr. Hier aktivieren wir eine Sprungplatte. Wofür führt die uns denn jetzt hin? Könnte das denn jetzt hinführen? Lass mal überlegen. Wir sind jetzt einen Raum über dem Raum, in dem wir uns eben befunden haben. Wo könnte jetzt das hinführen? Ach du dicker Hut! Das ist schon das vierte Puzzleteil an der Hubworld, an der Oberwelt, Freunde. Das ist ja auch schon mal was. Ja, das ist schon eine Hausmarke. Das kann sich doch sehen lassen. Wo sind der Kamerad? Ist der immer noch weg, tatsächlich? In einem... Wollen die Gegner eigentlich gar nicht mehr? So, weiter nach oben geht's. Hier können wir noch nix machen. Kommen wir später noch hin. Auch eine sehr schöne Welt. Können wir eigentlich jetzt noch aufmachen, bevor wir hier irgendwas machen. Machen wir doch erstmal hier noch so ein bisschen Gedöns. So. Damit hätten wir diese Tür auch geöffnet. Seht ihr mal, wie viele Noten man hat, wenn man einfach nur das Spiel ordentlich spielt. Und wie viele Welten man öffnen kann, bevor man da eigentlich hineinspringt. Zum Beispiel die eine, die wir jetzt hier halt schon eben gesehen haben. Goobies Valley. So, weiter gehen wir hier jetzt tatsächlich noch nicht. Das bringt uns jetzt noch nix. Das bringt uns jetzt noch nix. Was uns jetzt aber schon was bringt, ist folgendes. Wir können hier mit Eiern, natürlich. Wie macht man sonst Spinnnetze kaputt? Mit Eiern. Den Kessel befreien. Und dann haben wir unsere erste Verbindung. Hallo, die Abkürzung erspart viel Lauferei ab in den Kessel. Erstmal mal kaputt. Weiß nicht, ob wir das nachher wieder kaputt machen müssen. Keine Ahnung. So, dafür haben wir jetzt tatsächlich nicht genug. Das heißt, wir müssen tatsächlich noch eine fünfte Welt lösen, um nicht das Spiel komplett durchzuspielen. So, hier haben wir noch einen Kessel. Bei dem gibt es aber noch keine Verbindung. Sonst ist hier jetzt erstmal nix. So können wir dann in die fünfte Welt gehen. Freeze, Easy, Peak. Sehr schön. Immer außerhalb bei einem Speedrunner schon jemanden gesehen, der irgendwie Banjo-Kazooie in einem ganz normalen Stream ohne Speedrunning und so weiter schon geschafft hat. Also am Stück schon mal gestreamt hat oder so. Diese Welt hält einen neuen Move für euch bereit. Mal sehen, wie ihr ihn finden werdet. Ich habe jetzt bis jetzt noch keinen, außerhalb dieses Formats, noch keinen normalen Typen auf YouTube gesehen, der das irgendwie gemacht hat. Wenn ich ehrlich bin. So. Aua, ich habe solche Bauchschmerzen. Ich hätte dieses funkelnde Ding nicht futtern sollen. Bitte helft dem Arm, Boggy. Aua. Ja, Boggy. Der ist generell so ein sehr spezieller Typ. Der ist a, sehr faul und b, sehr verfressen. Also könnte ich mich mit dem eigentlich relativ gut identifizieren, wenn der nicht so ein Bär wäre, ne? Nun, die typisch erste Aufgabe hier ist immer das Ding hier. Hier musst du einfach blitzschnell so ein. Ja, das ist blöd. Pass auf, wir machen hier eine Reihenfolge. Und zwar machen wir den kaputt, dann den kaputt und dann den kaputt. Und dann können wir das alles schön in einer Linie durchziehen. Dann machen wir das... Machen wir das so. Die müssen halt quasi jetzt den Bau bereichen. Das wissen wir, das haben wir ja gehört. Und dann können wir hier immer schön zwischen den drinnen die Dinger hier kaputt machen. Ein paar werden wahrscheinlich noch befressen werden, weil du das nicht perfekt hinkriegst in einem Flow. Aber auch das macht nix. Guck mal, ja, auf die sich freuen. Oh, sind sie alle glücklich und zufrieden. Ja, das waren sie. Hoffen sie doch. Ja, da wurde nur einer gefressen. Ein bisschen Schwund ist immer, ne? Puh, ziemlich knapp. Aber es hat ja geklappt. Jetzt müsst ihr nur noch den Schalter finden. Was ist denn der Schalter? Wo ist denn der Schalter? Hier ist so ein lächerlicher Sternknopf. Auf dem steht on. Das könnte doch... Das ist doch zu abwegig irgendwie, finde ich. Oder? Ja, echt so drauf schießen. Hurra! Findet den Stern und ihr werdet belohnt. Heilung ist angesagt. Äh, ja. Kann man normalerweise nicht wissen, aber man kann hier hinauf. Sagt, ich hole mich mal später hin. Und dann kann man hier fliegen. Und während man hier fliegt, kann man einfach durch diesen Stern hier quasi durch. Das ist... Ich finde, den Stern ist halt ein bisschen blöd gesagt. Meines Erachtens, äh, weil den Stern zu finden ist jetzt nicht besonders schwer. Aber hier... Muss halt drauf kommen, dass man durchfliegen muss. Okay, das braucht jetzt auch nicht viel mehr Hirnschmalz, wenn ich ehrlich sein soll. Aber trotzdem. Und ist euch mal aufgefallen, dass in der fünften Welt... Wir mussten gerade drei Dinge tun für dieses Puzzleteil. Wir mussten die Twinkies befreien. Wir mussten den Schalter finden. Diese unglaubliche Odyssey. Diese Suche. Dieses Lebenswerk, um den zu finden. Und dann mussten wir auch noch dreimal durch den Stern durch. Du liebe Güte, sage ich dazu nur. Ach du liebe Güte, sage ich dazu nur. Oh, das ist ein Geschenk. Soll ich wenn und die Ameisen hier? Ich bin ein Geschenk. Ich mache traurige Bären glücklich. Das ist doch nett. Traurige Bären glücklich machen. Gut, Boggy wird es jetzt wahrscheinlich nicht helfen. Aber ansonsten haben wir doch noch gar keine Bären hier gesehen. Seltsam. Die fünfte Welt können wir auch noch nicht kompletieren. Wir müssen aus der fünften Welt auch nochmal raus, Freunde. Wie unbefriedigend. Jetzt hätte ich dich aber gerne einfach. Danke. Fünfte Welt können wir nämlich auch nur zum Teil lösen. Denn wir brauchen schöne Sneaker. Schuhe sind das Problem, Freunde. Schuhe sind das Problem. Wir benötigen die richtigen Schuhe. Aber die finden wir hier noch nicht. Ist traurig, ne? So, dich befreien wir. Damit haben wir auch schon unseren ersten Jinjo dieser Welt. Und wo ist der alte Kamerade wieder am Start? Mit dieser Attacke wirst du die Königin der Lüfte, Kasui. Klingt super. Erzähl mir, Blinschleiche. Okay, es ist während du fliegst und kannst du in mir eine Rakete auf sein Ziel schießen. Werde deine Ziele sorgfältig aus, dass sich jedes Mal europäische Federn kostet. Sascha, dein Mikrofon knistert. Äh, das ist jetzt allerdings schlecht. Äh, ich glaube, da ist irgendwie mit dem Kabel knistert es immer noch. Mal ganz kurz Pause machen. Ganz kurz ein Schluck trinken und dann gucke ich mal kurz nach der Technik. Ich benut mal ganz kurz das Mikrofon, dann gucke ich kurz, ja. Eine Sekunde. Bis zum nächsten Mal. Ah, hallo, hallo. Hallo, kurz, kurzer Test hier. Hm. Moment, bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Den Test habt ihr natürlich auch gehört. Äh, ich dachte schon, das wäre dieses Knistern, wenn das Kabel, aber das ist dieses normale Knistern, weil dieses, äh, weil ich das Delay zu, äh, zu gering hatte vom Dings quasi. Und, äh, manchmal habe ich so einen Wackelkontakt im Kabel tatsächlich. Äh, das hier lag jetzt tatsächlich nicht dran. Aber manchmal habe ich das. Und dann muss ich halt quasi nochmal den elektronischen Kompressor neu und sowas starten. Und es knistert nicht mehr. Das, das liest man doch gerne. So, wir haben jetzt quasi gerade hier die neue Technik gelernt. Und die können wir direkt mal benutzen. Um diese Knöpfe hier wegzumachen. Und da war, da, da furzt der einfach ein Dings raus, ne? Da furzt der einfach so ein, so ein Puzzleteil raus. Jetzt bin ich so ein bisschen raus, ne? Knistern, aber, naja. Macht ja nichts. Auch das ist live. Und das muss man dann auch live erkennen. Besser so, als wenn es jetzt nachher irgendwie so hochgeladen wird. Das ist noch extrem knistert, nicht wahr? Wohl ein gewisses Knistern hat ja auch was für sich. Wenn es mal so richtig schön liebevoll knistert. Aber das ist ein anderes Knistern. Darum soll es nicht gehen jetzt. So, und jetzt, wo wir diese Fähigkeit haben, können wir uns diese blöden Schneemänner hier vom Leib halten. Die sind nämlich ganz schön nervig. Irgendwo war noch einer. Da war noch einer. Und dann können wir auf dem Boden schön alles erledigen. Weitflug! Müsste, war das der letzte? Das war der letzte, jawohl. Und dann können wir ganz hoch. Äh, machen wir jetzt. Bringt nix, das aufzusparen. Komm, reicht das? Drei, zwei, eins. Es reicht. Es reicht, um hochzukommen. Können wir hier das Puzzleteil direkt absahnen. Dann, uah, einmal Dichter einsammeln. Und... Ich kaputt mache. So. Puh. Noch kein Anzeichen von Müdigkeit. Nur ein bisschen Kopfmatsch im Sinne von, ich fange an Quatsch zu labern. So, das zweite Geschenk. Es ist so kalt. Ich möchte etwas Wärme... Ich könnte etwas Wärme gebrauchen. Es ist ja auch goldig, ne? So ein Geschenk, das friert. Hat man auch noch nicht Alltag gesehen. Und in der Pfeife befindet sich ein weiteres Puzzleteil. Du Pfeife. So. Hier noch einmal rüber, um den guten alten Jinjo zu holen. Den wollen wir nicht vergessen. Ja, gut, ist jetzt auch ein bisschen blöd gewesen von mir, das so zu machen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt mal auf, wir gehen jetzt mal den ganzen... Wir gehen mal nicht. War nur eine goldene Feder. Wir haben das geschenkt. Wir haben den Jinjo. Wir gehen hier drauf. So. Ich komm, Bob, komm. Ballzeit. Das tut gut, hey. Ihr habt meinen Schlitten gefunden. Ich trainiere für das große Rennen. Wir sehen uns, Freunde. Ihr sagt zu offensucht, ne? Ist euch das mal aufgefallen, dass ich eigentlich immer Socht sage, wenn ich irgendwas sagen möchte? Oder wenn ich irgendwas abgeschlossen habe? Das ist so schlimm, dass es mir selbst auffällt. Und wenn mir selbst sowas auffällt, ich bin da so wahnsinnig selbstkritisch drin. Kennt ihr Selbstkritik? Selbstkritik ist doch... Jetzt fange ich an zu labern. Okay, ein bisschen merkt man mir die Müdigkeit an. Bei mir äußert sich Müdigkeit immer in zwei Dingen. Erstens, ich kriege auf einmal seltsamerweise Heißhunger. Ich habe dann wirklich Kohldampf. So wie jetzt gerade. Und zweitens... Ähm... Zweitens fange ich an, viel zu reden. Ich werde aufgedreht. Ich weiß noch, in der WoW-Release-Nacht zu Battle for Azeroth noch gar nicht so lange her. Ich habe so viel gelabert in dieser Nacht. Das gibt es gar nicht. Ich war dann... Ich bin dann irgendwann um sieben oder so bin ich dann aber noch mal kurz schlafen gegangen. Das wurde echt anstrengend. Tobias schreibt... Äh... Muss ich die Datenschutz-Verordnung wieder neu schreiben bei mir auf dem Kanal. Stimmt allerdings, ich habe immer Hunger. Aber wenn ich müde bin und nachts, dann habe ich richtig Hunger. Also richtig einen bösen Heißhunger. So. Das habe ich wieder so gesagt, ne? Merkt ihr? Anzeige ist raus, schreibt Joe. Ja, mit Recht. Einfach mit Recht. Keine Amazing mehr für mich. Die Anzeige ist gewährleistet. Bring mich zu den Kleinen. Ich bin das letzte Geschenk. Äh... Von mir aus. So, den nächsten Schalter haben wir ja eben aktiviert, ne? Oder haben wir den nicht aktiviert? Puh! Jetzt kann sich Wossa heraustrauen. Warum soll er sich hier nicht raustrauen? Wer zur Hölle ist eigentlich Wossa? Das ist ja lächerlich. So seht ihr jetzt, warum es nur so semi-geil war, irgendwie direkt da hoch zu gehen. Jetzt können wir nämlich den ganzen Weg einfach wieder runterlatschen. Aber so lerne ich diesen Weg auch mal rückwärts kennen, denn ich bin tatsächlich noch nie diesen Schal hier runtergegangen. Witzig, ne? Hallo, junger Mann. So, jetzt pass auf, jetzt macht's auch mehr Sinn. Ihhh, ein böser Bär. Was ist denn hier? Ihhh. Das ist schon ein bisschen... ein bisschen sehr gemein. Ja, der Schalter sieht gedrückt aus. Richtig geknottet und der ist auch der kurale Schalter, ne? Ist dir das Wasser zu kalt? Bleiben wir draußen. Ja, das Wasser, das ist schon ganz schön heftig. So, da ist der alte Kollege. Den können wir... Den können wir leider nicht machen. Das Rennen gibt's alles im nächsten Part. Ne, Spaß, natürlich. Das Rennen gibt's alles am Stück. Hoi, Freunde, niemand will gegen mich antreten. Ja, und ich in die Pfanne, Bärchen. Sorry, ihr passt nicht auf den Schlitten. Ich fahre nur gegen einen kleineren Gegner. Ja, der sucht sich immer die schwächeren Gegner aus, oder was? Das ist aber jetzt auch keine Charakterstärke, mein Freund. So. Ein Jinju zum Mitnehmen. Danke, mit extra Pommes, bitte. So, eine leere Honigwabe. Ähm. Irgendwas war hier noch. Irgendetwas war hier noch. Irgendwie ja nicht. Doch, ich musste zum Umbro rüberfliegen, ne? Jetzt mal ganz kurz hier checken, die Statistik. Äh, zwei Puzzleteile von Boggy. Eins von Wosser, eins vom Jinju. Macht vier. Das eine Wabendings kriegen wir auch erst später. Aber eins fehlt noch. Ja, ich weiß noch welches. Jetzt sind wir auch schon gleich in dieser Welt fürs Erste fertig. Muss ich da jetzt rein? Ist da irgendwas Spannendes? Gucken. Bringt diese Stiefel tatsächlich was? Ach, komm, ich will doch nur da hoch. Verlächerlich. Ein extra Leben. Weil wir schon so oft gestorben sind. Keine Sorge, auch das wird sich ändern, wenn wir in Rusty Bucket Bay angekommen sind. Banjo for Smash schreibt hier der gute Kobio. Jawohl, ich will Banjo auch am liebsten einen neuen Smash Brothers haben. Würde ich mich riesig freuen, wenn die den dafür ankündigen würden. Würde so schreien. Würde sowas von schreien. So, da ist jetzt ein Jinjo in seiner Bude. Hallo, Jinjo! Den letzten kriegen wir dort. Dann zwei von Boggy, eins von Waza, eins vom Jinjo und das letzte Puzzleteil. Wo versteckt es sich? Wir müssen ja noch die kleinen Bären glücklich machen, ne? Boah, Banjo und Dings. Also, es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, Brawl Out. Das ist halt von der Mache her ungefähr wie Smash Brothers. Es ist nicht ganz Smash Brothers. Es steuert sich nicht ganz so präzise. Es ist aber ganz witzig für zwischendurch mal. Hat halt auch so ein blödes Freischaltmodell oder du kannst halt irgendwie Founders-Pakete und so kaufen. Ich hasse diese, diese, generell dieses Free-to-Play und dann musst du halt irgendwie doch die Kämpfer kaufen oder freischalten über Tage. Das finde ich bei Kampfspielen nicht so geil. Da musst du wie bei Rennspielen. Aber ich schweife es schon wieder ab. Ich wollte eigentlich sagen, in diesem Spiel gibt es tatsächlich Yooka-Laylee. Und zwar, Yooka-Laylee wurde ja entwickelt von den Schöpfern von Banjo und Kazui. Allerdings sind die sie ja nicht mehr bei Rare. Die sind ja jetzt bei Playtonic Games. Und das Spiel erinnert tatsächlich sehr stark an Banjo-Kazui. Hat nicht ganz den Charme, muss ich zugeben. Aber man fühlt sich schon sehr im alten Humor. Also in der alten Welt fühlt man sich schon wieder geborgen, war genau. So. Wow, danke, Banjo-Kazui! Yippee, jetzt sind wir alle glücklich. Das ist so durch! Und Yooka-Laylee, die sind ein Kämpfer in Brawlout. Also warum nicht auch Banjo-Kazui in Smash-Borders? Ich meine, würde ja sicher auch die Entwickler von Playtonic Games freuen. Weil die haben ja quasi Banjo auch mitentwickelt, ne? Irgendwann ist es waren halt die Schöpfer. So, jetzt muss ich mal ganz kurz durchgehen, ob meine Logik hier Sinn ergibt. Also wir sind jetzt bei 16 Minuten in der Welt. Wir kriegen noch 10 Noten. Die müssten wir alle meines Wissens dort kriegen, wo wir noch nicht hinkönnen. Wir kriegen zwei von Boki, eins von Wossa, eins vom Jinjo und das letzte Teil dort. Jawohl, wir gehen dann später wieder in diese Welt. Wir können jetzt leider schon wieder nicht diese Welt lösen. Das ist das einzige Mal, dass es nicht geht. Also, was heißt das einzige Mal? Es geht zweimal insgesamt nicht und einmal ist halt einmal ist es halt in der vierten Welt und einmal ist es halt in der fünften Welt. Aber die sechste Welt können wir wieder komplett abschließen. Dann machen wir die vierte und die fünfte und dann sind wir auch schon komplett durch mit denen. Das ist noch frei, deshalb war der Weg umsonst. Kennen Sie das Buch? Der Weg war umsonst. Ja, das ist ein Bestseller. Da bin ich Stunden für gelaufen. Irgendwas mit Reim macht die ja immer. So, und das hier ist ein Adventskalender und es ist ja bald wieder soweit. Freunde, bald ist es wieder. Das können wir auch noch nicht machen. Klickst und zugenäht. Das können wir auch noch nicht machen. Brauchen ja diese Drähter. Das ist doch belastend. Ja, dann halt nicht. Mensch, dann halt nicht. Dann gehen wir halt weiter oder beziehungsweise ein Stückchen zurück. Mensch. So, dann gehen wir in die sechste Welt. In Gobi's Valley. Wir machen das jetzt an der Stelle hier mal ganz kurz ohne Stiefel, weil ich hab keinen Bock mehr nochmal da hinzulaufen. Einen Treffer kann man wegstecken. Wir Sandale können im heißen Sand überleben. Hier gibt es wieder drei Tipps. Und Till, das beste Freund in der Hexenschule war eine Klapperschlange. Bester Freund Klapperschlange. Zum Erleggsten liest sie den Kesselkurier. Sie liest den Kesselkurier. Aber schläft sie genüsslich an einem Spinnenbein-Cocktail. Oh ja, um Schatzis. Mensch, Mensch, Mensch. Also sie trinkt einen Spinnenbein-Cocktail. Spinnenbein-Cocktail, Klapperschlangen, irgendwas und ja, also wieder halb. Aber wenn die Fragen kommen, werde ich mich dran erinnern. Wer findest du einmal? Muff, Pentro. Ist aber nett. Kann ich gebrauchen. So, wir sind hier in der Wüste. Unschwer zu erkennen. Du bist ein anderer Kollege. Ich bin Tronker. Der Durstlinge baue im ganzen Land. Ohne Wasser werde ich vertrocknen. Schön warm hier, oder? Kazui, meinst du, mit Eiern und Federn können wir ihm helfen? Nein, tut du mal weh. Ich brauche Wasser. Ah, dringend. Hüah. So. Der braucht tatsächlich Wasser. Und das habe ich als Kind auch lange nicht geschnallt. Wie ich denn jetzt diesem Typen da Wasser besorgen kann. Bei dem hier wartet man ganz normal ab, um die kaputt zu machen und dann zu versagen. Daneben springen ist die Devise. Nee, Spaß. So. Also. Ähm. Euch hole ich. Da hinten waren auch Noten. Dann brauche ich die Stiefel. Denn die Sandfirma, nur die Sandfirma können sich hier ordentlich bewegen. So ein Bullshit, ey. Hat sich denn das schon wieder ausgedacht? So, die zwei goldenen Federn, die können wir jetzt mal gestohlen bleiben. Deiner Nase fühle ich mich wohl. So, Kamera, bitte mach nichts Dummes. Danke. Meine Nase ist ganz verstopft. Ey, das gezählt. Bin jetzt auch bis heute irgendwie sehr geil. Oh, das ist besser. Jinx Nase ist wieder frei. Kommt doch rein. Ähm, immer laden sie uns dann direkt ein, ne? Irgendwie muss man in jede zweite Person, die man irgendwie unterstützt reingehen. Das ist so auch irgendwie seltsam. So, jetzt gleich ich mir euch aus. Extra Leben nehme ich nicht. Ich nehme euch mit. Boah, es juckt mich am Ellbogen, Freunde. Es juckt mich am Ellbogen. So, diese Noten hätten wir. Da hinten waren ja keine mehr. Ey, nur noch das extra Leben. Gut, dann gehen wir hier rein. Und hier ist etwas Gemeines. Und zwar diese zwei Noten hier und die da hinten. Die da hinten hat man ja auf Anhieb jetzt gesehen, aber die da vorne. Freunde, 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 ich kann euch sagen. Ey! hast du hier, so. Aber die da hinten, die siehst du halt nicht. Da musst du die Kamera erst mal drehen. Wobei, wenn du halt jetzt hier so diese Noten siehst und die so zurück, dann siehst du die ja auch. Ja, und dann macht schon wieder alles keinen Sinn, was ich gerade eben gesagt habe. Peinlich! Aber macht nix. So. Mahlzeit! Hier ist ein Ginger, den wollen wir auch. Den lässt man auch ganz gern mal zurück. So, noch schnell hier in einem Rutsch. Das war wichtig. Gesundheit! Aber das war das Einzige, was man irgendwie zurücknehmen musste. Das Ding hier geht ganz schnell wieder zurück. Aber das kann uns gar nix, Leute, denn wir sind vorbereitet. Wir sind doch die Profis hier. Unser erstes Puzzleteil in Gobi's Valley. So. Okay. Diese Stelle ist erledigt. Fluge! Äh, Fluge! Ja, Fluge de Flug! Fliegen wir mal los. Und zwar in die Richtung dieses Dings da. Dings da Boomstars. Wie beim Stern können wir hier einfach durch diese Ringe da fliegen. Wege durch die Ringstaturen, um eine goldene Belohnung zu erhalten. So sieht's aus, mein Freund. ist jetzt hinter der Fingst, die wir gesehen haben. Keine Fingst, oder? Doch, es ist eine Fingst, aber es ist eine Hunde-Fingst. Ja, und das, was ihr da hinten seht, das ist im Banjo-Kazooie auch zu. Aber dazu vielleicht mehr, falls zwar tatsächlich noch die Stop-and-Swap-Runde machen, aber ich glaub eigentlich nicht. gleich, wenn ich ganz witzig bin am Ende, wenn alles offiziell durch ist und die Leute haben noch Bock drauf, dann machen wir das noch. Aber ansonsten, ansonsten nicht. So, wo haben wir denn? Der war direkt vor dem. Weil die Eier habe ich ja schon gesammelt und die Eier, die speichern immer. Also, wenn du die Eier einmal eingesammelt hast, dann sind die für das ganze Spiel gespeichert und, äh, ja. Dann siehst du da nichts mehr und du hörst jetzt zwar den Jingle, du hörst dann quasi so dieses dieses Geräusch, das du es geschafft hast, aber mehr nicht. Sehr gut, Sterblicher. Sicher kannst du damit mehr anfangen als ich. Wieder auf dem seht ihr und deswegen bin ich halt hier auch quasi wieder zurückgegangen. Ein Fuchs! Nicht so schlau, aber er riecht so. So, jetzt kann ich hier landen. Und dann kann ich hier die nächste Challenge machen mit dem Flugding. irgendwie schöne Wüstenlevel. Die einzige Wüsten, also das einzige Wüstenlevel, was mir tatsächlich gar nicht gefällt, ist das in, äh, Donkey Kong 64. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das Level in Donkey Kong 64, das ist eine Qual für mich. Da ist überall Treibsand und da stirbst du halt direkt. Da hast du keine Chance. So, und hier die Noten vergisst man auch ganz gerne. die sind nämlich hier immer in diesen Nischen. Seht ihr? Immer hier drin. Und eine Nische siehst du halt nicht gut. Das ist die hier. Und im Let's Play, das weiß ich noch, habe ich hier zwei Noten verpasst. Hallo, Freunde, ich bin Ruby. Ich kann euch helfen. Wir suchen Schätze, du Flötenpeter. Das trifft sich ich sehe da oben, nämlich einen Schatz. Er gehört euch, wenn ihr an ihn herankommt. Jo schreibt, grauenvoll dieses Spiel viel zu schwer. Ja. Wie ist, ne? So zweimal schon reingehupst. Oh. Es geht, wenn man es auswendig kennt, ist es eigentlich ganz leicht, so wie alles, wenn man es auswendig kennt, ne? Und wir spenden jetzt quasi hier dieser Schlange die Eier. Jetzt geht's ab. Ja, toll, mein Freund Hiltop wird euch nun helfen. Und jetzt pass auf, die Schlange geht voller Maß, äh, volle Katte ab hier und bringt uns zum dritten Puzzleteil, glaube ich, ist das, oder? Ey, das dritte Puzzleteil hat aufgepasst. Also ganz wichtig, haben wir. Und haben wir. Das war gut, dass ich das nochmal kontrolliere, denn da haben wir das letzte Mal zwei verpasst. Unvergessen. Und somit hat uns diese Welt dann nochmal extra Zeit gekostet. Damit uns diese Welt nicht noch hier extra Zeit kostet, springen wir nicht hier in die... Das brauchen wir gerade nicht. Nee, nee. Da wollten wir nicht hin. Machen wir direkt mal weiter hier mit Dingen, die man leicht vergessen kann. Und dazu gehört auch da oben dieses doppelte Notenpaar, dieses Quartett. Die kann man auch ganz leicht vergessen. So, ganz wichtig hier, der Teppich verschwindet nicht. Nee, der verschwindet hier nicht. Verschwindet der irgendwo? Nee, hier auch nicht. Es gibt einen Teppich, der verschwindet. Der ist... Der ist gemein. So, das hier ist interessant gewesen. Boah, guck mal hier, wie schnell das geht. Jetzt, mhm. Da. Da unten noch... Sind da unten Noten unterwegs eigentlich? Nee, so ein Schädel. Holen wir später. Und die Noten, die holen wir später. Ihr werdet noch sehen, warum. Genau so, wie ich diese Noten hier will. Denn wir wissen, in der zweiten Welt in Treasure Trove Cove haben wir auch zwei Noten vergessen. Äh. Das will ich jetzt nicht machen, aber ich höre an Jinjo. Hallo, Jinjo! Hallo, Jinjo! Ja, stimmt. Das können wir eigentlich auch schon hier freischalten einmal. Ach, das Notenpark kannst du gar nicht vergessen. Das kannst du gar nicht vergessen. Kannst du nicht vergessen. Ihr werdet nachher auch noch sehen, warum. Dann werdet ihr sagen, äh, du, was hast du da schon wieder gemacht? So, aber das hier, das werden wir jetzt lösen. Das hier lösen wir jetzt. Ja. Weil ich könnte ja, wenn jetzt hier dieser Zustand ist, der hier aktuell herrscht, könnte ich ja da nach unten gehen. Ja, und daneben springen, ey. Ja, Schatten, ey. Mann, ey, ja, doch ein Schatten. Dann nehmen wir das Ding doch gleich mit. Ach, guck mal, da ist ja noch ein anderer Kamerad. Den können wir jetzt gleich nach der Pause. Uh, in einem durch, sauber. schön. Schön. Dann nennen wir noch die zwei Noten. Hier sind schon wieder diese ominösen, äh, nicht die Stiefel. Das sind die Sneaker, ja. Ich kann nicht gerade gebrauchen. Oh. So. Zwei Stunden spielen wir jetzt und wir sind in Welt 6. Gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen, oder? Oh, du bist satt. Schön. Jetzt die mal rülpsen müssen, er ist da auch nicht so nett. Scheint ein der Spitze. Was machen wir denn da? Ja, Leute, so hat man früher die Pyramiden gebaut im alten Ägypten. Kein Scherz, genau so. Da hattest du hier diese Hunde, du hast, äh, Eier reingeschossen und die haben dann quasi so einen Effekt ausgelöst und damit ging das. schwer zu glauben in der heutigen Zeit bei all der Technologie, aber früher war das noch Magie, ne? So, und an die drei, die das jetzt wirklich glauben, äh, nee, das war nur Spaß. Also bitte nicht glauben. Ja, das waren Fake News und, äh, der Lügen-Sascha hat das gesagt. Und ja. Eu, eu, in dein Gesicht. So. Und damit sollten wir dann die Pyramide freigeschaltet haben. So sieht das aus. Und jetzt können wir auch zur Spitze klimmen und uns diesen Schädel holen. Lecker. Sehr. Hätten wir. Und hinein da. Ach, das ist dieses Labyrinth. Dies ist die Grabstätte König Sandy Buds. Verschwindet oder wird es ein blaues Wunderleben. Sandy Bud, ist das der Sand hinterm? Sandy Bud, das hört mir das auf. Ihr habt nicht auf unsere Warnung gehört. Rennt um euer Leben. Und hier gibt es zwei Dinge zu holen. Zum einen hier gibt es Gott sei Dank keine Noten. Aber hier gibt es und auch hier drin gibt es Noten. In dem Moment, wo der Depp sagt, hier gibt es keine Noten, gibt es Noten. Lügen, Sascha. Lügen, Sascha. Das passt jetzt zu dem alten Thema und zu dem neuen. So. Dann nach dem Hexenschalter müssen wir dann mehr noch... Was ist da hinten? Jetzt muss ich es sehen. Mal weg da. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Ja, goldene Fehlern. Wieder das Buch. Der Weg war umsonst. Oh, diese Spannung ist kribbelt, ist kribbelt und wir haben es geschafft. Unglaublich, der dicke Bär hat es geschafft. Diese Grabschänder. Ja, bin auch nicht stolz drauf. Tomb Raider heißt. Tomb Raider eigentlich Grabschänder, Grabdieb oder sowas. Fällt mir gerade ein. Keine Ahnung, keine Ahnung. Shadow of the Tomb Raider, schönes Spiel. Schöne, die Tomb Raider-Reihe, die neue ist generell, sehr cool. Kann man aber auch ordentlich was sparen. Also mit Tomb Raider und Rise of Tomb Raider, da habe ich damals am Stück 10 Euro bezahlt für beide und das neue habe ich mir jetzt halt so gekauft. Ich hätte warten können, logischerweise, aber ich wollte es jetzt spielen und das ist immer so der Fluch, wenn man etwas jetzt unbedingt spielen muss. Es kostet mehr. Das weiß auch mein Bruder und der sagt mir das immer. Der sagt immer, hey Mann, du Vollidiot. Ne, so sagt er es nicht. Aber er sagt halt, zu Recht, zu Recht. Du könntest doch auch einfach ein bisschen länger auf die Spiele warten. Oder sind sie günstiger? Könnte ich. Wenn ich es könnte. So. Schon wieder so gesagt, merkt ihr? Schon wieder so gesagt. Und hier. Schädel. Und hier, Freunde, spielen wir jetzt Memory. Schönes, gutes, altes Memory. Oh, die Nude, die Nude, die Nude. Nude, die Federn, Kazooie. Mumbo, sagen wir was. Kazooie, Kazooie war, glaube ich, hier. Nein, dann war Kazooie hier. Nebendran war Mumbo. Das kann ich mir nur merken. Die Honigwabe dürfte ungefähr hier gewesen sein. Da war Benjo. Benjo war, glaube ich, jepf. Die Musiknote haben wir auch schon mal gesehen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo. So, das war eine Feder und die Feder, die war hier. Das war der Mumbo und der Mumbo, der war hier. Hi. Ei, nicht gesehen. Jinjo. Jinjo, Jinjo. Kannst ja auch für die Note gelesen sein. Ja. Und dann versteckt sich das Ei im letzten Paar. Puzzleteil erreicht. Mensch, Leute, Mensch, Leute. Wer hätte das gedacht? Ich hätte das gedacht. Ich kenne das doch. Ich kenne das Spiel doch. So, die Pyramide geht dann auch jetzt prompt wieder zu. Äh, und jetzt brauchen wir tatsächlich... Nee, hier auch nicht. Gleich brauchen wir tatsächlich zum allerersten Mal den fehlenden Move. Der Move, der da... Oh, Kamera. Der Move, der dafür verantwortlich ist, dass wir noch nicht alles lösen können. Dem begegnen wir gleich. Und hier verschwindet jetzt der Teppich kurz. Danach erscheint er wieder und es geht direkt weiter. Das war wechsel ich immer. Und hier sehen wir Gobi. Oh, hallo. Ich bin Gobi. Das Kamel. Aber selbst mir ist es zu warm. Ich brauche Schatten. Könnt ihr mir helfen? Natürlich. Guck mal hier, Gobi. Gar kein Problem. Oh, vielen Dank. Hier ist eure Belohnung. Ich gehe mich jetzt ein wenig abkühlen. Abkühlen. Gab es da nicht jemanden, der sich auch abkühlen wollte? Ich bin ganz schön, wenn ich leben. hat Bottles gleich wieder so selbstgefällig. Oh ja, du siehst aber jetzt gar nicht frisch aus, mein Freund. Stillbottles. Aua. Ja, das ist nicht gut. Ja, das ist gar nicht gut. Und das ist doppelt schlecht. Aua. Das ist doch gemein. Warum tut man mir doberwand? Den will ich auch weg haben. Blöder, nerviger Käfer. Tschüss. Wieder so gesagt. Macht mal. Wir könnten eigentlich einen So-Counter einführen. Das wollte ich sagen. Okay. Das sind echt kohle Turnschuhe. Kasui kann sie an den dünnen Stelzen tragen und für eine bestimmte Zeit in einem Affenzahn herumtanzeln. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich bin jetzt natürlich selbstgefällig. Göttlich, ihr habt alle Moves des gesamten Spiels. Ja, und damit... Tschüss, alter Kumpel. Tschüss, alter Kumpel. Wir werden Bottles nicht mehr sehen in diesem Spiel. All die Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Einen guten und schlechten Tag. So, wir müssen erstmal da runter. Ich möchte nämlich die Genoten haben, ne? Jetzt kann er ja sterben. Ja, ja. Ja, ha, 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 ha. Du alter Scherzgegst, du. Ja, ich will so etwas nicht so spielen. Du bist ja ein Halunke, du. Krabber hat ein feines Puzzleteil. Ha, ha, ha. Und Krabber gibt dieses Puzzleteil auch nicht raus. Krabber ist nicht das, was man, äh... Nach 22 Uhr, ich darf sagen. Krabber ist das, was man unter... Gewissen Kreisen als Arsch bezeichnet. Der lacht dich nämlich aus. Mhm. So, und hier diese Szene kommt übrigens... Übrigens, jeder, da kannst du nichts gegen tun. Und die bremst dich auch. Und was jetzt gleich komplett auffällt, ist... Wenn du hier alle Noten willst in einem Rutsch... Das schaffst du nicht. Du musst hier ganz krass abkürzen normalerweise. Ich zeige euch das gleich dann im zweiten Lauf. Also wie gesagt, das hier schaffe ich jetzt nicht. Säb' ihr? Na gut, so krass musst du gar nicht. Ja, ihr wart zu langsam. Und ich habe irgendwas gereimt. Habt ihr es nicht gelesen. An der Stelle, als ich das mit meinem Bruder zusammengespielt hab... Mein Bruder hat sich hier böse aufgeregt, ja. Erzähl' die ganze Zeit über meine Familie. Ich weiß, meine Schwester, die Angst vor dem Hai hatte. Und mein Bruder, der... Ja, quasi hier gemeckert hat. Der hat gemeckert, oh, das geht doch gar nicht. Das kann man doch gar nicht schaffen. Doch, hier musst du nur ordentlich abkürzen. Guck mal da, guck mal da. Und schon ist das doch alles kein Problem mehr. Siehste, zack, sogar noch zwei Sekunden über. Da kann man ja ewig dran machen. So, bevor man jetzt dieses Rätsel löst, ist es ganz wichtig, diesen Schädel hier zu holen. Denn den können wir sonst nie wieder einsammeln. Und ihr seht gleich, warum. Die Luke öffnet sich. Das Wasser fließt aus der Pyramide in den Teich vorne dran. Fack dich nicht. So kommt man dann alles ganz bequem dran. Ja, machen wir hier noch alles ganz kurz komplett. Heide, ne, so. Umbo-Schädel und Noten. Was Besseres gibt es hier nicht für unsere Pfoten. Und da auch bei Grundhilda ein Praktikum machen, ne? Als, als, als Praktikantenhexe, ne? Ah, nicht verpassen, ja. Zwei Noten sind verboten. Du hast sie vergessen irgendwo. Äh, ne. Gott sei Dank. Ich hätte jetzt, ich hätte ohne Scherz, ich hätte jetzt fast gehuilt, ja? Wenn wir nie da eine Note vergessen hätten. Aber das kann ja diesmal nicht sein. So, jetzt müssen wir hier zurück. Na, 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 na. Denn wir müssen ja noch einen Baum helfen. Wie können wir denn einem Baum helfen, der verdurstet? Was macht Gobi denn da? Reden die? Oh, ich hab so viel Buzzer oder so. Ich bin Tranka, du kennst meinen Text Warum will ich dir das jetzt wieder erzählen? Ich weiß ja auch nicht Oh man, ich hab jetzt gerade ein Déjà-vu, Freunde Oh nein, tu küsst dich Ich erzähle das zum ersten Mal Der Baum hier sieht mächtig döstig aus Ich habe zwar Wasser Brauche es aber leider selbst Nix da, hier, Eoismus Kannst du nicht machen Oh, das tut gut Tranka geht es wieder prächtig, danke Ja, und Tranka hat auf einmal Abgenommen Und man kommt schwerer an Das Puzzleteil dran Aber das macht auch selbst uns nix So, das müsste jetzt das letzte Puzzleteil gewesen sein Kriegen wir den Sound? Wir kriegen den Sound nicht Wir kriegen den Sound nicht Aber warum kriegen wir den Sound nicht? Weil wir das Ding mit dem Arschloch noch nicht gelöst haben Ich habe drüber gesprochen Aber ich habe es nicht erledigt, Freunde Und unerledigte Sachen machen mich krank Sie machen mich wütend Sie machen mich gar wahnsinnig Aber wenn du hier Videos auf YouTube machst Dann musst du unglaublich viel mit dir selbst reden können Und du musst einfach reden können Ich weiß nicht, ihr könnt das beurteilen Kann ich das? Kann ich viel selbst mit mir reden? Kann ich viel Quatsch reden? Kann ich reden? Oh nein, seit tausend Jahren war das in meinem Besitz Gut gemacht, Sterblicher Jetzt kriegen wir den Sound Yeah, ja Yeah, ja, Wunderbra So, aber eins fehlt uns noch Denn es fehlt uns noch eine leere Honigware Und diese leere Honigwabe Befindet sich bei keinem anderen Als bei dem guten Gobi Bei dem guten alten Gobi Warten wir hier Auf den magischen Teppich Dass er uns zum letzten Mal Mit seiner erleuchtenden Kraft Irgendwohin trägt Ja Ganz schön warm hier drin Ich habe auch schon ewig lange nichts mehr getrunken Guck mal, da ist der Gobi schon wieder Was ist denn? Oh, hat er sich auch verschluckt? Jetzt reicht es mir Ich verlasse die Wüste Und suche mir ein ruhiges, schattiges Plätzchen Ja, aber jetzt haben wir ihn ja Gott sei Dank zum letzten Mal genervt Nicht wahr? Wir kriegen nochmal zwei Ja gut, das eine konnten wir in der Schneewelt nicht machen 25 Minuten, Leute 25 Minuten kostet diese Welt an Zeit Aua Und noch mehr, wenn man sich dümmer dran stellt 25 Minuten In zwei Stunden und 30 Minuten Spielen wir jetzt schon dieses Spiel Das ist ja wirklich gar nicht mal so lang Ja Puh, noch eine Welt geschafft Der ist auf Jetzt können wir den hier lösen Na, wenn ich hinkomme Wenn ich es nicht verdüst, bordel Trubel hat nur Quatsch im Sinn Der Bär, der trägt ein Doppelkinn Den kann ich dir reiben So, erledigt Jetzt, Freunde Jetzt ist die Zeit endlich gekommen Jetzt können wir Welt 4 und 5 beenden Freut ihr euch, ne? Ja, da freut ich Ich seh doch, wie ihr euch freut Ach, ihr seid so süß, wenn ihr euch freut Oh, süß Ne? Hm Ich bin mir überlegen, ob ich mir jetzt vielleicht demnächst mal eine Kamera zulegen soll Damit ihr auch seht, was dieser Depp da eigentlich gerade so treibt Wie der euch ansieht Mit seinen coolen Augen Welche Grimassen er zieht Wenn er gerade mal wieder irgendwas verhauen hat Oder wie er aussieht Wie er aussieht Das war tiefsinnig Oh Das war so tiefsinnig Gut, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen Jetzt werden wir uns verwandeln Jetzt gibt's auch keine Keine Ausrede mehr in dieser Welt Eigentlich ziemlich blöd Wenn man ein Spiel irgendwie rückwirkend nochmal benutzen muss Dieses Backtracking ist eigentlich gar nicht mal so geil, ne? Oh nein, bitte nicht, schreibt Joe Er will mich nicht sehen Ja, kann ich verstehen Hör mal Kann ich verstehen Alles verständlich So Er muss mich ja schließlich schon den ganzen Tag ertragen Wenn ich ihn sehe Oder Ja Wenn man sich halt sieht Um 0 Uhr könnt ihr mal ganz kurz in den Chat schreiben Können wir sagen Ey man, voll geil Jetzt hieß es schon irgendwie den ganzen Tag durch Keine Ahnung Bringt zwar nix, aber ja Und die schwierigen Welten kommen ja jetzt erst noch Und die allerschwierigste von allen Die kommt jetzt gleich Ne, kommt ja gar nicht Ne, stimmt Ich komme noch eine schöne Eine mittelschwere dazwischen Komm noch Eine mittelschwere dazwischen Wir haben noch so viel vor So, zum einen lassen wir uns jetzt mal verwandeln Ja, ne, ne, ne Fang jetzt keine Schlägerei an, Benjo Ich weiß, wir haben noch viel vor Aber Bitte verprügelt den guten Mumbo nicht So Ufi Vieles Spiel mit dem Krokodil Du bist der Krokodok So, wo war ich denn eben Wo ich nicht lang konnte Ja, kommen wir mal Das hier gerade zuerst Wenn wir schon mal hier stehen Machen wir das zuerst Wir brauchen nämlich hier die Turnschuhe Warum braucht man denn als Krokodil unbedingt die Turnschuhe Das seht ihr gleich Es geht um ein Minispiel Erstmal kann man sich hier die Noten snacken Im Nasenloch Einen Totenschädel Und dann kommt dieser Kamerad hier zum Einsatz Hey, hallo Ich bin Mr. Will Das coolste Krokodil aller Zeiten, ne Ja, spiele mein Spiel und gewinne einen Preis Ja, drücke A um zu spielen Drücke B, wenn du die Hosen voll hast Bitte, weil ich die Hosen voll hab Das Spiel ist einfach Isst mehr rote Jumblies als ich Drücke X um zu Jumblies zu essen Bist du bereit? 3, 2, 1 Und ja, von mir aus los Wenn man hier die roten Turnschuhe hat Geht es um einiges geschmeidiger Seht ihr, dann kann man hier rumdüsen Und rams, rams, rams Schmatz, schmatz, schmatz Und der schmatzt hier wirklich auch nicht zu knapp Und am besten ist immer, wenn du die in einer Linie erwischst Oder die ihm quasi so direkt vor der Nase wegfutterst Immer dann, wenn mehrere auf einem Haufen sind Hast du halt bessere Karten So Und Gott sei Dank halten diese Schuhe auch lange genug Dann haben wir ihn weg Da nehme ich diese Route Und der wird halt Es ist halt nicht die letzte Runde, ist klar, ne Also ich brauche jetzt nicht die Turnschuhe, damit ich hier die erste Runde gewinne Das kriege ich auch noch ohnehin Wobei das halt auch schon relativ schwierig ist, sag ich mal Relativ schwierig Aber ihr seht ja, ne Haus hoch Darfst halt nur nicht aufhören So Du hast gewonnen Jetzt legst mir einen Zahn zu Futterer die roten Jumblies Meine gelben Jumblies Fertig 3, 2, 1 Los geht Ach mehr, meine Ja, ja, fängt schlecht an Die Nummer fängt schlecht an Das war eine schlechte Nummer So Es kommt nun mal weniger Rote, hat man so das Gefühl Ja Oh, ich würde so gerne mal einen Esskontest im Relive machen Einfach mal richtig schön So ein Burgerwett essen oder so, wisst ihr Habe ich verpasst Ich muss jetzt aufpassen Ich muss jetzt mal ein bisschen besser wieder spielen Und mich ein bisschen konzentrieren, glaube ich Ist gerade nicht schlecht unterwegs hier Meiner Das ist meiner Hat keiner da So, mit zwei Unterschiede Das war jetzt gar nicht mehr so hoch Pah, Anfängerglück Jetzt gehen wir in die letzte Runde Schnappe dir nur Was oben auf dem Bildschirm angezeigt wird Fertig 3, 2, 1 Und jetzt von mir aus Los Hier sind die Roten dran Die Roten sind auch dran Einen gelben Grad zwischendurch vernascht Schon jetzt aber neu Muss halt immer ein bisschen spekulieren Jetzt spekuliere ich halt gerade schon wieder auf Rot Ja, zählt noch als Ja, genau Warum auch nicht So, jetzt kommt wieder gelb Habe ich schon gelb? Kann ich ein bisschen aufholen Jetzt Oh, friss den doch nicht Junge Mach mich nicht wahnsinnig Ich würde den auch noch kommen Und jetzt wieder gelb Komm, gelb, 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 gelb Oh, da sind drei Zwei Noch drei Komm, einfach mampfen Einfach mampfen Nicht mehr aufhören jetzt Oh, noch einmal Rot Noch einmal Rot Noch einmal Rot Noch einmal Rot Ja, du hofft Gut Ja, Gott sei Dank Ah, das habe ich noch nie verloren Du solltest deine Belohnung haben Danke Wenn du magst Können wir an den ganz besonderen Spiel spielen Du musst die nächsten drei Spiele gewinnen Um drei extra Leben zu erhalten Aber jedes Mal, wenn du verlierst Schnappe ich mir eins deiner Leben Hier, da habe ich Angst vor Ha, ha, ha Du scheinst dein echter Hasenfuß zu sein Ha, ha, ha Glück, gemeine Wenn man sich überlegt, dass der mir jedes Mal so ein Leben klauen will Finde ich das jetzt nicht so hasenfußig Aber gut, da hat jeder seine eigene Vorstellung So, bei denen Guck mal hier, der hat wieder seine Füße draußen Nichts gelernt Nichts draus gelernt Jetzt können wir endlich diese Noten hier einsammeln Und diesen Jimbo befreien Puzzleteil Nummer 10 ist somit uns Martin, ein Schädel noch Die zwei Schädel noch Kamera Ja, du kannst pokern Du kannst super pokern Ja, die fünf Noten hätten wir eben schon sammeln können Aber Aufgepfiffen jetzt Mehr als neun Leben geht übrigens nicht So, und jetzt haben wir alles durch Und wie sieht die Statistik jetzt endgültig in Welt 4 aus? 24 Minuten Ja, kann man eigentlich nicht meckern, ne? Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten gekriegt Ja, das haben wir schon öfter gemacht, Bottel Sollst du mal aufpassen? So, wichtig ist jetzt aber, dass wir mit dieser Verwandlung die Welt verlassen Denn zum einen Gibt es da hinten noch einen leckeren Schädel Immer noch acht aktive Zuschauer sagt mir hier das Hier das Teil Wer ist noch alles am Leben? Schreibt mal alle Hallo in den Chat Wer noch alles lebt Würde mich mal interessieren Also, wenn ich das so nebenher laufe, ne? Dass ich mich so zum, zum Beruhigung nebenher nutze Ihr zoppt gerade was Und nebenbei guckt ihr mich, ne? Oha Wow Snobbit ist noch am Leben Ahoy Joe ist noch am Leben Ahoy und Hallo So So und jetzt entdecken wir nochmal die letzte Neuerung quasi noch Etwas, das wir nochmal quasi hätten zum Aufdecken Hallo Ich bin Cheeto, das magische Zauberbuch Ich kann euch ein paar tolle Cheats verraten Schweige du verlaustes Buch, sonst trifft dich mein böser Fluch Die Hexe hat das Buch verschlampt Ihr habt mich gefunden, das ist eure Chance Die werden wir sie nutzen Hocke mit den Cheatser aus Zauberbüchlein Einen Zauber will ich verraten Gebt auf dem Boden der Sandburg An der Treasure Trove Kauft den Code Blue Egg sein In Grundhildas Hexenhöhle sind noch andere Bücher versteckt Findet sie Drei, um genau zu sein Jetzt haben wir das erste befunden Ein so schönes Lied Und es ist sowas von extrem einprägsam, wie ich finde Anasch den jetzt mal ganz kurz Ich will nämlich wieder Honigwaben haben Ich mag das nicht, wenn ich keine vollen Honigwaben hab So und damit hätten wir jetzt Welt 4 abgeschlossen Jetzt kommen wir zu Welt 5 Die machen wir natürlich auch jetzt voll Und dann hätten wir schon 6 Der 9 Welten sind es glaube ich Waren glaube ich gar keine 10 So wie ich anfangs dachte 10 waren es glaube ich Ein Benji-Toi Momoba geht gleich aus Zauber, alle, alle Die erste Gen-Attacke So, Wasser gönne ich mir erst wieder nach dem Nächsten Level Und seht ihr die Kessel Die Kessel konnte ich bis jetzt Irgendwie noch nicht so richtig nutzen Die waren bis jetzt so halb useless Sag ich mal Nutzlos So Und schon wieder so Wenn man das selbst erzählen Das ist so wahnsinnig schlimm Hier gibt es aber ansonsten Nichts spannendes Ach ja Können wir noch was lösen Lösen wir erst das Und dann gehen wir in die Welt Hups Ne, warte mal Hier ist es Ah je Da muss er extrem schnell für sein Und er ist am Weg Aber er soll sich nicht kümmern Und die Flugplatte ist kaputt Ja, ich wollte eigentlich Genau, ich wollte ja da Und da oben wartet ein Puzzleteil An der zwölften Türe des Kalenders So Und dann nehmen wir uns noch einmal Dieses Ding hier zur Brust Flugplatte Genauer zu sein Äh Dann ein anderes Mal Das werdet ihr nochmal sehen Diese Mechanik Und ich glaube tatsächlich Wir müssen jetzt erst ein kleines Stück Wieder vorwärts gehen Bevor wir jetzt nochmal was erreichen können An der Stelle So, gucken wir mal Alle Moves haben wir Alle Moves haben wir Das heißt wir können jetzt Ab jetzt jede Welt Zu 100% lösen Das hält uns nicht mehr auf Aber hier ist schon der Eingang Zur nächsten Welt Ja Jetzt sehen wir schon die nächsten zwei Welten Bevor es eigentlich offiziell los geht Beziehungsweise Das ist immer nicht Aber wir müssen Hier sind wir richtig Das HST war schon mal nicht falsch Logische Schlussfolgerung Wenn es hier nicht falsch ist Es ist richtig Keine Sorge Ich mache natürlich die Eiswelt noch Freezy Zee Peak Es liegt halt gerade nur auf dem Weg Schön Diesen Ort hier kann man übrigens Glaube ich sehen Äh irgendwo sehen Oh da hat es knack gemacht Da hat es knack gemacht Eigentlich schon ein bisschen seltsam Dass die hier so ein So ein Konstrukt hat halt Mit den Bildern und so weiter Das mit den Bildern ist natürlich auch Aus Super Mario 64 Wobei der halt natürlich nicht direkt reinspringt Sondern er vervollständigt sie Also hat man die Idee quasi Vervollständigt Puh Den Schädel gibt es noch gratis dazu Jetzt nur noch den Ausgang finden Da Und wo die Sangsschreie zu hören Was stört dich Die Schreie zu hören Die ich mir richtig mitbekommen Und die letzte Welt dauert mit Abstand am längsten Die dauert mit Abstand am längsten Rusty Bucket Bay Ein schweres Pflaster Ein schweres Pflaster Das ist die vorletzte Genau Zödele 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 Also genug Zödele Weiter geht's Wird der friedlichen 100%-Show Wird bereit für Ticket now www.com Hier haben wir alle glücklich gemacht Genau Bobby wollte uns herausfahren Er wollte gegen jemand kleines kämpfen Gegen jemand kleines wollte er kämpfen Er traut sich Oh nee Oder Das habe ich natürlich nicht mit bedacht Dort habe ich nicht mit bedacht Aber das macht jetzt nichts Diese Diese Dinger da Die sind Sie soll jetzt einfach nicht stören Das schafft ihr auch nicht Meine Nerven sind aus Stahl Putzer Ruckler hier Mensch Mensch So jetzt Mumbo Jetzt darfste Ah keine Schlägerei anfangen Wir sind ungeduldig Ich weiß Aber das muss sein Wenn du jetzt ganz dick Und große Zähne haben Hahaha Lol 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 Würdet ihr nie sagen Übrigens So Dann haben wir doch Ein Walross Das wir irgendwie glücklich machen müssen Äh Du nährst Du nährst Um diese Not Und dann haben wir die schon eingesammelt Ich glaube die haben wir nämlich noch nicht eingesammelt Und ich glaube Ja seht ihr Das sind die die nachher fehlen wieder Und dann fragt sich der Depp Mensch Wo habe ich denn jetzt nur die letzten Noten wieder gelassen Ne oder Die letzte Note Das ist neu Nein Nein Nicht schon wieder Egal Es gibt ja nicht so viele Quellen Die man absuchen könnte Bin mir sicher Wie finden die Ich laufe jetzt aber nicht mit dem Ich mache jetzt erst die ganzen Rätsel Gleich finden wir ja schon auf dem Weg Die letzte Note Der weiß das schon Da will ich hin Zu dem guten Zu dem guten Weniger guten Walross Das ganz böse ist zu uns Hi Wow Noch ein Walross Nimm das Aber nimm dich in Acht Vor dem stinkenden Bär Und dem doofen Vogel Der Witz ist Wir müssen jetzt auch noch einmal da rein Und zwar einmal als Walross Und einmal als Bär Hi Kumpel Schau dich in Wassers Höhle Ruhig um Ja das machen wir doch mal glatt Und was finden wir denn da Ein Dankeschön Und ein Leben mehr Wenn das nicht schön ist Und die Leben füllen sich wieder auf Oh Und jetzt seht ihr auch schon den Grund Warum wir hier wieder als Bär und Vogel hin müssen Ja ich werde mich nachher zurück verwandeln müssen Das ist ärgerlich Es ist ärgerlich Warte mal da oben War doch War da oben das Ziel Oder war da oben Oh da ist noch ein Fädel Jetzt habe ich ihn gesehen Jetzt muss ich ihn einsammeln Jetzt gibt es kein Zurück mehr Oh der ist so langsam Es gibt aber auch keinen Schnellmachknopf hier Der bleibt so langsam Ah ne hier ist nur das Ziel Und ein extra Leben das nichts mehr bringt Okay wo war denn jetzt nochmal Auf der anderen Seite der Karte natürlich Was fragst du eigentlich so doof? Ja Immer wieder schön Hey 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 Beruhigt euch doch Ähm Wann wird das eigentlich wieder passieren? Wie sind wir schon wieder an diesem Punkt gelandet? Eine einzige Note fehlt Traurig Kollege Kollege Byros Lust auf ein Rennen Dann hüpfe auf den Schlitten Natürlich habe ich Bock auf dem Rennen Auf geht's Super Jetzt musst du nur noch den Schlitten durch die roten Schlalomstange lenken Und schneller als ich sein Klar? Drei Drei Zwei Eins Weiz Und der freut sich Wohey Der freut sich Oh Wollt sie so sehr Dass er uns wegschubsen würde Nur um zu gewinnen Oh Nicht runterfallen Wohey Wohey Ich finde den Typen klasse So Jetzt kommt die böse Kurve gleich Jetzt dringt er uns gleich ab Jetzt pass auf Boah Fies Jetzt winkt er uns bei Wir sollen bitte eine Herausforderung für ihn sein Oh Ja ich bin zwar klein Aber ich bin nicht so schlecht wie du dachtest Was? Wow Du bist gut in Form Kumpel Respekt Das hier ist deine Belohnung Ich suche mir einen schwächeren Gegner Erst den Kleinen Ja Der Kleine ihn fertig gemacht Und jetzt sucht er sich einen schwächeren Gegner Oh Mich putt putt Pat Ich muss noch die blöden Noten suchen Die letzte Note Die allerletzte Sag mal Das ist mir noch nie Ich stimm nicht Seit der zweiten Welt Damals Noch nie passiert Ich habe ja immer noch die Hoffnung Dass irgendwie Beim Mumbo da oben Jetzt im Wasserbecken Die letzte Note Dass ich die irgendwie vergessen habe Oder so Hier zum Beispiel Irgendwo Hier zum Beispiel irgendwo Ich glaube da waren Federn oder sowas Da läufst du dich dumm und dusselig Da machst du nix Bleibt nichts anderes übrig Als nochmal mir den Schal genau anzusehen Auf dem Schal vielleicht eine durchgekommen Oder eine vergessen Viel mehr Möglichkeiten hat es halt hier nicht mehr Frechheit Jetzt gucken wir uns den Schal an Vielleicht finden wir hier irgendwo eine Note die wir vergessen haben als wir eben zweimal hier oben waren und vielleicht Oder haben wir ganz oben eine vergessen Das kann natürlich auch sein Das wäre mega blöd Oder der Baum fällt mir halt mal rein Es wird spannend Die haben wir Nein wir haben Hier tatsächlich alle Jetzt gibt es noch auf dem Schneemann ganz oben welche Er weint goldene Federn Ja ganz natürlich Hallo Lute Autsch Nee hier ist auch keiner Hier ist auch keiner Sondern haben wir hier den Schneemann schon mal komplett abgehakt Und was habe ich jetzt gerade noch vom Baum Vom Weihnachtsbaum Da könnte jetzt noch was sein Da habe ich ja nix gesehen Aber da gibt es ja sowieso nix Aber oftmals ich nicht sterbe jetzt hier wegen diesem ganzen Mist Müssen wir glaube ich schon unseren vierten Harald zur Strecke bringen Da ist nur eine goldene Feder Also haben wir hier auch alle Noten Da kann es tatsächlich auch im Baum nur noch sein Sonst fällt mir nämlich hier leider wirklich nichts mehr ein Auch hier nix Federn und Eier Aber auch mit Federn und Eiern kann ich gerade nix anfangen Warte mal Sag mir jetzt aber nicht Das wäre jetzt fies Ich habe da so eine halbe Vermutung Was ich jetzt tun muss Um an die letzten zwei Noten zu kommen Und das hat was mit diesem Schneemann zu tun Tatsächlich Ja aber hier ist nix Passt auf wenn das jetzt so ist Dann Dann muss ich mich leider ohrfeigen Weil irgendeiner der Schneemänner hat doch hier Ach man Irgendeiner der Schneemänner hat doch hier die Platte Ach Mönchel Das gibt es doch nicht Jetzt brauche ich aber Harald Jetzt nehme ich Harald zur Sicherheit Weil sterben möchte ich jetzt nicht unbedingt Werben ist uncool Also einmal Harald bitte Dieser Welt hier halte ich mich aber lange auf Oh Blöder Schneemann Ja so ist das halt wenn du was vergisst Wenn du diese eine blöde Note vergisst So pass mal auf hier Kamerad Schnürschuh Hier spawnt doch glaube ich auch noch eine Note Irgendwo ist da eine Note gespawnt bei einem Schneemann heute oder? Ich glaube das zu wissen Hier vielleicht Keine Note Nun wartet Boggy auf sein Finale Auch keine Ich dachte echt Da wären Noten gespawnt bei irgendeinem Schneemann Okay dann Guck mal was da oben noch rumfladdert Auch keine Boah das enttäuscht mich jetzt richtig Das macht mich jetzt richtig traurig Schneemann Schal Haus Haus Hintern Haus Auch hier ist nichts hinterm Haus Das ist ja Das ist jetzt Das ist sowas von bitter Leute Das ist sowas von Mega bitter Gerade Oh Hey Im Haus der Kinder Hey Kumpel Wie wärs mit nem Wettrennen Er sei nicht so feige Mann Hat auch wieder Bock Und jetzt haben wir die Turnschuhe Jetzt können wir die natürlich besiegen Auf Geht's Jetzt ab Na nu ist meine Oma Ist schneller als du Ich hab ja auch jetzt hier blöde Suche Blöde Suche hinter mir Ey Wüsste nicht wo jetzt dieses blöde Ding war Die blöde letzte Note Jetzt schubst du Dieser miese Drecksack Nein Hier nicht Oh Echt jetzt hat er uns jetzt im letzten Moment nur überholt Eben Boah Nö Okay So nicht so Wir fahren noch ein Rennen Ja Drücke A Wenn du dich traust Drücke B Wenn du ein Weichei bist Dräng dich an kleiner 3 2 1 Los Was gibt's denn nicht Ja 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 Ich geb mir ja Mühe Ey Junge 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 Das ist ja nicht mehr so richtig schön Ja Jetzt haben wir guten Vorsprung Den holt er gleich wieder auf Da kommt er wieder In der Kurve Da kommt er wieder Oh je Oh je Da hat er uns wieder eingeholt Komm mal abkürzen Komm mal hier springen Ja Können wir Können wir Können wir Und Ab geht's Oh Müsst wieder verloren Die zweite Zweite Puzzleteil Hier Jetzt hab ich aber keine Geschenke mehr Langsam Ja So Die Puzzleteile Haben wir damit Fast Müssen wir noch einmal hier rein Und den Gewaltig nerven Und wieder Dieser B Hinter der Gibt's übrigens Den Eisschlüssel Ja 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 Eine lächerliche Note Das ist doch Reine Schikane Reine Schikane Ich wette der ist jetzt ganz oben auf dem Rückweg Liegt jetzt eh auf dem Rückweg Und wir hätten uns das alle sparen können mit der Suche Ich sag's euch Ich sag's euch einfach Och guck mal da So jetzt sind glaube ich endgültig alle eingeschlafen Nach der halben Fail Parade hier Andere hinten dran Irgendwo noch Noten Ne Ne Es müssen Die müssen jetzt Die müssen jetzt Oh lieber Gott Die müssen jetzt hier sein Die letzte Note muss hier sein Ja Die Kleinen sind heute so anstrengend Bobby braucht etwas Schlaf Das haben wir am letzten Let's Play nicht gesehen Letzten Let's Play haben wir aber eine Note gesehen Och Es fehlt doch eine Note Es fehlt doch genau eine Note Ich bin nicht blöd Ich weiß aber nicht mehr wo Ich weiß nicht mehr wo noch eine blöde Note sein könnte Die Stolpernote haben wir auch Es bleibt nichts mehr übrig Wir haben hier gesucht So Das hier haben wir alles fertig Hier habe ich gesucht Hinter dem Haus Auf dem Haus Überall geschaut Bei Mumbo haben wir alles komplett auf den Kopf gestellt Zwischen den Beinen des Schneemanns gab es Noten Eine Runde hier verrät mir Hier ist nix Eine Runde da verrät mir Hier ist auch nix Bossa Alle vier Noten hier gesammelt Keine Noten Lediglich Federn Und ein extra Leben Beim Geschenk Oben war ein Jinjo Hier waren Noten Sonst waren hier keine Noten mehr Schneemann komplett durchsucht Auch beim Schneemann Haben wir keine Noten mehr gefunden Ich habe ja so ein bisschen Angst Ich habe so ein bisschen Angst Das ist, dass dieser Spielstand hier jetzt nicht komplett wird Weil ich eine Note vom Schneemann im ersten Teil vergessen habe Als ich den sammeln konnte Das ist super traurig Hinter Harald ist keine Note Wo kommt denn das auf einmal her Das kann alles nicht sein Das darf und kann alles nicht sein Zum Teil Danke, Joe Was ist denn diese letzte blöde Note Jetzt Das vergibt es mir schon ein bisschen Kann man hier mal zurückspulen und gucken, ob ich irgendwo eine Note liegen lassen habe Wird doch wohl jetzt nicht so ein Blindfisch gewesen sein Aber ich mache dich mal weg Sorry Hier geht es ums Verrecken keine Note mehr Hier geht es einfach ums Verrecken keine Note mehr Hier gab es glaube ich nur Eier Ich glaube das jetzt einfach nicht Hier nochmal jede Ecke abgehen So, aber dann war ich doch jetzt wirklich überall Also ich war doch jetzt wirklich Also wirklich war ich doch jetzt überall Hier sind noch zwei Dinger von Harald Auf dem Schal ist nichts mehr Ich habe alle Noten auf dem Schal eingesammelt Ja, Fahrt, Freunde, Fahrt Sehr fader Geschmack Blöd Hätte ich eigentlich nicht mit gerechnet hier mit diesem Mister Abgehakt hier, der ist abgehakt Komplett Komplett hinten und vorne keine Note mehr Da tut er sich wieder weh Macht aber nix Hier war der Mumbo Schädel Gibt es doch nicht Irgendwo hier im Wasser Hier unterwegs Ich habe doch jetzt die ganze Welt nochmal mir angeschaut Also wirklich jetzt Ist doch nicht die Möglichkeit Leute, Leute, Leute Hier ist auch nix im Wasser, ne Ist gar nix Es gäbe jetzt aber auch hier ehrlich gesagt Keinen Winkel Bei dem ich irgendwie mich erinnern könnte Dass man Noten irgendwie bewusst vergessen könnte Das muss wirklich eine Schusselaktion gewesen sein Oder es war dieser Schneemann Es kann eigentlich nur dieser Schneemann gewesen sein Oder im Wasser Gibt es irgendwo eine Stelle mit Noten noch Die ich Kann nicht mehr im Kopf Aber ihr seht es ja gerade selbst Ich meine, das ist ja jetzt Ich bilde mir das doch jetzt gerade nicht ein Ich war doch jetzt wirklich zweimal überall Wahnsinn, übermorgen hier im Livestream Kann nicht sein, Leute Das kann nicht sein Nee, ich habe jetzt alles abgesucht Ich habe jetzt wirklich alles Nochmal komplett aufs feinsten Säuberlichste abgesucht Aber hier ist nix mehr Kann mal jemand bitte Also ohne Witz Könnte jemand mir einen Gefallen tun Und könnte mir sagen Ob ich irgendwie beim Schneemann oder so Tatsächlich Dass wenn man den einmal gemacht hat Dass er dann gespeichert wird Als Dings Und dann irgendwie nicht mehr gemacht werden kann Das hier ist doch unmenschlich Kann mir niemand erzählen Kann jetzt nicht irgendwie zum zwanzigsten Mal Die ganze Welt hier nochmal ablaufen Und hier beim Walros war ja nix mehr Das war ja davor Nein Nein, 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 nein. Nö, bringt nichts. An der Stelle gehe ich aus dem Level. Ich wüsste nicht, ich wüsste nicht, wo hier noch eine Note jetzt wäre. kann ja nicht sagen kann ich niemandem sagen hier ist wirklich nix ja die kleinen anstrengend eine sache eine richtig blöde sache dann gehen wir einfach weiter in die nächste welt beziehungsweise ich mache mal ganz kurz eine pause muss man ganz kurz auf toilette und so und wir hören uns dann gleich wieder bis gleich denke in den guten 15 minuten bin ich wieder da ich noch mal kurz pinkel und trinkpause bis in 15 minuten wir sehen uns um halb zirka wieder und Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 kann mir niemand erzählen das kannst du auch niemandem erzählen hätte nie gedacht dass dieser level mal ein problem wird in der höhle gibt es auf jeden fall keine höhle gibt es keine hier um das geschenk hier gibt es vier ich dachte eigentlich wirklich eben das ist eine von denen wäre so dann geht es hier oben auf dem geländer hier gibt es auf jeden fall welche weil die auf dem geländer hier haben wir ja auch schon so und dann gibt es hier die dinge gibt es den dinge dann geht man da weiter genau vier müsste es hier geben so dann gibt es hier drumherum welche ein baum gibt es in einen ring das ist der erste ring erst ring hat die noten und wir waren schon zweimal hier also das ist jetzt das ist ganz harte kost hinter dieser säule die man nicht sieht okay diese note werde ich nie wieder vergessen in meinem ganzen leben also statistik schlecht wie nie schlecht wie nie zwei oh mein gott um himmels willen schuldigung gerade komplett durch den wind 50 minuten in dieser welt wir haben fast eine stunde in dieser welt verloren wie dumm ja es war wirklich sehr 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 dumm aber jetzt kann ich heute nacht gut schlafen egal um wie früher das auch sein wird so jetzt können wir weitermachen jetzt können wir jetzt habe ich neue neues feuer gesammelt jetzt können wir die dritte letzte welt angehen und die können wir direkt wieder lösen es gibt kein kein jahr ich muss hier wieder raus und bla 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 aber nein jetzt wird alles durchgezogen bevor wir in die vorletzte welt gehen die letzte welt eher gesagt machen wir noch die cheat codes warum will ich mich jetzt hier drauf stellen leute jetzt jetzt langsam merkt man dass ich müde werde ich hoffe ich erinnere mich nachher noch an die ganzen grundhilder dinger denn beim quiz zu sterben ja leute beim quiz zu sterben das wäre jetzt richtig böse das wäre richtig böse so nichtsdestotrotz notenproblem gelöst neue probleme können folgen also erstmal das haus im haus hier schön erstmal alles weg machen willkommen in der mad monster menschen übrigens ich krieg jetzt keine ordentliche begrüßung mehr in der welt zusammen anscheinend Mikrofon 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 aber ganz schön heftig Mad monster menschen genau so noch mal sammeln auf jeden fall mache ich jetzt zu aller nähe zu aller erst bevor ich irgendwas anderes mache alle fenster auf denn die fenster brauchen wir später auch noch bei der verwandlung Irgendwanns von den zimmern war tatsächlich irgendwann auch noch mal wichtig mit noten und so weiter und da waren auch fiese Noten dabei Dieses hier war es nicht wirklich nur ein zimmer mit monstern und dings hat tatsächlich Ja so kann man sich aber auch selbst einspielen So kann man sich selbst einspielen und dann sucht man und sucht man und ist komplett verzweifelt Häftig habe ich keine lust Die kann man nur mit der feder besiegen Wirklich nur So Jinjo Nummer eins in dieser welt jetzt müssen wir das natürlich jetzt will ich mich natürlich umso mehr hier beeilen Die noten sind gemein Genau vier stück die sind hier hinten versteckt Bei diesem Puzzleteil hier Ich mag Puzzleteile So 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 Versteckt sich hier noch Nischt Das hier ist auch so ein Stop and Swap Raum Ich zeige euch kurz die Musik Äh geil Wir haben so ein Ei Yes Eben nicht Weichert nämlich Wir haben noch konstant acht Zuschauer Das hätte ich ja nicht gedacht Ich hätte eigentlich gedacht, dass spätestens nach diesem Nach diesem Fauxpas hier, dass da Schluss ist damit Die Noten hier an diesem blöden Dings da Nehme ich auch direkt mit An dieser Regenrinne Und wir beginnen mit den Hausarbeiten Hier gab es anscheinend auch nur so ein Ei Und die ekelhafte Toilette Toilette ne Sagt man ja eigentlich Hallo Held Wer sollte denn auch in nem Klo passen wollen Held Überhaupt nicht ekelhaft Das erste Zimmer war das Baalehibenzimmer Irgendwo kommt noch ein Zimmer das tatsächlich Au Nützlich ist All updates denn erstmal nützlich Aber ich glaube hier war auch die Die, 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 genau. Die zweite Warp-Dingsbums. Da kommst du so einfach nicht dran. Du bist zu dick als Bär. Wie sie schon erwähnt haben. Und ich lass mich hier dauernd treffen, ey. Boah, ich lass mich dauernd hier treffen. Wichtig ist, dass man, wie gesagt, hier die Vorbereitung in dieser Welt ist, mach die Zimmer. Du machst die Zimmer, sonst mach ich die Zimmer dich. Und das will schon nicht. Müssten alle gewesen sein, jo. Mach dich vom Acker jetzt. Ich bin jetzt noch geladen von der Schneewelt. Aber dass wir immer noch Zuschauer haben gerade. Also immer noch aktive acht Zuschauer. Das hätte ich, wie gesagt, hätte ich nicht gedacht. So, was war hier auf dem Bett? Ich glaube ein Jinjo. Und ich täusche mich nicht. Diese Truhe war nicht aufmacht. Ah, da hinten war ein Schädel, wenn ich das... Ne, eine Feder. Eine Feder. Und vier Noten. Ah, vier Noten. Note, Note, Note. Anstatt Boote, Boote, Boote. Wie in How I Met Your Mother. Nein, Note, Note, Note. Note, Note, Note. Und ein Schädel. Grausig, grausig. Äh, diese Noten. Diese Noten sind grausig. Hier ist der Notenraum. Der so ein bisschen gemein ist. Hier musst du wirklich auch an jede Ecke gehen. Kannst du keine auslassen. Denn hier ist die... Die Note des Todes. Hier ist gemein. Die vergessen die meisten. Damit hätten wir hier auf diesem Haus alle Noten gesammelt. Jawollski. Und wir gehen in den Kamin. Gut, dass der schläft. Den Schädel gönnen wir uns. Erstmal auf den Tisch und das Puzzleteil klar machen. Oh, die Hexe wird fluchen. Ihr Gold muss sie nun suchen. Ich werde dich bald rächen und wie Stäbchen euch zerbrechen. Das glaubst auch wirklich nur du. Puzzleteil Nummer 2. Noten nicht verknoten. Nicht vergessen diesen Boten. Und das nicht mehr nur benoten mit den schlechtesten Noten. Denn wir haben sie verloren und verboten. Blablabla. Wer war? Extra Life brauchen wir nicht. Ansonsten gibt's hier nur lustige Bilder. Und eine Tür zum Einschlagen. So, Haus beendet. Keller beendet. Labyrinth. Noten im Labyrinth. Wichtig. Noten in diesem Labyrinth sind... Gut versteckt. Ja, da bin ich. Jinji Nummer 4 schon. Krass. Du lässt es ja doch nicht sein. Das kannst du dir nicht verkneifen. Noch einer von denen. Ja, komm. Und ich, warum ich immer Angst hatte, dass die Federn irgendwie leer werden. Ein Totenschädel. Müssten eher sind nur Noten. Seht ihr, da sind noch zwei Noten. Ich wusste es doch. Da sind noch Noten. Ja, der hat den Harald greifen wir nicht an, denn der hat die Bienen auf seiner Seite. Und ein Harald mit Bienenfreunde, den wollt ihr nicht ärgern, glaubt zu mir. Den wollt ihr definitiv nicht ärgern. So, Labyrinth. Abgeschlossen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn hier geht's nicht weiter. Boah, hohoho. Äh, hier geht's wieder raus. Ja, was heißt abgelaufen. Müssen wir halt von der anderen Seite nochmal ran. Von dieser Seite können wir nichts aufmachen. Nicht auf diese Platte da. Wäre Platte. Katerstofal. Noten. Und ein Jinjo. Der letzte Jinjo. Das ist schon der letzte Jinjo. Und wir kriegen das Jinjo-Puzzleteil. Das ist ja verrückt. Das dritte Puzzleteil ist das Jinjo-Puzzleteil. Nee. Schon wieder eine geschlossene Tür. Ja, da mach ich erst eine Tür auf, bevor ich die jetzt benutze. Machen wir die Kirche als nächstes. Lassen wir die Kirche im Dorf hoch. Hohohoho. Boah. Dieser schlechte Jock. Die nehme ich direkt mit. 50 Noten, Leute. Toi, toi, toi. 50 Noten. Ja. Dann war da gemein. Diese Kirche hat in sich... Das war eine Sekunde zu viel, glaube ich. Nein, 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 nein. Oh. Noch eine Sekunde hätte es aber nicht sein dürfen, ne? Hier sehen wir Mozart. Genau umgucken. Hier sind wieder Noten überall. Oh. 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 Hallo, Geist. Tschüss, Geist. So. Energiewaben sind voll. Sehr schön. Oh mein Gott. Das beruhigt einen doch. Willst du auch noch ein bisschen Action? Du willst doch auch Action. Ich seh das doch. Geister weg. Schön. Gleich brauche ich das nochmal. So. Hier sind überall Noten auf diesen Bänken. Oh. Wenn wir Rusty Bucket Bay erstmal haben, Leute. Dann ist der schlimmste Teil des Spiels geschafft. Rusty Bucket Bay, der Maschinenraum. Boah. Und ihr müsst euch vorstellen. Ihr habt... Jedes Mal alle Noten verloren auf der N64. Jedes Mal, ungelogen. Wenn ihr tot wart. Ähm. Und es ist ätzend, alle 100 Noten wieder zu sammeln. Auf der Xbox-Version hier, da speichert das alles. Das ist weniger tragisch. Es ist zwar noch nervig. Aber es ist weniger tragisch. So habe ich diese Noten hier jetzt wirklich geholt. Ey, Mann. Jetzt kriege ich hier schon... ...übelsten Neurosen bei dem ganzen Zeug hier. Gut. Schön ist auch zu sehen, wenn man weiter weg von Harald mit den Bienen ist. Dass diese Bienen erst sich anfangen zu bewegen, wenn man eine gewisse Reichweite hat zu ihm. Ich habe nur gewissen Punkte halt erst. Hier ist keine Note. Dann gehen wir Klavier spielen. Mutzhorn spielt auf seinen Orgelkasten. Du kannst meckern. Merken wir die Tasten. Das hier, das muss man sich eigentlich gar nicht merken. Man muss es eigentlich nur immer dann machen, wenn er das gerade gemacht hat. Und es ist einfach nur ein... ...einfach nur ein Zeitfresser an sich. Bitte, weil man kann die Tasten direkt drücken. Gleich war es ursprünglich so geplant, dass man sich das merkt. Und dann haben die Entwickler gedacht, nö. Vielleicht doch nicht so geil. Weil das irgendwie doch so ein bisschen... ...außerhalb vom Bild ist, was man da manchmal sieht. Du hast Talent. Doch nun sieh her. Mache es mir nach. Es ist nicht schwer. Muss man echt zwei Runden machen, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Die Kälerei ist ja unerträglich gerade. Aber nix da, es wird nicht geschwächelt. Vieles ist nimmer. Ja, hast du es dann gleich hier? Und er verschwindet. Das war sehr gut, war richtig fein. Nehme das Puzzleteil und stecke es ein. Mit Freuden, mit Freuden und Wonne, begebe ich mich Richtung Sonne. Uh. Muss immer weiter nach oben, weil ich jage das Puzzleteil. Reimen ist mir ein liebstes... Äh, ja, nee, jetzt nicht mehr. So, die zwei noch, dann haben wir schon 60 Noten. Und dann geht es noch weiter bergauf hier. Hallöchen, Popöchen. Aua, mein Kopf. Das tut weh. Wichtig ist, dass man dieses Teil hier nimmt. So. Gibt es keine Noten. Hier gibt es nur die Toten, wenn sie runterfallen. Jetzt seht ihr, warum wir dieses Puzzle noch mal machen müssen. Das war zu spät. Normalerweise kannst du halt noch abfangen. So, das müsste hier alles gewesen sein. Jetzt wisst ihr auch, warum ich diese Honigwabe hier liegen lassen habe. Damit ich mir die oben angucken kann und nicht mehr hochkomme. Aha, aha, aha. Aua. Aber ich darf mich jetzt nicht abbringen lassen von dem Plan. Ich habe jetzt die Kirche gemacht. Ich jetzt auch erst mal wieder zu. Predigt vorbei. So, hier geht es nämlich noch lang. Und zwar ich sehe auf diesem Dach auch Noten. Wir mussten im Prinzip das machen, was ich in der Wüste aus Versehen gemacht habe. Wir mussten direkt darauf. Und hier machen wir jetzt das berühmte Gläserrücken. Gläserrücken habe ich damals auch mal gemacht mit Family und auch schon mit Kumpels. Joa, ich bin jetzt nicht esoterisch. Ich glaube das nicht. Säge rüchst, mein Träger. Lose das magische Rätsel. Löse das magische Rätsel. Und das Puzzle-Legadeer. Oh, ein so schweres Rätsel. Was könnte man hier nur für ein Wort schreiben? Wo ist das N? Gibt mir das N. Jo. Oh, der kommt da. K. K, 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 K. Kaufer ein zweites A. Da ist es. Da. Unten war noch ein O. Oh, oh, I, E. Da haben wir es. Ah, genug weg. Schlimm hier, diese Leute immer. Es ist vollbracht, das Puzzletall sei dein. Ich bin erlöst. Ja, von mir aus. Ja, da. Spielt doch kein Gau mehr, ey. Na, da löse ich halt schon, Leute. Warum auch nicht, ne? Ist ja immerhin nett. Ich glaube, zu wissen, dass man jetzt von hier aus das Ding öffnen konnte. Yes. Hier konntest du recht wenig machen, aber du konntest hier Noten sammeln mit Banjo. Das konntest du. Genau vier Stück. Einmal diese beiden, die wir gerade gesammelt haben. Und. Diese hier. Diese hier. Die mit der Mühle. Oh. Knabbern sie wieder an uns. Ja, ich glaube, du konntest nicht in den Brunnen gehen oder sonst irgendwas. Das hat dir ja nichts gebracht. Du bist da nicht reingekommen, oder? Da bist du reingekommen, aber das war voll schwer, mit dem da rumzucruisen. Nee, war es nicht. Ist halt mit dem, mit dem, mit der Verwandlung an sich ist es halt leichter. Weil du nämlich da nicht reinkommst, siehst du? Trinkst du auch mal ganz gerne. Ja, oder schlägst du hier die Zähne an? Nee, 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 nee. Das machen wir nachher. Das machen wir nachher. Warum ist der Brunnen jetzt eigentlich so verdammt riesig geworden? Das wäre mal interessant zu wissen. Gibt es hier irgendwo Sklette, die ich platt machen könnte? Oh, ja, da gibt es auch eins. Und die gibt es auch noch. Oh, nee, auch das Wasser. Oh, Mann, ey, wie dumm. Wie unglaublich dumm. Ja, die Level werden härter. Du wirst du öfter getroffen, ne? Dann machst du nix. Dann musst du einstecken. Gehen mir die Federn aus. Boah, echt jetzt? Versteckt sich jetzt noch ein blöder Schädel da? Bis gesehen, muss es anfassen. Muss es mitnehmen. So. Wieder hier bei den Bienen, Haralds, glaube ich. Oh, nee. Kann doch nicht in den Reihen laufen jetzt da. Mach jetzt den Bienen-Harald auf. Achtung, jetzt seht ihr gleich, was passiert. Er verteidigt sich. Hände weg von meinem Honig. Aber ihr werdet es bitter bereuen. Ui, 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 kalamba. Okay. Jetzt kommen die fragwürdigsten Teile, die es überhaupt in einem Banjo-Spiel geben kann. Passt auf, was ich... Ihr wisst gleich... Gleich werdet ihr wissen, was ich meine. Äh, du nervst nur. Diese Teile, passt mal auf. Hört mal genau hin und sagt mir... Schreibt mal in den Chat, was ihr versteht. Danke. Da bin ich jetzt mal gespannt. Denn, äh, ich verstehe da... Also, ich kann mir denken, was es sein soll. Ja? Aber ich glaube... Man kann das auch falsch verstehen. Aua! Ein schöner Special-Raum. Banjo-Kazooie. Hopst da einfach rein, als wär das nix, ne? Einfach nur... Weil ich die 100% Jagd rieche. Danke. Wie dann, ne? Also, ich denke, es soll, äh... Punk-Q heißen. Für Danke. Schön. Danke. Aber man könnte es auch so verstehen, dass der Typ irgendwas auf Englisch sagt, was irgendwie so viel bedeutet, wie, äh... Ich muss jetzt was sagen, weil... Weil du mir gerade irgendwie in den Topf geschissen hast. Bist du hier? Aber das bleibt jedem selbst überlassen, was da steht. Okay, ich jedenfalls gehe jetzt hier hoch. Am Halse. Junge, äh, nicht von dem Ding fallen. Ist halt das Blöde, wenn du mit Kasui unterwegs sein musst. Die steuert sich halt nicht so genau. Ist halt schnell. Aber das ist ja... Ja, ja... Bringt dir halt im Endeffekt nix, ne? Ich glaube, jetzt haben wir gleich schon alles mit Verwandlungen fertig schon. Äh, ohne Verwandlungen fertig. Wenn's gelingt. Es gelingt. Ich kann pokern. Ist schön. Äh, da hat's geknistert bei mir. Was soll das denn? Nein, oh... Oh, nee, nee. Äh, ja. Wisst ihr, ich muss da ja zufälligerweise noch immer hoch. Äh, weil da gibt's ja noch sowas wie ein Puzzlet-TL, wisst ihr? Ist ja diese ganz feine Sorte von der Jübelschmiede da. Muss man jetzt aber auch erstmal... Muss man erstmal erreichen. Nee. Tschüss, Kazooie. Hi, Kazooie. So. Sauberst. Sauberst. Wir haben das geschafft. So, jetzt... Meines Erachtens verwandeln. Zwei Puzzleteile fallen mir ein. Und der Rest der Noten fällt mir eigentlich auch nur noch ein mit der Verwandlung. Dann hätten wir das. Da hinten dran noch was. Eine goldene Feder zum Mitnehmen. Lalalala. Oh, der wird aber ganz schön teuer, der Mumbo. Lässt sich nicht lumpen. Ah, da juckt's mir aber ganz schön, du. Da ist ja gar nix hier. Hier ist ja nix. Ah, das glaube ich nicht so ganz. Eine goldene Feder hat er. Der wird immer knickriger, der Schamane, ne? Der macht das einfach knallhart, zieht er das durch und hat nix mehr für uns. Das muss man sich mal geben. Und wir wurden zum Kürbis. Mumbo macht gut Kürbis-Zauber. Gut, wir tun in leckere Suppe. Nein, 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 bitte nicht. Schnell hier das Weide suchen. Wir können uns das nicht erlauben, hier als Kürbissuppe zu sterben. Und jetzt mache ich gleich mal was. Das muss ich direkt tun als Kürbis. Und zwar... Jetzt passt er auf, wa? Ich will mich aber nicht wehren. Nur Bienen. Ah, Bienengeflüster, Bienenknister. Hier war's. Hier war's. Genau den habe ich gesucht und genau den habe ich damit gemeint. Hier müsste nämlich hier aufs Haus. Und bring, 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 bring. Und zwar noch in mehrere Dinger. Zum einen hier. Mal die Federn und die Teile da holen. Bring, 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 bring. Äh? Dann war hier noch eins. Jetzt sind wir nicht mehr groß, ne? Boah. Gott, Leute. Ich brauch's, Kleider. Ekelhaft. Aber es bringt uns ein Puzzleteil. Für Puzzleteile tun wir alles. Wir tun alles für ein Puzzleteil. Jetzt kurz was gucken. 2 von 2. Das beruhigt mich grad ungemein. So. Das war hier oben alles mit dem guten Kürbis. Also mit 2 von 2 meinte ich eben die Konigwaben, ne? So. Die letzten 7 Noten. Hoffentlich waren das 7 Noten. Wenn das jetzt keine 7 Noten waren, dann muss ich leider wieder durchdrehen. Und zwar nicht zu knapp. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Dann muss ich euch nach der letzten Welt gar nicht mehr zutraut. Ja, ich auch nicht, Buddels. Ich auch nicht. Somit haben wir diese Welt auch komplett. Wir müssen sie wieder als, äh, ja, mit verwandelten Zustand quasi verlassen. Wenn es gilt, wieder etwas aufzudecken. Zwei Dinge sogar. Ja, zwei Dinge sogar. Und dann, bevor wir in die nächste Welt gehen, können wir tatsächlich alle Cheats benutzen. Alle Cheats erstmal eingeben, würde ich sagen. Ja, wir müssen das noch zweimal verwandeln. Was vergeigt. Hab die Tür hier nicht aufgemacht als Banjo. Ich hab die Tür hier wieder nicht aufgemacht als Banjo. Gut, dann machen wir das Ganze halt jetzt nochmal. Läuft nicht alles rund. Es läuft nicht alles rund. Aber Hauptsache, es läuft irgendwie, oder? Müssen wir das? Noch jemand am Leben? Noch jemand wach? Hallo? Moment mal, echt jetzt muss ich jetzt... Komm ich da jetzt nicht rüber? Diese Welt macht mich doch noch wahnsinniger, als ich es gedacht hätte. Und das ist... Ach so, wie weit? Ja, das habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Zwei Minuten... Ziehen wir mal zwei Minuten ab. Dann sind wir hier bei 30 Minuten. Das ist aber auch ganz schön ordentlich. Das ist aber auch ganz schön ordentlich. Ich hab jetzt ehrlich gesagt... Keine Lust... Für das letzte Mal hier mit den beiden da nochmal den Umweg zu laufen. Auf der einen Seite kommst du halt super ran, ne? Aber so halt nicht. Nächstes Mal, du. Das hast du eben nicht umsonst gemacht. Das kriegst du jetzt, ey. So, jetzt. Das können wir kaputt machen. Jetzt müssen wir uns verwandeln. Und dann können wir die zwei Dinge als Kürbis erledigen. Dann müssen wir auch nie wieder in diese Welt rein. Versprochen. Obwohl, diese Welt ging jetzt irgendwie, ne? Die ging jetzt doch relativ flott. Ich würde jetzt eigentlich nicht mal von einem steigenden Schwierigkeitsgrad mehr sprechen. Ich glaube, die sind jetzt bis hierhin erstmal alle gleich schwer gewesen. Und jetzt kommt... Jetzt kommt der Knaller. Also jetzt... Ohne Witz. Jetzt kommt die Knallerwelt schlechthin. Wenn wir diese Knallerwelt geschafft haben, dann ist der Rest des Streams... Der Rest des Streams ist dann Peanuts. Keine... Ja, es ist spät, Benju. Ich weiß. Aber fang bitte keine Schlägerei mit dem Schamanen an. Den brauchen wir noch. Oh oh. Zauber geht in Hose. Du, Mombo, Hose waschen. Und schleudern? Ha, ha, ha. Umbo Hose. Umbo Super Hosen. Bosen. Ja, langsam merkt man schon so ein bisschen. Ich habe ja echt Respekt vor den Leuten, die teilweise hier 24 Stunden Streams machen. Gut, ich meine, die leben ja auch davon. Aber Leute, die dann so krass drauf abgehen... Das können ich... Aber lässt du mich jetzt mal hier in Ruhe? Das könnte ich nicht. Kürbis kann sich halt gar nicht wehren. Hier kommst du auch nur als Kürbis rein. Und hier benötigst du tatsächlich auch den Mumbo. Denn sonst würde es dir ganz schön alt aussehen. Und es ist der einzige Mumbo, der in der Außenwelt verfügbar ist. Und somit ist auch Mumbo fast in jeder Welt. Geist. Zwei Fehlern. Zwei Fehlern habe ich gekostet. Die kann ich nicht aufmachen. Das kann ich aufmachen. Und damit auch den Wasserpegel steigen. Und das ist das Geheimnis, Freunde, für die nächste Welt. Für die vorletzte Welt. Für die schlimmste Welt. Rusty Bucket. Belehrt. Wirklich widerlich. Kürbis machen, Mumbo. Hunger. Ich mache einen Kochtopf. Fertig. Mach dich weg, Mumbo. Hab dich mal im Griff. Kommt der da entgegen mit dieser Körperhaltung da, ey. Mit dem will ich jetzt erst gar keinen Streit mehr anfangen. Und dann geht der mir auch nicht auf die Nerven. Bin logisch, ne? So, jetzt kommt die zweitschwerste Stelle an diesem ganzen Spiel. Pass auf. Wir müssen hier drüber hopsen. Problem ist, Kamera will nicht immer. Und es wird gelegentlich dunkel. Und der Kürbis ist sehr rutschig. Seht ihr? So. Und jetzt haben wir wieder was zum Mitschreiben. An der Decke von Krottildas Schlafzimmer hängen stinkende Socken. Decke oben stinkende Socken. Decken stinkende Socken. An ihrem Fenster steht ein Topf, in dem eine Venusfliegenfalle wächst. Die Pflanze am Fenster Venusfliegenfalle. Der langhaarige Zottel hat eine Freundin. Sie ist ein Trottel. Und Tildas Unterwäsche ist giftgelb gesprenkelt. Oh, ja, Schatzis. Ihr habt schon wieder kein Leben. Was ist denn mit euch los? Unterhose giftgelb gesprenkelt. Äh. Socken an der Decke. Und. Was zur Hölle war das dritte? Bär und Vogel haben das nächste Buch gefunden. Dafür gibt es auch einen weiteren Trick. Schweigebuch und zwar für immer. Sonst wird alles noch viel schlimmer. Hässliche Hexer, du sollst schweigen. Ihr gebt auf dem Boden der Sandburg den Code Red Feather sein. Da cool. Ah, die Venusfliegenfalle. Das war das dritte gewesen, ja. Gute alte Venusfliegenfalle. Wer weiß das nicht. Das hier, äh. Das hier ist jetzt nervig mit der Kamera. Denn die dreht jetzt nicht mehr komplett mit. In dem Moment dreht sie natürlich komplett mit. Gut, das ist alles bisher kein Problemchen. So. Ui. Hat ja geklappt. Leute, Leute, Leute von heute. Wie gesagt, wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann können wir noch, bevor wir nach Rusty Bucket Bay gehen, äh, die Cheats eingeben in der, in der, äh, in der Burg. So, in der Burg. Und dann hätten wir dieses Kapitel auch erledigt für das Spiel. Aber zunächst haben wir ja hier noch ein Puzzleteil. Nicht wahr, wir müssen ja noch mal in das, in die Augen eine Tatsache, in das prüfende Auge, ist es, es labere ich schon, also jetzt, jetzt wird es langsam Zeit hier, äh, jetzt labere ich nur noch ein Mist. Ah, ja, ich will endlich ein bisschen mehr Federn haben. Ich glaube, daran liegt es. Hätte ich mehr Federn, wäre ich, hätte ich mehr Federn, wäre es viel einfacher und würde jetzt schon besser funktionieren. Ja, ich bin dann ein Fehler. Hallö. Nicht ja. Die Dinge ausmachen. So wird das nicht. Aber ich glaube, da kommen wir so drauf, oder? Ich glaube, das müsste so gehen. Das geht tatsächlich nicht so, oder? Das geht so. Da kommen wir zumindest so drauf. Und Frühstück ist die gegrillte Grillen. Gegrillte Grillen zum Frühstück. Frühstück, gegrillte Grillen. Zum Abendessen gibt es Schneckenschleim. Frühstück grillen, Abendessen Schneckenschleim. Das warzengesicht lebt zur Nacht. Ich auch Apfel-Eiscreme. Frühstück. Abends Schneckenschleim. Was gibt's morgens? Oh, was gibt's morgens? Gegrillte Grillen. Gegrillte Grillen, Schneckenschleim und Nachtisch. Aug-Apfel-Eiscreme. Oh, lecker. Also wer da nicht gewisse Gefühle kriegt, da weiß ich's auch nicht. Schneckenschleim, gegrillte Grillen zum Frühstück. Schneckenschleim zum Abendessen. Nachtisch. Aug-Apfel. Bäh. Die alte. Also ganz knusperbar ist die halt definitiv nicht. Da machst du halt auch nix. So, das Wasser ist hier höher. Das ist schon mal gut. Aber ich glaub, hier per se bringt uns das nix. Erst im nächsten Raum. Da werden wir davon profitieren. Und dann schwimmen wir auch die Piranha. Was sind Piranhas? Schädel. Wir haben ja vor knapp zwei Stunden, glaub ich, die Monster-Menschen aufgemacht. Nee, da kann er nicht greifen. Dann müssen wir tatsächlich außenrum hoch. Okay. Dann gehen wir außenrum hoch, wenn die Kamera das auch möchte. Sonst war da aber, glaub ich, auch nix auf der Seite hier. Nö. Gut. Diese Welt hier müssen wir natürlich auch noch öffnen. Traditionsgemäß. Gemäß der Tradition. So, da oben dürfte jetzt noch ein Kessel sein. Ja, Spoiler. Und der passt zudem. Ich seh's nicht wunderschön. Es ist bequem. Und Schalter. Okay. Machen wir erst das. Nee, wir machen erst was anderes. Und zwar, wir holen uns jetzt schon das dritte Cheeto-Ding. Gehen dann zurück zu Treasure-Drove-Cove. Und von dort aus. Äh. Buch. Meist euch Buch. Ja. Du, Lizard. Einmal du. Hier war, glaub ich, an der Seite keine mehr von Brennhilder. Nein, hier ist keine Brennhilder. Und hier gibt's einzig und allein folgendes. Den Wasserschalter. Für was brauch ich denn jetzt, fragt ihr euch? Naja, findet es doch raus. Passt mal auf. Da müssen wir einmal hier durchschwimmen. Und dann hier hinauf. Sogar genau die richtige Stelle. Das ist ja mal, das ist ja Gold wert, Freunde. Gold. Und in diesem Fall ist es wirklich Gold wert. Ha. Seht warum. Ihr kommt langsam in Fahrt. Ihr beiden dafür gibt es einen weiteren Zaubercode. Da hilft kein Heulen und kein Flennen. Bald wird dieses Büchlein brennen. Die Gewitterhexe findet mich niemals. Der Code, den ihr auf dem Boden der Sandburg an der Treasure Grove Cove eingeben müsst, lautet Gold Feathers. Geil, ne? Wo läuft das? Dann einmal zurück den Code eingeben. Ich glaube, wir müssen sogar wieder den Eimer stopfen und die Krabbe nochmal besiegen. Das ist doch alles. Also das. Das geht doch zu weit. Und jetzt nutzen wir zum allerersten Mal nach so vielen Stunden das System der Kessel. Habe ich eigentlich... Da fällt mir was ein. Ich glaube, ein Puzzleteil... Ja, wir haben noch das Puzzleteil ja nicht geholt. Geht das mal zurückgehen. Da hätte ich mich nachher gewundert. Das ist nur aus der dritten Welt. Mensch, das ist ja... Das ist ja peinlich. Wir sind ja fast in die Hose gegangen. Warte mal. Eins zurück, ne? Ne, nicht eins zurück. Eins nach vorne. Nach vorne musst du, Depp. Zurück in Welt 2. Dort wohl fast alles begann. Ein mit Schmackes. Gar keine Zeit verlieren. Direkt zu unserem Ziel. Auch du hältst uns nicht auf. Oh je. Da kommt eins, Leute. Ich freue mich gleich auf mein Bett. Also wenn ihr das nicht live gesehen habt... Und ihr guckt euch das so an... Es ist jetzt halb zwei. Wir haben um neun angefangen. Um 21 Uhr. Also sind wir schon seit drei Stunden... Vier Stunden... Gleich seit fünf Stunden dabei. Hier in halb gleich. In neun Minuten. Ja, die willst du tatsächlich nochmal wissen. Oh, was fangen wir denn an? Hier, machen wir Red Feathers. Komm. Dü 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 Bauen wir da mit Goldfeathers. Ja, niemals wirst du das finden. Ja, 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 ich weiß schon. E.R.S. liegt so schön an einem Haufen. Yeah, 20 goldene Federn gehören euch. Ab jetzt könnt ihr das und das bis zu 20 dieser Dinger tragen. Jawohl, und jetzt kommen die Blue Eggs. Die Dumme steht euch ins Gesicht geschrieben. Da helfen auch die Feder nicht. Oh, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Irgendwas habe ich jetzt falsch vorgelesen. Die reimt nämlich normalerweise immer. Blue. Eggs. Wo ist denn das? Das hätten wir auch. Den Dialog gebe ich mir jetzt einfach mal nicht. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich das Spiel in einem Stück spiele. Und anscheinend kann man das echt relativ zügig durchziehen. Gut, es gibt natürlich Speedrunner. Die werden jetzt lachen. Wir denken, du bist ja doof, Alter. Was hast du denn da gemacht? Na gut, ich mache das halt ohne Tricks und so weiter. Ich mache das halt wirklich nur so. Einfach so. Und vor allem versuche ich währenddessen auch noch zu unterhalten. Also ich mache jetzt nicht irgendwie komplett zu 100% einstudierte Tricks und sowas. Nein. Ich mache das so. Vollkommen improvisiert. Gut, mit der einen Pause, die war halt ein bisschen blöd. Aber... Passiert. Vor allem, wenn man halt eine Note vergisst. Aber man vergisst schon eine Note zweimal im selben Video. Mehr vergisst er schon. Ich merke langsam, dass mein... Mein Unterbewusstsein immer mehr spielt. Und mein normales Bewusstsein sich drauf konzentriert, euch zu unterhalten. Mein Unterbewusstsein, müsst ihr wissen, ist übrigens... Viel, viel besser als mein... Nicht Untergewissen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Unterbewusstsein. So, Rusty. A fucking Bucket Bay. Jetzt geht der Horror los. Aber danach, Freunde, danach kann ich euch versprechen, danach ist es geschafft. Und gerade dort ist es wichtig, in jedem Winkel nochmal zu gucken, ob man alle Noten hat und so weiter. Weil das ist nochmal eine heftige Hausnummer. Vorne, das muss ich euch nicht zeigen, da sieht man den Raum von Mad Monster Menschen. Aber man kann theoretisch Mad Monster Menschen... Kann man das sogar springen? Interessante Frage. So, ich werde jetzt noch einmal einen Schluck Wasser trinken. Bevor wir in diese Hölle gehen. Ah, ja. Ah, ja. Sehr gut. Auf geht die wilde Fahrt. Rusty Bucket Bay. So, die Noten nehme ich jetzt tatsächlich als aller, 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 allererstes. Denn, äh, ja. Hab schon sehr oft gesagt. Normalerweise fällt es nicht so auf, wenn es ein Partsgespielt ist. Aber die vergisst man tatsächlich oft. Zumindest ich. Zumindest ich. So, hier haben wir auch noch vier Noten. Das ist eine fiese TNT Box. So, und da unten haben wir einen Gene-Jog. Yeah. Ja. Aber mit 200 Eiern bist du hier halt echt gut bedient. Also mit den goldenen Federn gerade und so weiter. Ähm. Tauchst du in dieses Wasser ein, verlierst du sehr schnell Luft. Wie fein. Das ist tatsächlich nicht so witzig hier. Äh. Die Besonderheit an diesem Wasser ist nicht nur, dass man schneller Luft verliert, wenn man hier taucht. Nein. Man verliert sogar noch weiterhin Luft auch, obwohl man weiter oben stimmt. Das ist diese nette Ölschicht drauf. Wisst ihr? Das ist diese nette, nette Ölschicht. Ich würde mal interessieren, ob ich dieses Video auf Youtube, vielleicht kennt sich da jemand aus. Vielleicht kann ich das ja doch in einzelne Parts trennen und dann nochmal getrennt hochladen. Oder ich lasse es halt einfach so drin. Ich glaube, es ist einfach angenehmer, wenn man... ...wann das nicht so am Stück hat, glaube ich. Glaub ich auch nur live cool, wenn überhaupt cool, sich das ganze Ding so anzusehen. Stell doch deine Fähigkeiten jetzt nicht unter irgendeinem Scheffel, mein... Ja, ich weiß. Das mache ich jetzt auch gleich sofort hier. Hier treffen wir einen alten Bekannten. Ihr dürftet ihn gleich wieder sehen. Klinker! Ne, nicht Klinker. Äh, Snacker! Aber hier spricht er nicht mit uns. Irgendwie mag er uns nicht mehr so wie vorher. Problem ist, wir müssen da runter. Ihr seht diesen Lichtstrahl. Da wollen wir rein. Denn hier ist auch etwas sehr gut versteckt. Ein Reifen. Ne, ich war's. Der war's nicht. Außer auf den Schalter, ja. Ja, ruhig jetzt da. Bin, 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 bin. So ein ganz normales Matrosenlevel in einer schönen Seestadt. Das hättest du auch getan, aber nein, das muss dieser Öltankluster sein. Däh. Drückende Stimmung. Nicht schön, aber... Ist halt so. Man kann sich das ja nicht immer aussuchen. Äh, ne. Wäre auch jetzt ein kleines Gewusel mit dem Ding hier, ne? Ne. Nur noch drei volle Dingern brauchen wir. Ist das zu fassen. Hier kommst du auch wirklich nur von der Seite dann wieder raus. Da ist er auch schon wieder, da hat er wieder Bock auf uns. Ach stimmt, ja. Autsch. Seht ihr, selbst wird er uns anknabbert, der ignoriert uns. Wir gefallen ihm nicht mehr. Was ist nur aus dir geworden oder bist du gar nicht Snacker? Aber weiter raus kann er nicht, das ist auch schon mal was. Hier ist es natürlich eine sehr gute Taktik, wenn man immer weiter springt. Ding, 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 ding. Die Kamera immer, dass die Kamera immer so hängen bleibt, das verstehe ich allerdings nicht. So, und dann gibt es hier die nächste Stopp-Stelle natürlich. Wir können ja nicht einfach hier durch. Wir müssen nämlich noch in dieses Glas. Ich glaube, es hatte einen Sinn, dass wir auch hier hoch können. Ja, hatte es. Denn nur so kommst du an diesen Schatz hier ran. Wann das erste Puzzleteil dieser Welt? Aber schon drei oder vier in der Mache halt, ne? So, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. Boah, ganz blöde Steuerung. Da sind vier Noten, da will ich hin. Äh. Vielleicht. Oder? Geht. Und jetzt da. So, und dann müsste das... Das müsste es hier gewesen sein, genau. Hier siehst du provokativ das Puzzleteil. Das Puzzle. Das Schnorkel. Der braucht auch Luft, pass auf. Ich bin gefangen, befreit, Schnorkel. Schnorkel, nicht Schnorkel, ganz wichtig. Das ist so eine fiese Frage, ey. Ganz ehrlich, in dem Quiz gibt's... Wie heißt der Delfin? Vielleicht werdet ihr die Frage sehen. Wenn nicht, kann ich sie ja dranhängen. Ist ja kein Thema. Dafür bin ich ja da, ne? Um euch zu informieren darüber. Aber die Musik ist cool. Die Musik hier ist tatsächlich... Also die mag ich. Musik in Rusty Bucket Bay mag ich. So, das Zeug hier, da hab ich meinem Bruder erzählt, das tötet ein Instant. Das hat auch, glaub ich, mein Instant getötet. Nur auf dieser Version ja nicht. Das spielt auch keine Rolle für jemanden, der Jump'n'Run-Kost so oft verschlingt, dass er einfach nur perfekt darin ist. Jeden Meter genau abchecken. Sag mal, stimmt das eigentlich noch, dass ich acht Zuschauer grad hab? Wahrscheinlich weniger aktiv, aber acht Leute, die tatsächlich immer noch mitschauen, das ist ja... Dankeschön dafür. Da muss ich jetzt echt mal Danke sagen. So, muss ich dafür zurück... Ah, ne, ich mach den Kran später. Ich glaub, für den Kran muss ich zurück aufs Schiff. Boah, vier. Vier Stück möchte der. Nur, um mir dann einmal die Kamera zu verstellen. Und zwar richtig böse. Will hier rein. Hallo. Hier in der Ecke gibt's, glaub ich, auch... Nee, hier tatsächlich nicht. Aber hier. Aber hier. Ein kleines Monsterlein. Noch ein kleines Monsterlein. Jetzt, hier sind sie echt putzig, ne? Hm. Diese Noten hätten wir. Sonst ist hier nix, ne? Nicht, dass hier noch irgendwo eine Note versteckt ist und ich die nachher wieder suchen gehe, die eine Blöde. Du, 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 du. So, 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 so. Das Blöde mit dem Kran ist, ich glaub, mit dem Kran musst du halt direkt aufs Schiff gehen. Und das ist halt relativ blöd. Die kannst du auch so erledigen. Dann nerven die auch nicht. Da gibt's ein Extra-Leben für. Yeah! Der Raum war halt wirklich nur für Eier und Noten und das eine Extra-Leben, das wir jetzt gar nicht brauchen. So, dann kann man hier noch einmal von oben rein. Kann man hier auch von oben rein? Nee. Hier kann man noch einmal von oben rein und dann muss man auch wieder oben raus. Hier gibt es einen Jinjo, den habe ich im ersten Let's Play komplett vergessen. Er pfeift da sogar. Er möchte eigentlich nur befreit werden. Und ich hab den vergessen. Oh, mal, hier gibt's sogar so eine blöde Schäde. Er war hier aber auch nicht schlecht versteckt. Soweit ich das weiß. Jetzt haben wir die ganzen Ahoys hier weggemacht. So, bitte. Jetzt habe ich ihn schon wieder nicht gesehen beim ersten Durchlauf. Aber der pfeift hier. Der ist hier. Bitte, und hier pfeift der nimmer. Jetzt pfeift er wieder. Ist da hinten in der Ecke. Da ist er. Den haben wir vergessen. Im ersten Let's Play. Es war keine schöne Zeit. Es war im Endeffekt genauso cool wie das eben in der Eiswelt. Nicht cool. Und wenn es jetzt auf einmal hier so dunkel ist. Jetzt ist mein größtes Problem, dass ich hier aktuell nicht mehr rausfinde, weil das Licht so dunkel wird. Sag mal, was ist das denn? Äh. Ja. Viel zu lange in diesen Welten auf da. Gibt es da nicht eine Leiter oder so? Hat er doch eben schon wieder den Weg für... Da ist der Weg für rauf, ne? Ja. Also. Ach, Gott sei Dank, ey. Ich dachte, jetzt kommen wir hier nie wieder raus. Das wird so... Und so, ne? Da kommen sie nur von der anderen Seite rüber. Und da muss er dann vom Schiff aus hin. Ja. Genau. Dann können wir jetzt tatsächlich auf den Kran... Höre ich Jubelschreie? Höre ich begeistern? Ich glaube nicht. Hätten wir außenrum schon mal alles gemacht. Und das müsste man aktivieren. Und dann müsste hier ganz, ganz flott sein. Super gemein. Man kann sie aber hier ganz flittschnell. Wichtig ist hier nicht aufklatschen. Sonst reicht die Zeit nicht. Und dann haben wir hier das zweite oder dritte. Unser zweites Puzzle. Uhuhuhu. So, dann geht's runter. Wäre unfair, wenn's andersrum wäre, ne? So, jetzt möchte ich erst, bevor ich aufs Schiff gehe und da irgendwas anfasse, möchte ich erst hinten zu dem Kran. Das hat alles seine Gründe, Freunde. Das hat alles seine Gründe. So, und das hier können wir uns schon mal merken. 3, 1, 2, 1, 1, 1. 3, 1, 2, 1, 1, 1. 3, 1, 2, 1, 1, 1. 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. So, hier müssen wir uns nicht beeilen. Hier wird einfach nur was weggesprengt. Genau, hier gibt's jetzt den megacoolen Weg zurück und der ist total nervig. Aus der 8, äh, ja. 7 und 8. Äh, ja. Kreativität hier nicht gesp... Oh, Kamera des Todes. Müsste unser letzter Jinjo sein. Hallo, letzter Jinjo. Hallo, Fettus-Puddel. Heil. Nice. Auch immer nicht. Auch immer nicht. Wulw, wulw, wupf. Hab' grad kurz überlegt, warum es 10 Puzzleteile in der Oberwelt gibt, wenn's so neun Welten gibt. Aber wir haben ja das erste Gratis gekriegt, Leute. Hoho. Da war ja wieder total durcheinander, der Kerl. Was hat er denn da schon wieder gehabt, tje? Da will ich hin. Da will ich hin. Sauber. Auch das ist geschenkt. 3, 1, 2, 1, 1, 1. Echte Emotions, echte Reactions, Freunde. Hier wird nicht gefakt. Nie und nimmer. Einen Schädel zum Mitnehmen, bitte. Danke. Der ist böse. Guckt. Guckt. Nee, der ist nicht böse. Der ist böse. Der ist böse. Der beißt uns, wenn wir zu nah rangehen. Der will uns die Popperze massieren mit seinem Mampf-Mampf. So, hier ist auf jeden Fall schon mal die Verlangsamung von diesem blöden Maschinenraum. Dieser Maschinenraum ist die Ausgeburt der Hölle. Werdet ihr alles noch sehen? Werdet ihr alles noch sehen? Werdet ihr alles noch sehen? Hat sich ja bestimmt nicht ohne Grund freigesprengt. Oh, im Himmels Willen, ein böser großer Gegner. Wer wagt es mich zu stören? Vergehen wird euch und sehen und hören. Boah, das Puzzleteil ist gut versteckt. Darum wird es nie entdeckt. In dir, ne? Kannst du hier schön alle in Schach halten. Kannst du Eier verballern ohne Ende. Aber bevor die mir zu nah kommen, machen wir hier kurz einen Prozess mit denen. Und dann sind die weg. Ja, fünf Federn hier jetzt eigentlich dafür. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nur soll der das Puzzleteil erhalten. Wieder Eier. und so weiter ihr wisst ihr könnt euch das denken das ist bestimmt nervig wenn man dazu hören muss so wie ja so gesagt den so counter den halte ich für für legitim muss ich sagen glaube das macht tatsächlich sinn einen so counter einzuführen wer das macht wer sich das video noch einmal gibt und eines und hier den 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 so counter macht der was könnte ich vielleicht mache ich da noch was für sie ist vielleicht mache ich da irgendwie sowas mal in der richtung etwas witziges als mit sich ist irgendwo war da noch so ein blödes fenster bist du böse du bist nicht böse bist eine ganz angenehme rüber bist du mein kopf wie hat er mich denn jetzt gewissen in den nächsten reihen das tat gut hier in der letzten in der vorletzten welt ist da bleibt kein auge trocken heute das kann ich sagen nicht beißen nicht beißen böse da jetzt noch ein notis 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 noten und böse typen die mich nerven oder es kommt und so unten schädel hätte ich so jetzt nie im leben gefunden wenn der gegner nicht da gewesen wäre aber ich glaube das war so ist das war so vorgesehen diese diese schlawine also da gehen wir ja später reine gehe ich jetzt nicht rein das tue ich mir nicht an das werden wir zum ende machen mit dem maschinenraum vorher gehen wir nochmal hier hinauf kamera wenn du mitkommen würdest wäre so wunderbar ja noch ein monster bloß auf zu sehen junge das können sich die leute doch nicht geben kannst du eigentlich auch nicht bringen fast wieder abgestürzt mit denen also mit denen erwischen sie mich hier ein schornstein zwei schornsteins und ein ikam pokam das bringt schon mal was was ist das hier drin so warm wenn es da alles zu es ist sowas von blumen warm hier drin hier läuft ein pc und eine konsole und ein elgato das hätten wir das haben wir da juckt es mich am bein da juckt es mich am bein eine einzelne note hier das soll ja wohl hoffentlich ein witz sein das ist dann ganz sporadisch die note die ich vergessen würde halt sagen wir so zwei sind zwei so drei eins zwei eins eins das jedes mal gleich ist oder ob das irgendwie sich im spielstand unterscheidet gut werden ja auch nicht viele kurz haben ich habe sie jetzt schon des öfteren mal durchgespielt wird wahrscheinlich so sein so da vorne waren wir schon drinnen da wollte ich erst genau da muss noch ein hallo na was macht die kunst ihr eier im kühlschrank witzige ist zwei sachen erstens eier muss man gar nicht im kühlschrank lagern weil noch zeitlang der mutterschutz ist der gut danach schon zweitens ist wo kommt der raus weiß nix du kannst nichts machen aua hier zwei auf einen schlacht die eine note noch eine note noch eine note alles was gelb ist muss eingesammelt oh da verbrennt er die foden den will ich hier noch was drin ist nein es war unnötig gut aber immerhin die noten ich glaube da muss noch irgendwo müssen noch fenster sein da ist noch eins sticht so ein kleines bisschen hervor hier gibt es noten hier gibt es das ei und hier gibt es ein monster und ein puzzleteil sehr schöne sache so mit den noten können wir uns jetzt nicht beschweren auf jeden fall so gibt es auf der anderen seite noch eins mit noten und einem toten schädel und eiern auf der steuer zentrale die man schön eier hier in der steuer zentrale oh da ist ja noch einer hi hier an der bösen ecke ist nix hier zwei ausguckst kann man auch das andere rausgehen nö gut dass wir drüber gesprochen haben bist du eine goldene feder goldene federn haben wir ne brauche ich ne und abmarsch das war aber halb gewollt keine angst ist aber wirklich nur halb gewollt aber praktischerweise müssen wir hier eh noch was machen nämlich snorkel befreien ganz viel rumgeschrei und rumgeweine hier und noten gibt es hier auch noch das war ja heute gehört oder ne war zweimal derselbe ne ne waren zwei so von zwei mal vier noten weiß ich noch definitiv danke leute hier ist das hab ich gefunden aber es gehört euch ja lass es halt einfach auf dem boden liegen weißt du äh du ringst da mit allem ich rette dich und du ne hättest ja an land werfen können du kannst doch bestimmt weit werfen aber neun neun wir müssen uns das puzzleteil hier hart erkämpfen und dann noch selbst so rausholen ja so haben wir das gern aber macht nix auch das können wir ab so jetzt möchte ich dann doch nochmal uh lautes geräusch jetzt möchte ich dann doch nochmal da hoch und möchte dann noch einmal tatsächlich jetzt beide seiten checken nach fenster ja da geht es rein als weiß ich jetzt da offen wow der ist böse da ging glaube ich keins mehr auf ja wisst ihr was das bedeutet leute das bedeutet wenn wir hier schon drinnen waren und das waren wir glaube ich jawoll das ist der raum mit den noten links äh dann ja müssen wir jetzt in den maschinenraum gehen dann bleibt uns nichts anderes übrig als in den maschinenraum zu gehen da haben wir zu allererst zwei blöde monster die auf jeden fall weg müssen und jetzt passt auf haltet euch fest eine versteckte leere honig war ziemlich bitter ziemlich bitter und ziemlich schwierig versteckt und diesen schädel normalerweise nehme ich den nie aber da wir jetzt die regel haben wir nehmen alles mit nehm ich alles mit glaubt mir dieser raum hier ist die hölle ab und zu verlangsamt hier alles so ein bisschen die fußdichte ja der ja den nehme ich normalerweise nie mit erst die noten erst die noten dass wir die so ziemlich abgeschlossen haben noch mal warten das ist der ätzendste raum und es ist bewiesen der ätzendste raum in ganz banjo kasui jetzt ist ein moment bei dem du dann still stehen hast da kannst du dann die den salto machen dafür und da vorne sind die letzten vier noden ja ich bringe mich nur für euch in gefahr hier um den einen blöden toten schädel da noch zu holen also ich bin jetzt nass dann noch heftig also aber der schwung dieses dinge ist tatsächlich gerettet anstatt zu töten weisrohr blödes blödes rohr 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 diesen schalter jetzt nicht aktivieren ganz wichtig nicht aktivieren Und hier kann man sich schneiden Das ist so böse Und wir haben alle Noten Dieser Welt Und das letzte Puzzleteil Befindet sich jetzt auf diesem Anmarsch Wir haben auch alle beiden Dinge Und das heißt Wenn wir das jetzt machen Dann haben wir es geschafft Tatsächlich Jetzt wäre es richtig, glaube ich So hinten ans Schiff Wo war nochmal hinten? Wo war nochmal hinten, ja Wo war da nochmal hinten? Jetzt steht es, jetzt steht es Gute Chance, gute Chance, gute Chance Oh, perfekt, perfekt Äh Läuft gar keine Zeit Hat sich das von eben wieder So den Schalter aktiviert, oder? Ach, den vielleicht noch nicht Den anderen noch nicht Habe ich den noch nicht aktiviert? Hab den noch bestimmt Es gibt doch hier nicht noch eine Tür Kamera, äh Hast du es jetzt? Oder muss ich dir helfen? Hm Oh, hier ist vorne Nö War denn dieser blöde zweite Schalter Das ist natürlich auch clever, ne Den ersten Schalter aktivieren Und dann erst den zweiten Oh, da Hier müsste eigentlich Ganz in der Nähe sein davon Hallo Habe ich den echt nicht aktiviert? Doch Oh, den hier habe ich jetzt auch aktiviert Und da läuft keine Zeit Normalerweise läuft da Zeit Hm Ja Läuft ja auch noch Och, und es tötet ja Ach, ja Klasse Ich wollte das ganze Let's Play ohne Tod Und dann Ja, nee Ja, komm Ja, komm Unnötig Höre ich noch jemanden schreien Unnötig Ja, ey, Mist, ey Bodenloser Mist Und eine Frechheit dazu Und noch so falsch hier vorne Habe ich euch zu viel versprochen Mit dem blöden Maschinenraum Nee, natürlich nicht, ne Aber den Maschinenraum haben wir doch gemeistert Den Maschinenraum haben wir gemeistert Und dann sowas Warum hat sich das denn nicht aktiviert? Ja gut Kein Let's Play ist komplett Wenn man nicht zumindest Einmal das Todes Ding gesehen hat Die Todesanimation Ich glaube eigentlich fast dass der Bin ich daneben gesprungen? Nee, ich bin definitiv genau drauf gesprungen Aber der Mechanismus hat sich nicht aktiviert Äh Um mal ganz clever zu fragen So, danach dann rechts, ganz wichtig, rechts dann raus Und nochmal Ist ja noch nicht nervenaufreibend genug Aber zumindest haben wir die blöden Schädel alle Die Schädel, die ich normalerweise nie sammeln würde Das haben wir jetzt eingesammelt Du bist auch wieder da, ne? Jo, 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 jo Eigentlich müsste doch alles stehen bleiben soweit Eigentlich Maschinenraum Weil ich das halt weiß Ich schalte da, es gab nur zwei Wir haben nur den und den, oder? Dreht sich nur langsamer Auf der anderen Seite ist der andere Schalter, glaub ich Ach, es gab zwei, ja, ja gut, dann war ich der Dumme Meistens liegt es an dem Typen vor dem Gerät Nicht an dem Gerät Ja, oh Mann, nein Wieso war mir klar, dass ich noch einmal hier abstürze Aus Ungeduld Aus Ungeduld Ja, es schlaucht aber auch ein bisschen Ne, da war es nicht, es war auf der Ne, es war rechts, es war hier, hier war es Äh, Chatz, ist noch irgendjemand am Start von euch? Seid ihr noch am Leben? Äh, gebt mal Handzeichen, falls ihr noch lebt Brauche ich das hier überhaupt nicht? Brauche ich das hier überhaupt nicht? Ich muss da, glaube ich, gar nicht mehr vorbei Ich glaube, ich muss das hier nicht immer aktivieren Ich glaube, tatsächlich nicht Und eben habe ich die zwei Monster hier nicht besiegt Was sehr schlecht ist, denn Auf dem Rückweg brauchen wir die Zeit Apropos Zeit Hätte ich mir eben mehr Zeit gelassen, wären wir schneller fertig Das ist nicht nur ironisch Nein, das ist einfach nur wahr Oh, ich glaube, dann würden sich die Dinger hier Unendlich schnell drehen Wir könnten dann trotzdem nichts machen Wir könnten dann einfach nicht mehr Musik ist echt gut, die Musik ist echt gut, da gibt's ja nix, jetzt läuft die Zeit, jetzt bleiben die hier auch stehen, seht ihr, könnt ihr hier eigentlich Power Stoff geben, eigentlich, eigentlich, eigentlich sagt ich, wenn du nicht so ein Depp wärst, so, da kannst du nicht schneller, da musst du jetzt leider genauso bleiben, also damit alles kaputt machen, aus da und rechts rum, und somit, Leute, haben wir das letzte Puzzleteil dieser Welt und somit meine Hasswelt geschafft und jetzt kommen wir zum absolut schönen Level, zum absolut schönen Level, zu meinem absoluten Lieblingslevel, Statistik, ja, 50, würde ich sagen, gar nicht mal, 38, 38 Minuten, geht, die zwei Tode abziehen, locker 5 Minuten, da bist du ja auch knapp in 30 Minuten circa Durchwinde ganz, 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 ganz großzügig rechnest, gehen wir auf in die letzte Welt, habt ihr das da oben gesehen, wir haben eine Regel, Freunde, wenn wir etwas sehen, müssen wir es holen, dann müssen wir es auch holen, erstmal das hier, das sowieso, das dürfen wir nicht vergessen, so, das ist das vorletzte Puzzleteil in der Oberwelt, da komme ich gar nicht dran, da muss ich von oben ran, hier kommen wir folgendermaßen durch, wir schnetzeln einfach alles weg, was uns in den Weg kommt, so, super, ne, das ist jetzt eine schöne Welt, das ist eine richtig schöne Welt und dieser Kessel ist so fies versteckt, da hat mich, hat mein Vater nachts gespielt und hat gesagt, hey, guck mal, so ne Mann, ich habe hier was gefunden und dieser Kessel ist wirklich Gold wert, weil, könnt ihr gleich sehen, so, hier können wir schon mal das Finale freischalten, ohne alles zu haben und da gehen wir jetzt natürlich noch nicht rein, denn diese eine Welt, die schaffen wir jetzt auch noch, bin ich der festen Überzeugung, aber warte mal, das Abenteuer ist bald aus, geht besser schnell nach Haus, und dieser Raum befindet sich relativ am Anfang, da sind wir schon dran vorbei gelaufen, ja, so, ich will jetzt den Schädel, genau den, und da wir das jetzt aktiviert haben, nutzen wir direkt mal die Abkürzung, sonst müssten wir ja jedes Mal wieder da durchschnetzeln, und wieder ganz am Anfang, und was ist denn das? eine Unterwasserhöhle von Anfang an zu besuchen, aber dann, ja, nicht so. Theorien besagen, dass hier eventuell die zweite Welt dieser Wunderwald geplant wäre, aus Banjo, ne, aus Donkey Kong Country 64, und dass der eigentlich die zweite Welt sein sollte, der Funky, Fungus oder so, keine Ahnung, Funky Fungus, keine Ahnung, sowas in der Art auf jeden Fall, das würde dann Sinn ergeben, dass hier das Ding ist, oder sie wollten wirklich einfach, dass man nur zurückgeht, und hallo, in der Hexenschule war ihr Spitzname Adlernase, ihr Spitzname Adlernase, Lieblingsgeruch der alten Warzenfrazist, ranziges Schlangenfett, Lieblingsgeruch, Schlangenfett, Duft, Adlernase, Spitzname, und das dritte, das dritte, ja, fällt mir dann ein, wenn ich sehe, Himmelswil, ne, Wunderschön, da hinten ist bestimmt noch ein Mumbo-Schädel, gar nix, das schockt mich, so, diese Welt hat's in sich, diese Welt ist was ganz Besonderes, denn, in dieser Welt, gibt es vier Jahreszeiten, die Welt gibt's in vier Variationen, quasi in vier Versionen, ist eigentlich das bessere Wort, Sommer, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Wusstet ihr, dass das ja eigentlich mit dem Winter beginnt, und im Januar noch Winter ist, unglaublich was, unter jedem, jeder Brücke, äh, ein Dingens, hier so'n, so'n'Fehler, ne, gut, und diese Welt hat wirklich den schönsten und den catchiest Soundtrack ever, so, hier sind wir in der letzten, in der allerletzten Welt, hier mal ein bisschen umschauen gerade, hier ist nichts, hier haben wir die Knapperbar-Freunde wieder, hier kommst du nur mit den gelben Federnrahmen und anders, aber wie anders, verrate ich nicht, Ah, der schöne Frühling, nicht wahr? Hallo? Jemand muss den Felsbrocken entfernen, Knotty kommt nicht in seinen Bau hinein, ein Ärger aber auch, ein Ärger aber auch, äh, Knotty ist tatsächlich der Gegner aus, äh, Donkey Kong, schon Donkey Kong Country, diese kleinen Biber, die heißen Knotty, selbe Entwickler, selbe Figuren, boah, unglaublich, um dieser Welt gibt es die meisten Totenschädel, die es überhaupt in diesem ganzen Spiel gibt, das wäre der unbesiegbare Bulle, Bulli Bulli, die meisten Noten gibt es hier tatsächlich im Herbst, so, was macht man hier in so ein Loch, man pupst rein und eine Pflanze kommt raus, natürlich, wie soll es denn auch anders sein, alles andere wäre ja schließlich unlogisch, unlogisch, ja, die hätte ich gern, die sind auch nervig, am Anfang hier eine schöne Animation, wenn die wegmachst zum ersten Mal, ja, diese Noten würde ich hier ganz schnell abgehakt haben, und dann geht's weiter mit dem Cross-Poly-Tay-Day, und der Witz ist, dass du hier eigentlich jedes Jahr genau dasselbe machst, jedes Jahr klapperst du dieselben Stationen ab und es verändert sich immer mal wieder was, das ist ganz cool, das war nicht nett von dir, bon amour, nun gehen wir später, nun hat später noch was für uns, und sagen Mumbo machen wir diesmal ganz 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 am Schluss, eine goldene Feder für eine goldene Feta, äh Feder, Feta, ein goldener Feta, so, da hinten die haben wir, das ist die Anfangskurve, genau, und dann erklimmen wir diesen, Bergbaum, Bergbaum, legitimat, nichts außer einem Schädel, und einem Extraleben, das wir jetzt gebrauchen können, oh Junge, bin ganz aufgeregt, hohohohohoho, so catchy, ne, und vor allem, ähm, warte mal hin, die Vögel, jetzt wird's schon jetzt so schön, hat Grant Kirk, hat so eine schöne Musik komponiert, macht er eh, also der macht ja eh mal, hört sich zwar vieles gleich an, aber das ist halt irgendwo sein Stil, und irgendwie, gefällt's mir halt auch tatsächlich, aber auch ziemlich oft tatsächlich, 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 so tatsächlich, tatsächlich so, Ha, dein eigener Dämon, dann hast du keine Furcht mehr, keine Ahnung, stell dich deinen eigenen, deinem inneren Dämonen, was gibt's hier, hier gibt's einen Schädel, und einen Harald, 40 Schädel, Da war's schon, Baba, ja, Insider, ein kleiner Insider, und ein Gag am Rande, hier aktivieren wir den Sommer, einmal für euch, jetzt Summertime, aber, wir erkunden hier alles, und ich will wissen, wer hier wohnt, ich werde noch ein wenig weiter futtern, ich bin dir, Bruder, mach du das, lass dich nicht aufhalten davon, hier, das, aber normalerweise, ist das nicht so, dass ihr hortet, ihr Eichhörnchen, und dann für den Winterschlaf, gewappnet seid, also irgendwie, manft, und dann nach dem Winterschlaf, Hunger habt, ich möchte da nicht, also, das ist ja deine Sache, aber, ich dachte, das wär so, Oh, du dickes Ei, was ist das denn, wieder dasselbe wie im Sumpf, nee, nee, ich bin Eiri, Baby will einmal ein mächtiger Adler werden, Baby ist müde, Baby ist so süß, so, so, das ist tatsächlich, ähm, ach, juckt's mich hier, im Frühling am schwersten zu erreichen, aber wir machen das trotzdem im Frühling, denn wir sind skillig, skillig und willig, hier die Tür eintreten, Junjo mitnehmen, Puzzleteil einstecken, und freuen, dass es hier nur ein Puzzleteil gibt, ja, Leute, das ist die Bilanz im Frühling, mehr gibt es hier im Frühling, tatsächlich erstmal nicht zu tun für uns, wir müssen eh nochmal rein, denn wir müssen uns ganz am Ende des Levels, wirklich ganz am Ende des Levels verwandeln, und dann können wir auch noch das andere Krimskrams Zeugs machen, was wir eh machen müssen, äh, Scheiße, bin gleich da, macht nix, bin ja auf meinen Kopf gefallen, haha, bisschen gut da unten, oh, ist nur eine Wabe, ja, aber gut, die nehmen wir mit, ich liebe diesen Song, ja, dann schauen wir mal eine Jugend nicht, so ein Käse, in mir kann man tatsächlich helfen, oder konnte man tatsächlich im Frühling auch schon helfen, auf dem N64, wenn du das all richtig getimt hast, aber danach war auch Schluss, denn, äh, die Höhle existierte noch nicht, die war nur so ein Datenmüll, weißer, weißer Datenmüll irgendwie, deswegen kommt das mir nicht in die Tüte, äh, äh, keine Reihe hier, mhm, Sommer, Sommer ist ja bei uns schon offiziell, Irie ist hungrig, wir fünf Raupen haben, Sommer ist ja bei uns schon quasi vorbei, nur das Wetter hat's noch nicht so ganz begriffen, das Wetter, das ist irgendwie bei uns, das dreht noch am Rad, äh, äh, ich fürste hungrige Teere mögen rapeln, wenn du so recht haben, würde ich jetzt nicht leugnen, du siehst Bären Stark aus, kannst du mir helfen, und diesen Stein, oh, wow, wie stark du bist, komm herein, jo, komm nicht sofort, ich springe jetzt einfach nur noch schnell hier hoch, und, äh, geht im Sommer ja gar nicht, Lust habe ich vergessen, schade, noch ein Wurmlied, wie ihr seht, dasselbe Lied, ist aber leicht geändert, hier ist der Herbstschalter, oh Junge, was ich ja richtig schade finde, ist, dass du in Banjo und Kazooie alles nur einmal machen kannst, ähm, ganze Welt quasi nur einmal erkunden, schade, ja, finde ich, finde ich wirklich schade, denn, da musst du jedes Mal nochmal von vorne spielen, um das Spiel zu erleben, und das dauert bis jetzt schon mal fünfeinhalb Stunden, fünfeinhalb, fünf, drei bis zwölf, drei, ja, fünfeinhalb gleich, gleich sind's fünfeinhalb, oh, hier haust du aber deine Federn ohne Ende raus, das ist doch Mist, so, hier muss ich klein noch rein, aber erst gehen wir mal, im Sommer können wir mal zum Mimbo gehen, was hält der denn da parat, hör mal, erst mal Dornen, da leidet dieses arme Tier, Wärme, wäre er doch ein Fakir, was ist denn das jetzt schon wieder, Fakir, der traf ich wieder nicht, ist das jetzt Herrencreme, oder nicht, so, im Sommer chillt Mimbo, Öde, der macht einfach nix, im, 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 oh, noch ein Schädel, im Frühling verwandelt er uns, und normalerweise brauchen wir jetzt keine Schädel mehr, ja, so heißt für Zauberkram, Mimbo mehr Lust auf Sonnenbad, in der Hütte, Mimbo macht ein Sonnenbad in der Hütte, können wir das bitte notieren, unter lächerlich, Ach, wer steht denn da hinten rum, Mensch, dich hätte ich ja jetzt nicht erkannt, was machst du denn du da, erst mal da, woran, darauf falle ich jedes Mal wieder rein, ne, aber ich brauch das, und noch ein Würmse, Würmse will ich, aber hier ist nix, ne, Hallo Gobi, Mensch, oh nein, ihr beiden schon wieder, Gobi dachte wieder vor euch sicher zu sein, war wohl nix, wollt ihr wohl damit aufhören, es dauert Jahre, bis ich wieder so viel Wasser finde, ja, sorry, aber das müssen wir leider machen, jetzt steht's so im Vertrag, ab, musst du, da musst du durch, er hat ja nix im Mund, der da, ne, der hat absolut nix, das ist ne Flugplatte, im Sommer ne Flugplatte, ne, das wär ja, das wär mir neu, interessant, aber, sehen, wir klimmen schon wieder den Baum, und diesmal auch von dieser Seite, findet sich hier nix geringeres als ein Puzzleteil, Weltklasse, ne, an dieser Stelle geh ich aber jetzt mal wieder zurück, weil, äh, ah ne, 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 mach ich nicht, mach ich nicht, jetzt geh ich wieder zurück, denn sonst werden wir nämlich einiges überspringen, wenn wir hier hochgehen, und das wär sowas von kacke, das könnt ihr mal aber glauben, das wirst du nicht machen hier, das willst du nicht, glaub mir, das willst du nicht, guldene Fee dann, die brauchen, und will ich, lecker raupen, für wen die halt lecker sind, ist halt die Frage, ne, mit den Beans, doch konnten wir bisher auch noch nix anfangen, aber das wird sich jetzt mal feinlich ernähren, die Noden, die guten alten Noden, ich fand es diesmal nix, nein, hier ist nischt, auf den ersten Blick, Alarm, Alarm, da ist der dicke Bär, Grundhilda will das, Gold klauen, will Grundhilda ist laut, boah, Zubaz, macht den kaputt, Zubaz, ne, mach der bitte nischt, ich bin doch gar nicht nid, sind noch genau zwei Lüften, das sein, hi, mach doch mal hier hin, aber die richtig, ne, immer keine Leben, diese frechdachse, das ist, der hat uns besiegen, das war sowieso kein toll, um immer dieses langweilige Ding zu bewachen, also ich fand es jetzt ganz witzig, im Frühling, das ist der Witz, im Frühling siehst du halt das Ding schon, aber kann es nix damit machen, kann es nix machen, süßes Glas, Glas muss da bleiben, das ist der Witz dann, ja, hört quietschen, ich sehe Mütchen, ich sehe Puzzleteilchen, ein Puzzleteilchen, kann ich im Herbst sehr leicht holen, und sammeln, ah, aber da ich stehe Fahrliebe, mache ich statt im Sommer, Sommer ist, das ist mein Kick, wisst ihr, ist genau mein Ding, hier rüber zu springen, in die Ecke, mit der Puzzleteilchen zu schnappen, ganz kurz zur Info, das ging bis jetzt glaube ich noch nie gut bei mir, das was ich jetzt hier mache, das ist genau dieselbe Länge hier, da, 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 genau das meine ich, genau das meine ich, dann landest du hier auf der Fräsbrette, und dann hast du gelitten, du musst nämlich den ganzen Mist hier nochmal hoch, warum fragst du dich, weil du dumm bist, aber wir haben jetzt eine Abkürzung im Sommer, da ist dann alles nicht so schlimm, würde er das nur einmal im Herbst machen, nur einmal im Herbst, nicht auf die Schnauze fliegen, einfach ganz normal spielen, das ist übrigens der einzige Level, glaube ich, den ich in zwei geteilt habe, beim Let's Play, glaube ich tatsächlich, das laufe ich doch den normalen Weg, ja genau, die Level war nämlich glaube ich zu lang, 30 Minuten habe ich mir damals als Limit gesetzt, irgendwann war ich dann vernünftiger, und habe dann 20 Minuten draus gemacht, aber am Anfang waren es glaube ich tatsächlich so, um die 30 Minuten pro Video, was ja schon, lecky, was ist das denn, was ja schon ziemlich krass ist, ja ich muss mich gerade kratzen, und das Mikrofon ist quasi hier so ein bisschen am Weg, beziehungsweise das Kabel des Mikrofons ist im Weg, und deshalb, und sowieso, warum auch nicht, Oh, guck mal da, hm, hatten wir dann viele Eiche gegessen, und nun habe ich für den Winter keinen Vorrat mehr, ja scheiße, äh schlecht, ne, oh, ich habe mal Zeit, Junge, 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 das ist aber hier eine heftige Kost, was du da von mir gibst, einfach die Blähungen auf Doom, Ich bin nicht knapperbar, einen Mumu-Schädel hätten wir da noch, füttern wir das gute Eri-Ding, Eri-Ding, schön saftig, oder glaube ich auch nur 5 haben, oder so, ne, oh, der Junge hat aber einen ganz schönen Wachstumsschub, Oh, jetzt bin ich aber satt, will schlafen, Oh, schee, wie süß, so, da oben musst du jetzt nie wieder hin, nie wieder, nie, 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 aber ich werde jetzt trotzdem mal nochmal hier einmal hoch, einfach nur um gucken, ob da noch ein Schädel in der Pflanze ist, nein, kein Schädel in der Pflanze, gut, wie gesagt, ansonsten brauchst du es hier nicht, äh, runterspringen ist jetzt im Sommer halt relativ kontraproduktiv, weil da machst du nur eine seltsame Delle am Kopf, braucht man, braucht man nicht, ne, braucht niemand Delle am Kopf, deswegen können wir einfach hier ganz gemütlich runter, Tschüss Harald, die Bienen sind hinter uns her, das Rollen und dann springen, Ist eigentlich noch irgendjemand im Chat da? Ich seh niemanden mehr im Chat, hallo Chat, bitte lass mich nicht allein, ich hab acht Zuschauer, acht aktive Zuschauer und kein Chat, was? Äh, bin ich hier, ach, ich bin hier falsch, ich wollte in den Herbst, und somit sind wir dann auch schon in der vorletzten Jahreszeit, traurig aber wahr und dann geht das schönste und letzte Level zu Ende, wer muss noch mehr holen, Baby hat Hunger, will Zehenraufen haben, hast du mal hinter dich geguckt, direkt hinter die Isserheide zum Beispiel, kannst du mal, kannst du mal sehen, Doch, ich ruhe, aber zumindest decken die und dann haben wir die, so und hier gibt's jetzt an jeder Ecke Noten, an jeder Ecke Noten, haben wir alle drei hier von dir, denke schon, ups, ja, haltet mich für paranoid, aber ich muss das checken, so und jetzt gehen wir erstmal da runter, bevor ich das vergesse, das habe ich glaube ich im Let's Play auch vergessen, und das war ziemlich blöd, muss ich nämlich den Stein wieder umkrempeln und so, oh ja, so leh, guck mal hier, zwei Noten von dem, ah, da bist du ja endlich, ich hab Monate auf dich gewartet, um dir dafür zu geben, ja sorry, du musst deinen Bau halt so bauen, dass ich durchkomme, willst du ihn jetzt hören von mir, nix will er wahrscheinlich hören, der will jetzt einfach nur noch seine Ruhe haben, denn jetzt hat er wieder seine Ruhe, ja, 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 wunderbare, edle Geschöpfe, ist da irgendwas, nein, auch eine Flugplatte, die nicht funktioniert, und ein Dreiernoten-Ding, na bitte, will ich doch haben, oh, hat zwei Federn verbrasst, das ist böse, sonst kommst du halt nicht dran, an diese Dinger, dann gehören auf all Dinger oder Dinger. Oh, schon wieder, nicht genug, Ich habe eine Idee. Ich haue ab in die Lavawelt. Dort werdet ihr mich niemals finden. Der Witz ist jetzt... Der Witz ist jetzt, die Lavawelt, die gibt es in Benjotunen. Und da haben Leute überlegt, Mensch, welche Lavawelt meint der jetzt damit? Ich finde die nicht. Ich finde die nicht. Was soll das? Passt wer mich jetzt? Sowas halt in der Art, was man halt dann immer denkt. Aber sie kam in Benjotunen. Und dann wurden alle Rätsel gelöst, alle Mysterien aufgedeckt. Schön, ne? Zumumbo. Ja, zumumbo wollte ich eigentlich auch. Aber gut, ich muss ja eh die Runde machen für die ganzen Würmer und so. Den haben wir schon. Ödel, ödel. War ich denn auf den... Wir kommen ja eh hier wieder hoch. War ich denn auf diesen beiden Hübeln schon? Ja und ja. Zeit mir ver... Aber wir sind ja auch schon gut seit... Fünfeinhalb Stunden dabei. Das ist nicht... Eine Raupel. Puh, Mombo, viel Arbeit. Mit Blätter auf Boden. Heute nix, sauber. Da war auch eben mal eine andere Ausrede, ne? Verlässte dich auf ihn. Nein. Der wohl ohne Maske aussieht. Seltsam. Ziemlich verrückt und strange. Naja. Wollen wir auch nicht aufdecken, das Geheimnis. Nicht mehr in diesem Leben. Hä? Immer diese Bummi-Stiefel. Äh. Ein bisschen bequemer hier hinhocken. War mir auch schon. Ziemlich spät, ne? So, ausgehen, Stiefel. Danke. Und wir können weiter hinauf. Ein Totenschädel. Da müssen wir hin. Ah. Kann jetzt nicht mehr zurück, ne? Ich muss jetzt alle Totenschädel nehmen. Ah. Totenschädel. Oh, eine kleine... Guck mal, eine kleine Sprungplatte. Sie ist niedlich. Da ist aber jetzt kein Totenschädel mehr, oder? Erzähl. Nö, kein Totenschädel mehr. Das heißt, wir gehen den regulären Weg. Huch. Was ist das denn? Das ist mir noch nie passiert. Noten eingesammelt. Yes. Raupe. Die kleine Raupe Nimmersatz. Dü, 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 dü. Da oben höre ich schon das Babyplärren. Das hat bösen Kohldampf. Und ich will nur eins. Diese Feder. Die will ich haben. Größer, ne? Irgendwie sind diese Venusfliegenfallen gerade größer als sonst. Erinnert mich mal nachher dran, dass ich noch diese Blume holen muss. Ich glaube, hier hat sich noch ein Ginzo versteckt. Und sonst nix. Noten. Oh, oh, oh. Hier gibt es nix mehr zu holen, Bär. Ja, wir sind alle ausgeflogen. Lügt doch nicht. Lügt doch nicht. Ich seh doch die Noten. Jeder sieht die Noten. Kannst du nur lügen. Das tut man nicht. So. Soll ich die Blume gleich hoch? Ne, ich hole die Blume nicht gleich. Ich will da hoch. Ich will das alles oben erledigt haben. Und dann holen wir uns die Blume. Denn sonst müssen wir da wieder hoch. Das Extraleben kannst du behalten. Dafür stehe ich jetzt nicht mit meinem Namen. Hip und so. Da bin ich nicht hip genug für. Was hinten? Da bin ich nicht dran. Oha. Hier ist nischt. Wohl eher schon wieder. Harald, hast du jetzt endlich deine eigene Bude? Mensch. So, diesen Quietsche-Peter haben wir auch. Ach. Ganz kurz gejuckt. In der Nase. In der Nase ist Juckerei immer ganz, ganz böse. Was mit dir, Kumpel? Oh, Hannover, ich brauche noch sechs leckere Eichen, bevor der Winter kommt. Da hättest du mal nicht alles weggefressen, ne? Blöder Viehfraß, ey. Du Blöder Viehfraß, die konnten hier alles wegmachen. Ja. Das hier kann man so einsammeln. Dann fällt man auch nicht runter. Das hier musst du mir erledigen, sonst hast du hier ganz schönes Problem, scho? Kommt mal da in seinen Speicher rein. Hallo Speicher. Hallo Saschao. Gut, aber nur. Trägt mich nicht so. Da in seinem Speicher hat er eine Eichel. Und dann merkt er das nicht. Du hast nicht nur ein Eichel-Problem, mein Freund. Du hast generell ein Problem. Sechs Stück. Der will wohl nicht noch eine bei ihm drin liegen, oder? Ist doch ein Wurm. Den kann er als Baby gebrauchen. Hier haben wir... Ah, ja doch. Guck mal da. In seinem Zuhause ist eine Eiche. Dieser Junge, der hat sie doch nicht alle. Wie hast du? Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. So, so komm ich's gut über den Winter. Nimm das hier. Wir sehen uns im Frühling. Wo er dann wieder da sitzt und genüsslich alles wegmampft. Was er sich hart erkämpft hat. Oh ne. Oh, jajaj. Uff. Uff, das wäre grausig gewesen. Das wäre fatal. 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 Ah, ja. So, der Winter. Winter is coming. Hallo, Irie. Wie viel erlässt du diesmal gerne? Dreh dich mal um. Wolltst du hungrig, um dich umzudrehen, ne? Uh, Fressbacke. Zehen wir mal wilder. Ja, dann trinke ich doch was in der Zeit, ne? Hübsa. Ah, ja. Ah, ja. Das war übrigens er, ja. Ich hab mich gerülpst. Okay. Danke, Bill. Bald bin ich ein großer Adler. Jetzt muss ich aber schlafen. Dann sei es dir gegönnt. So, wir gehen jetzt wieder da hoch, weil ich einfach wissen muss, was in dieser Pflanze ist. Ui, der ist zu groß. Das ist ein Wurm. Jetzt brauchst du aber keinen Wurm mehr. Ein Schädel. Ich wusste es. Ich wusste, dass dieser Tag kommt. Da, ach guck mal da. Ach, wie nett. Da haben die Entwickler mitgedacht. Schön, wir haben alles gemacht. Jawohl, wir haben den Hamster. Wir haben alles. Den Biber. Ein Hamster. Warum sage ich Hamster? Ich doch gar kein Hamster. Ich hoffe, das war's an Noten. Ansonsten werde ich wieder ganz böse weinen. Aber bei Noten müssten eigentlich noch welche im Frühling sein. Mit der Biber. Der Chat schläft. Es ist 2.47 Uhr. Der Chat schläft. Es gibt keine Überlebenden. Jeder ist vermisst. Weil dann wüsste man ja nicht, ob es Überlebende sind oder nicht. Es gibt keine Anhaltspunkte, ob irgendjemand, der Crew noch lebt. Ich bin doch nicht mehr gefahren. Das lohnt sich nicht mehr. Es lohnt sich einfach schlichtweg nicht mehr. So, guck mal. Im Winter funktioniert die Flugplatte und der Vorteil ist, die Blume macht Platz. Die Blume macht einfach Platz. So, und wir haben ja bis jetzt noch keine leere Honigwabe gesehen. Keine Sorge, Freunde. Ich hab die nicht vergessen. Nein! Die sind alle im Winter. Alle beide. Alle beide im Winter. Genauso wie diese blöden, blöden, blöden Schneemänner. Und wieder. Es gibt hier noch was zu erledigen. Tauche ruhig in das Eiswasser hinein. Deine Luftreserven werden bald am Ende sein. Extra Leben kannst du dir schenken da hinten. Lieber nicht verbrauchen. Da ist hier ganz schön kalt. Hallo! Ups, normalerweise bekomme ich im Winter keinen Besuch. Das vorletzte leere Honigwarbenteilchen. Ansonsten gibt's hier auch jetzt im See nix mehr. Und damit verabschieden wir uns von Knotty. Knotty, Knotty, Knotty. Man kann hier auch übrigens, ich weiß nicht, ob's gewollt ist oder ungewollt passiert ist, aber man kann hier auch tatsächlich ertrinken an, äh, an der Oberfläche. Auah. Auah. Ja, ich werd mal wieder meine Schneemännerrunde drehen. Die ist wichtig. Und so gut, keine Schneemänner mehr zu haben in seinem Revier. Bamm, Junge. Langsam werde ich müde. Hoffe, dass ich für's Quiz noch fit bin. Äh, Mumbo-Schädel. Ich hoffe, dass ich für's Quiz noch fit bin. Ah, guck mal, da ist der letzte Jinjo. Denn das Quiz verlangt nochmal ein bisschen was ab. Oh, daneben! Äh. Man macht nix. Ich glaub, bei Mumbo selbst war auch eine Flugplatte. Da ist das alles halb so wild. Alles halb so wild. Nehmen wir uns lieber auch noch diese Bölken. Ist cool, dass die im Winter wieder einem quasi, äh, durch diese ganzen Blumen da alles zurückgeben. Ist ziemlich cool gemacht, tatsächlich. Nehmen wir uns den noch grad mal zur Brust hier, den Kerl. Äh, Sprung hier ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Let's play hier. Ach, Quatsch, guck mal hier. Erstmal diesen Schädel hier, bevor ich den Schädel liegen lasse. Was fehlt noch? Ein Jinjo. Hm. Auf jeden Fall ist ein Jinjo noch im, 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 im Bienenstock. Das weiß ich. Äh, muss es im, da muss es im Frühling sein. Wenn's hier bisher nicht war, da muss es im Frühling sein. Oh, kurz am Bein kratzen. Kratz, kratz, kratz. Hört niemand, ne? Sehr super. Booms auf die Nase. Daneben. Fast noch den Kopf gestoßen. Tschüssli. Die, die sind hier überall, seht ihr. Und wenn du die nicht weg machst, dann ist das einfach nur megamäßig nervig. Irgendwo gab's einen wichtigen, der da ist wichtig, der da muss weg. Bamm, auf die Nase. Das war der letzte. Diesmal geben die natürlich kein Puzzleteil, die könnte ich jedes Mal ein Puzzleteil geben. So. Ja, da möchte ich doch hin. Urgebener Zeit. Bögel sind auch schon alle weg. Es gibt keine mehr. War ich gar nicht bei Mumbo drinnen, ne? Ich war so versessen auf diese Vögel. Ich vergessen hab, mal bei Mumbo vorbeizuschauen. Hi, Mumbo. Harald? Mumbo ist im Urlaub. Komm im Frühling wieder. Ja, dann wenn du das sagst, Harald, dann komm ich im Frühling wieder. Mir macht das ja nix aus. Alles so tot im Winter, ne? Der Winter ist so die tote kalte Jahreszeit. Sag mal, Kamera. Jetzt geben sie einem aber echt wieder viele Federn zurück. Da höre ich doch schon unser Baby. Falls wir hier runterfliegen sollten, ist alles nicht so wild. Denn hier kann man ja fliegen. Das ist das Schöne am Winter. Es war sehr trostlos im Moment. Gut, du hättest jetzt hier halt nicht nochmal Weihnachten bringen können, ne? Das war ja irgendwie dann so Zivilisation. Und hier ist es halt, wie es im Wald ist, im Endeffekt, ne? Im Wald ist halt ziemlich still im Winter. Da gibt's ja kein Weihnachtsfest. Tiere feiern ja kein Weihnachten, hab ich gehört. Es gibt tatsächlich einen überlebenden Robin Hood-Mensch. Gibt's hier was? Uh, einen Schädel. 57 Schädel haben wir. Was nicht rekordverdächtig ist, dann weiß ich's allerdings auch nicht. Nein, 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 nein. Im Winter ist das alles nicht mehr so leicht. Kein Gegner hier, weit und breit. Ja, so und hier gibt's jetzt was Gemeins. Die brauchst du? Oh mein Gott. Wie gesagt, nicht so schlimm. Denn da gibt's ja direkt wieder die Flugbladde. In jeder anderen Jahreszeit hätte mich das jetzt aufgeregt. Na baba. Beispiel. Wir genießen den Winter. So, direkt hier genau aufsteigen, hier auf Kasui. Aufsteigen ist so ein blödes Wort, ne? Bei einem weiblichen Charakter. So, aber ansonsten haben wir dann hier alles jetzt, ne? Mit dieser... Genau. Oh, Kamera des Todes. Ah. Oh, jetzt aber, jetzt aber heftig. Oh, hey. Gut, ich weiß ja, was die Kamera... Also, äh, gewollt ist natürlich, dass die Kamera einfach den Winkel... Also, die Kamera soll den Winkel eigentlich gar nicht töten. Kamera soll einfach verhindern, dass du, äh, an Orte... Also, dass die Kamera quasi... Dass Banjo komplett verdeckt ist. Dass die Sicht zwischen Kamera und zwischen Banjo komplett verdeckt ist. Das soll diese Kamera verhindern. Problem ist nur... Oh, guck mal, er ist aber ganz schön groß geworden. Guck mal, besuchen ihn mal. Hallo! Er hat ne Freundin. Tschöön! Hm, Eicheln. Er träumt wieder von Eicheln. Ah, er ist unverbesserlich, der Junge, nur am Essen. Jetzt fühl ich mich aber schuldig. Jetzt zieht sie ja ganz schön heftig da rein, ne? Dann überleben die schon. Haben ja Fell und ne Decke. Werden sich dann halt wundern, warum, äh... Warum denn jetzt... Warum das denn jetzt offen ist, ne? Ja, schön. Das sind Noten. Können es die letzten fünf, vier Noten sein? Sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Das ist gut. Leute, wir haben somit... Jetzt... Alle Noten in diesem Spiel gesammelt. Nicht nur in dieser Welt, Bottles. Nicht nur in dieser Welt. Ach, ist das ein befriedigendes Gefühl. Damit haben wir unseren ersten hundertprozentigen Abschluss. Hallo, Irie. Mensch, groß bist du geworden? Schau mir zu, wie toll ich fliegen kann. Ich bin jetzt ein ausgewachsener Ötler. Oh, ganz schön dicke Beine hat sie, ne? Wahlzeit. Ich habe eine Belohnung für dich, mein Freund. Hier ist sie. Tschüss. Wir sehen uns leider nicht wieder. So. Jinju und das von der Biene. So sieht das nämlich aus. Dann haben wir alles. Aua. Uh, nicht weiter rutschen. Wir haben dann wirklich alles, Freunde. Dann neigt sich dieser Abend langsam, aber sicher dem Ende zu. Äh, weltenmäßig natürlich, ne? Weltenmäßig. Ich muss natürlich noch was trinken vor dem großen Finale. Äh, Frühling brauche ich noch einmal. Ja. Ja, die Frühlingsmusik gefällt mir immer noch am besten. Das muss ich sagen. Und muss ich es zugeben. Jojo. Da sind sie wieder. Die schönen Vögel. Bis heute nicht, was die Sprungplatte bei Mumbo gebracht hätte. Aber gut. Aber da weg. Jo. Äh, da muss ich gar nicht hin. Warum springe ich denn jetzt da hoch? So, Mumbo. Letzter Auftritt für dich. Also, weltenmäßig. Eier kann ich auch nochmal mitnehmen. Wenn wir bestimmt ein Finale brauchen. 25 braucht der. Seht ihr? Wir haben jetzt noch genau 33 Schädel übrig. Ob ich jetzt irgendwo einen vergessen habe. Geschenkt. Aber wir haben alle eingesammelt, die wir haben. Und, äh, ihr seht. Wir brauchen mindestens 33 davon nicht. Was schon eine ziemliche Hausmarke ist. Warte mal, ist das Baby weg? Selbst das Baby ist weg. Nein. Und, äh, das ist noch ganz hoch hinauf. Irgendwo war's. Da. Der Biene tun diese Dinger hier nix. Vor der Biene haben sie Angst. Oder die, die bestäubt ja. Ich glaub, Bienen tören die eher an. Wollte da irgendwas, äh, Negatives dran sehen. Oh, die Blume ist aber groß. Selbst im Frühling. Und hier rein. Und hier müsste auch der letzte Jinjo sein. Und ich hab was vergessen. Leute, ich hab was vergessen. Machen wir im Anschluss. So. Wer gewinnt Bild? Spielerprofil. Jawohl. Find ich gut. Oh. Find ich gut. Alle Puzzleteile. Aber eine Sache fehlt noch. Wer hat aufgepasst? Wer hat aufgepasst? Ich hab gesagt, was findet man im Winter? Zwei leere Honigwarmen. Wie viele haben wir bis jetzt? Eine. Hört der Zwischenstand, wenn ich dran gedacht hätte. 50 Minuten braucht man für diese Welt ungefähr. Mhm. Aber jetzt machen wir erstmal den Bienenkram da, bevor wir da... ...bevor wir da irgendwas anderes machen. Und zwar müssen wir mit der Biene einmal komplett raus. Und ganz hoch hinaus. An die, soweit ich weiß, höchste Stelle im Spiel. So. Jetzt haben wir alles. Bis auf die eine leere Honigwarmen. Aber wo mag die denn sein, Leute? Wenn ich die jetzt schon nicht gefunden hab. Keine Sorge. Ich weiß ganz genau, wo die ist. Äh. Dauert nicht lange. Müssen wir nur einmal nochmal den Winter. Da können wir eh fliegen. Da ist das alles kein Problem. Mumbo-Maggie gleich aus. Ja, Bienen im Winter, das ist nicht so gut. Das verträgt sich nicht. Die Biene hat übrigens ein Comeback in Banjo-Tui. Mhm. Da seid ihr baff, was? Oh, da können wir sogar noch unsere Federn voll machen. Sehr schön. Es sind wir für das Finale. Oh, da ist noch einer. Der geht uns nicht durch die Lappen. So. Mal zu dem hoch. Und dann ist das folgendermaßen. Du musst hier hin. Das Fenster, wo du dich schon im Frühling fragst. Was ist das eigentlich? Wie komme ich da hin? Antwort Winter. Im Winter kommst du da hin. Und im Winter kannst du dann ganz smooth dort hoch. Und holst dir die letzte leere Honigbarbe. Jawohl, Freunde. Jawohl, 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 jawohl. Dann haben wir eine tatsächliche Zeit in dieser Welt von... 52 Minuten 52. Wenn das mal keine schöne Zahl ist. Ne, so nicht. Ups. Schön nicht. Leben will ich aber auch noch voll haben, wenn ich hier rausgehe. So haben wir alle Welten zu 100% gelöst. Und müssen jetzt nur noch das Finale machen. Äh, das ist da... Ah, guck mal da. Da haben wir aber noch eine Schwester. Die hätten wir jetzt fast vergessen. Und dann hätten wir nicht gewusst, um was es hier geht. Äh, was sie noch zu sagen. Liebstes Hobby. Ihre Pickel ausdrücken. Hobby Pickel ausdrücken. Sie war verliebt in Wilhirn. Wilhirn. Verliebt. Einen toten Frosch als Haustier. Also der Hund hieß Ripper. Und der... Und ein Frosch hatte sie auch als Haustier. Sie war verliebt in... Ne, in Ripper, habe ich auch schon gesagt. Ja, es wird mir schon alles wieder kommen. Ich muss mal gucken, ob ich... Frühstück... Ja, Schneckenzielewe Abendessen. Äh, Augen... Eiscreme. Ach, Tisch. So, jetzt gehen wir zum großen Finale, Freunde. Zu Grundtis Fun irgendwas. Fun 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 Fun. Willkommen in Grundhilder. Hier ist mein Name. Ich, das Spielen der Bär und die Vogeldame. Da steht der Held, der sich bis zum Quiz gequält. Jetzt geht es einmal hoch und noch her. Für die beiden wird es jetzt zu schwer. Keine Stimme mehr für Grundhilder. Locken wird in der Stube hocken. Mein kleines Quiz ist wunderbar. Und Toni bleibt für immer da. Der Weg ist lang und schwer. Euer Pech erfreut mich sehr. Bald nimmt ein Lama-Bad der Bär. Das Welt wird sicher legendär. Nun läuft er auf das Brett und drückt A. Dann wird es nett. Der Alte reimt ja härter als Kollegah hier. 15, äh, 15 silbige Rhymes. Äh, ich mag Kollegah nicht. Ich mag die aktuelle Rapszene eh nicht so. Aber deutscher Rap ist eh nicht so ganz meint. Ich hab früher mal was anderes gehört. Aber ja. Eine kleine Antwort betreffendes Spiel. Kannst du sehen, wie viele Pyramiden im Gobis Valley stehen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, die erste Antwort, die wir hier beantworten, ist falsch. Auf dem Umwurschädel. Ja, wie viele Fehlern waren da? Drei. Jö. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sag mir, wo das hier ist. Freezy Peak. Bleib mir gut im Gedächtnis. Weil wir diese eine Note nicht gefunden haben. Äh, ja. An der Terrasch Treasure Trove Cove an einem Ort ist kein Jinjo dort. In der Schatzruhe ist kein Jinjo. An den Orten war es. So, jetzt hier Musikrätsel. Sagen wir ganz ohne Hohn, aus welcher Welt stammt dieser Ton? Das ist Mumbus Mountain, freudig. Erklär die Felder on the fly. Sorry, ich rase hier gerade so ein bisschen durch. Tut mir auch ein bisschen leid. Mumbus Mountain, yes. Das ist ein Joker. Den Joker können wir verwenden, um Felder zu überspringen. Logischerweise. Warte schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Captain Bluber ist das? Mhm. Captain Browneye, der dreckige. Captain Bluber, der Hippopirat. Der Happy Hippopirat wäre auch witzig gewesen, ne? So, da sind halt immer die Orte, die man sieht. Dort ist immer irgendwas mit Klang und bei Banjos die normalen Sachen und bei der Uhr sind immer Sachen, die man auf gewisse Zeit erledigen, äh, über gewisse Zeit erledigen muss. Wenn du kein Gastrummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Plankers Cavern. Es ist dort unten, wo wir ihn befreit haben. Es ist, als wäre es gestern gewesen. Ja, sogar noch selbst ein Bild, der Klinker. Sei nicht so dumm. Wie heißen die Frösche im Bubble Club Swamp den düsteren Sumpf? Sticktop, Stickops? Nein, keine Ahnung. Gute Frage. Der Blubberblasenfisch in Klinkers Cavern. Der Zahne, wie war sein Name? Blub. Na, ich wusste, dass es noch sinnvoll wird. Das überspringe ich. Da habe ich eben, wie gesagt, kein Lust drauf. Meine Unterwäsche ist nicht neu. Ich würde mich an welche Designer freuen? Äh, Giftgelb gesprinkelt. Das weiß ich noch. Das überspringe ich auch. Da habe ich keine Lust drauf. Will nicht instant sterben. Sagen wir sofort, die Melodie erklingt. An welchem Ort? Im Bienenstock. Yes. Welcher Gemüsebild zeigt im Spiral-Maut nicht. Also, Kartoffel. Kartoffel gibt es keine. Yes. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Das ist auch Klinkers Cavern. Das ist da, wo wir durchgenudelt sind. Und, äh, ich weiß sogar noch, da haben wir uns gerade drüber unterhalten, dass er putzige Augen hat. Mhm. Das war eine echte Hatz. Bei welchem Wettbewerb gewann ich den ersten Platz? Äh. Stinkgesocken. Miesmacher. Boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, das war falsch. Warten mal die Hobby. Sag es mir heute, wie kommt Hilda Partygäste erfreut? Sie trinkt aus der Toilette. Das ist nämlich ihre Party-Marotte. Joker-Time. Eine Frage kommt mir in den Sinn. Was ist denn Rusty Bucket Bay im Kran in der Kiste drin? Oh, ich darf schon, ich hab schon kurz geschwitzt. Warte schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Das war Nabnut, ne? Warte schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Das ist hier die Hand. Das müsste... Müde Geist. Nepper. Nepper ist das. Das ist ja der Einschläft, den wir das Puzzleteil quasi rausgeschnitzt haben. Wir sind nicht vor Gericht. Doch was findet man im Keller von Mad Monster Menschen nicht? Puzzleteil, Jinju, Rote Feder. Ah, Rote Feder. Haben wir nicht gesehen. Wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Mad Monster Menschen. Und zwar in der Kirche. Wir haben die Kirche im Dorf gelassen. Mit Motshand. Ja. Machen wir jetzt keine Zähne. Womit putze ich meine Zähne? Um stinkendem Käse. Nein, Matsch. Es war Matsch. Es war Matsch. Das war die allererste Frage, die wir hatten. Mist, zu schnell. Sage mir, Schwind, welche meine liebsten Farben sind. Grün. Da klingelt es. Auch falsch. Ist aufgepasst. Ich habe den besten Hexenbesen. Wie schnell bin ich damit gewesen? Oh. Ja, ich nehme noch. Gott sei Dank. Es war glücklich. Sei nicht so dumm. Wie heißen die Frösche im Bubble Club? Von dem düsteren Sumpf. Tops waren es nicht. Stippies, Flipies. Flipies, ja. Was überspring ich? Habe ich keine Lust drauf? Hm, wenn du kein ganz dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Äh, Treasure Trove Cove und zwar in Captain Blubbers Schiff. Welche Kreatur bringt dich an der Treasure Trove Cove in Positur? Das war eine riesen Krabbe. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir kriegen diese Joker nicht. Wer meinen liebsten Trunk nicht kennt, der hat das halbe Spiel verpennt. Rattenmilchshakes war was mit Ratten. Es war ein Cocktail, verdammt normal. Es war nur ein Cocktail. Wo ist das Cocktail? Heute wird es donnern mit Gerumpel. Wer war in der Schule? Mein bester Kumpel. Klapperschlange. Was trage ich wohl unter meiner Kluft? Du frecher kleiner Schuft. Ein Sommerlätzchen. Jetzt ist aber Volltrefferzeit hier, oder was? Wenn du mich siehst, am Zeitungsstand. Welches Blatt habe ich in der Hand? Oh. Ey, ich will ja nicht kaputt gehen bei ihr. Welcher ist mein Lieblingsduft, du kleiner Schuft? Ein einziges Schlangenfitz. Damit habe ich es gekriegt, ne? Warte, schnell, wird es eigentlich bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Das Bogi. Bogi, der Polar, ja. Bozo, der Seehund, ey. Die muss ich jetzt machen. Oh. Willst du echt noch jetzt einmal hier deine Revanche haben? Ah. 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 Ja, hier wechselt der verdammt schnell. Kann ich auch zu meinem Vorteil nutzen, natürlich. Ich will dich jetzt vernaschen. Rot, 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 rot. Rot da. Das will ich. Das will ich alles. Danke. Das will ich noch mal machen müssen, ne? Das ist... Boah, das ist noch eine Qual. Hier die noch und dann haben wir es. Komm. Und da haben wir es. Boah. Übel. Eine Grundhüterfrage muss noch sitzen. Was pflanzt du in den Boden im Wald, damit deine Pflanze erwächst im Wald? Blaue Eier. Verspringe bitte. Womit wasche ich mein Haar? Das wird so wunderbar. Hm. Ja. Und... Finish. Ja. Wenn wir das nicht mal gerusht haben. Mehr langsam hier das Unheilsschwan. Das hatte ich nicht eingeplant. Ich trebte nur nach dem Gewinn. Nichts anderes hatte ich im Sinn. Aus diesen Preisen könnt ihr wählen. Ich werde die Treppe hinauf mich quälen. Mich niemals jemand fangen kann. Schaut euch lieber den doofen Abspann an. Ja. Kasui, was meinst du? Welchen Preis suchen wir... Ja, für uns jetzt aus? Nimm mich, nimm mich, nimm mich, nimm mich, mich. Wie wäre es mit diesem komischen Ding? Äh, wir könnten auch Tutti nehmen, oder? Die meine ich doch. Kasui. Banjo, können wir jetzt nach Hause gehen? Ich habe für heute genug Abenteuer erlebt. Klar, lass uns hier verschwinden. So. Und während dieser Abspann jetzt läuft, werde ich jetzt ganz kurz mal eine Pinkelpause machen. Ihr könnt euch jetzt den Abspann angucken. Und wir haben leider noch nicht genug Abenteuer. Wir sehen uns nach dem Abspann wieder. Allerspätestens in fünf Minuten. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Okay, das ist ein Wettbewerb. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Puh, so. Da bin ich wieder. Ich glaube, das wiederholt sich ab in einer gewissen Stelle. Ich glaube, das kann man einfach nur mit A wegdrücken sogar. Das ist gar kein Problem. Oder mit B. Und die Cutszen kommt jetzt nicht, oder was? Weiterhin offline spielen. Sechs Stunden, drei Minuten. Jesus. Also anscheinend gittert. Gut. Die Cutszen habe ich dann wohl jetzt verhunzt, weil ich B gedrückt habe statt Start. Aber das macht ja nichts. Muss ja niemand irgendwie sehen, ne? Dann noch einmal ganz nach oben. Das heißt, wir nehmen noch einmal unseren schönen braunen Kessel hier. Den original mega coolen Kessel. Ach ja. Und dann bringen wir das jetzt zu Ende, dieses Projekt. Schon heftig, ey. Gut, es zieht die Pause ab, gell? Deswegen ist es ein bisschen verfälscht. Äh, ja. Ach ja. Aber bisher hat es auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wirklich wahnsinnig viel Spaß. Dass man das ja nicht jedes Mal wieder machen muss. Noch nie da rechts auf dem Brett langgegangen. Ich habe bis zu nie den Sinn hinter dem rechten Feld da gesehen. Wenn ich ehrlich bin. So, da sind wir doch auch schon. Jetzt kann man natürlich nicht mehr so viele extra leben. Der letzte Kessel. Der einem nur dann etwas bringt, wenn man nicht die 100% hat. So muss das. Nebenan ist der Raum, mit dem normalerweise Grundhilder und Tutti stecken. Aber ja, so nicht. Bald wird dem Bären der Pelz verbrannt. Und jetzt hier kommt es tatsächlich auf alle Noten an, die wir jeweils gesammelt haben. Denn diese letzten Türen lassen sich nur mit den letzten Noten öffnen. Und auch noch vier letzte Puzzleteile müssen wir einsetzen. Denn mit diesen vier letzten Puzzleteilen schalten wir quasi die doppelte Energie frei. Geil, nicht wahr? Dann kann da nichts mehr schief gehen. Wie ihr schon in dem anderen gesehen habt, wir haben so eine dicke rote Feder gehabt. Natürlich gibt es hier jetzt von allem etwas. Und da können wir das quasi für den Endbosskampf immer wieder auffüllen. Gehört einfach auch zu den 100% irgendwo dazu, ne? Auf geht's! Puh, was für ein ekelhafter Gestank! Oh, Besuch verdient, Gott! Ich liebe Besuch! Ein Wunder, dass dich überhaupt jemand besucht, Stinke Kessel! Äh, was meint der komische Vogel? Äh, sie wollte nur wissen, wo wir die Hexe Grundhilder finden. Oh, das weiß ich ganz genau! Wenn ihr die Eisehäßliche aus dem Spiel gräumt, bin ich endlich frei! Schweige still, du armer Tropf! Ich hasse diesen Topf! Ist das Spiel hier erst vorbei? Koch ich in dir Spinnenbrei! Keine Panik, Dingport! Wir, wenn wir sie erstmal gefunden haben, wird sie den Mund nicht mehr so weit aufreißen. Das hört sich super an! Springt hinein! Ich schieße euch hinauf! Zu ihr, viel Glück! Hineinspringen? Niemals! Den Gestank werden wir nie mehr los! Kazooie, wir haben keine Zeit zu verlieren. Jetzt treten wir der Hexe in den Hintern. Auf geht's zum Finale, Freunde! Wow! So ein lächerliches Paar sehe ich nicht jedes Jahr! Kämpfe nur, du dover Bär! Mein Sieg wird sicher legendär! Das denkst auch nur du, glaub mir! Hab dich schon so oft besiegt. Du hast keine Überraschung mehr für mich parat. Ab und zu stoßen sich dann hier. Kannst du hier eine mitgeben? Ich rede nicht so viel herum, aber irgendwas läuft hier dumm. Ich versuche jetzt diesmal im Kampf alles noch mitzulesen. Ist mir ja am ersten letztblick nicht gelungen. Zack! Passt du, Alter! Das ist das Geräusch einfach. Bist du eigentlich die nächste Phase auch losgehen langsam, oder? Nee, tatsächlich noch nicht. Irgendwann hat er keine Luft mehr im Teppich, würde ich es fast sagen. Mit dem Besen. Jetzt. Jetzt geht er die Luft aus. Und jetzt kommt der Zauber, der Mach so viel Macht, mein Herz, voller Hass und Macht, Kraft! Den kannst du nur so abwehren. Im Optimalfall wünschst du halt dafür dann genau eine Feder. Die zielt leider nicht so schlecht. Ich glaube, wir hier wechseln müssen. Jetzt hat sie mich getroffen. Das ist natürlich blöd. So, die Phase kannst du eigentlich relativ schnell beenden, wie ihr seht. Äh, muss halt nur noch dranbleiben. Und vor allem, darf sie sich nie von vorne erwischen. So. Jetzt kannst du quasi böse kontern, wenn du schneller bist als sie. Bam. Ja, gib doch jetzt aufhör, Kopf. Aua. Einen brauchst du noch. Nee, der war schlecht. Der war, der war mies gewesen. Der hätte mich böse treffen können. Er macht du nur noch mit deinem Zauber. Nicht schlecht, Benjo. Zeige deine Flugkünste und füge die alte vom Himmel. So, dann hauen wir die alte mal um. Wo sie denn? Da ist sie. Oh, daneben. Fast noch abgestürzt. Das wäre ganz böse in die Buchse gegangen. Äh, we. Schießt man nicht auf uns. Warum schießen du auf uns? Der direkte Sturzflug ist kacke. Oh, direkt hier gegen die Backe. Oh, da war auch gereimt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nur meckern die Alten hier, ne? Oh je. Bin ja übrigens noch nie abgestürzt. Hoffen wir, dass das nicht passiert. Ja, gar nicht. Bam, Junge. Hint dein Gesicht. Ja, das war ja eine Frau, ne? Aua, hey. Tja, so geht das böse Spiel. Spaß habt ihr nicht viel. Oh, hey. Selbst wenn ihr seht, es ist für euch zu spät. Ja, für mich ist es wirklich zu spät. Aber egal. Das schaffen wir jetzt auch noch. Ist gar nicht in Frage. Also so. Da kannst du halt noch in der Luft schießen. Was auch ganz cool ist, gegen die. Also, nicht in diesem Spiel. Aber generell. Bam. Da ist die Wabe gefallen, glaube ich. Ja. Bin zwar nicht die Jüngste mehr, doch dieser Schild hier hilft mir sehr. Leider hat sie recht. Jetzt zielt sie ganz extrem gut. Zielt sie dorthin, wo wir stünden, wenn wir weiterlaufen würden. Die böse Hexe, hau ab. Ihr Miesen, kleinen Wichte, bald seid ihr Geschichte. Hint ihr? Die, Grundhüter, die. Zeigen wir jetzt mal, was eine Hake ist. Hint ihr? Hint ihr? Hint ihr? Wo bleibt denn hier der Respekt? Mein Rücken war ungedeckt. Machen wir direkt weiter. Jo, da hau mal weg hier. Muss der Besen, der Besen müsste es jetzt eigentlich langsam kosten. Wenn ich mich richtig sage, ich meine. Ja. Das war dein Besen. Meine Chancen sind versandet auf den Boden hier gestrandet. Ist auch nur noch Quatsch vor. Da mach du nur. Ich bin der Chinchonator. Aktiviere mich. Ich lasse mich ungern irritieren. Den Typen werde ich frittieren. Das war ganz flott hier. Wenn das mal nicht rekordverdächtig schnell war mit dem Chinchonator. Ich muss einen Schluck trinken jetzt. David britt der Controller. Hab ich ihn auf eine Holzbäsche gelegt zum Trinken. Das war nicht so gut. Der Chinchon, der gab mir den Rest. Ich wünsche euch die Pest. Jo. So. So haben wir's. Das tut dir nicht gut, wa? Otsch. Ah. Ah. Er ist so schwer. Das kann nicht mein Schicksal sein. Klungo, befreie mich von diesem Stein. Da sind sie halt am chillen. Machen alle Urlaub. Alle Urlaub. Ja. Sogar Käpt'n Blubber freut sich wieder. Dann fährt er jetzt Ski. Äh, Ski. Jet Ski. So. Ski. Jet Ski. So macht das Sinn. Die trägt ihre Melonen am Strand vorbei. Ah. Wunderbar. Zeit zum Ausspannen. Nicht wahr, Schwesterherz? Klar, du und Kasui seid nun echte Helden. Hast du das gehört, Kurzer? Ich bin ein Held. Ein Star. Okay, du warst ganz gut, Kasui. Danke, Brillenschlange. Genug jetzt. Lasst uns einen Blick auf den Abspann werfen. Und diesmal drücke ich den auch definitiv nicht weg. Macht euch mal keine Sorgen. Oh, ich werde jetzt den Abspann nutzen, um mal noch ein paar Worte zu sagen. Ah. Mensch, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt richtig K.O. Ich werde jetzt meine Zähne bodern und dann werde ich nach hinten ins Bett fallen. Ähm, wie viel Zeit haben wir jetzt hier verbracht quasi? Drei Stunden, sechs Stunden, sechs Stunden und 38 Minuten bisher. Das Stream an sich so lange ist gar nicht so schlimm. Das Problem ist die Uhrzeit. Ich bin halt nicht so der Nachtmensch tatsächlich im Moment. Ich war mal ein Nachtmensch, als ich noch viel nachts gezockt habe. Aber im Moment, im Moment bin ich eher so der Ausschlaf und braucht seine Ruhe, Mensch, wisst ihr? Aber es war mega cool. Es war, also, danke an die Leute, die auf jeden Fall noch da sind, falls denn welche da sind. Fühlt euch begrüßt, ja, spürt meinen Winker. Ich winke in eure Richtung, jetzt genau in dem Moment. Moment, okay, jetzt könnt ihr zurücklegen. Ja, okay, Moment, verpasst. Gut, perfekt. Jawohl, und dann sehen wir hier nochmal alle Welten quasi, die wir so hatten. Und im ersten Abspann war ich ja nicht da, das war ein bisschen langweilig vielleicht. Ähm, ach, guck mal da, der Somtus ist da. Grüße. Er ist ja tatsächlich auch noch da. Zu jedem Stream einmal kurz dabei, hat er gesagt, und jetzt ist er tatsächlich nur einmal da. Krass. Das ist cool. Das ist, äh, selbst für mich eine richtig schöne und coole Überraschung. Mensch, danke, dass du eingeschalten hast. Oh, ich bin jetzt aber langsam richtig kaputt und richtig müde. Oh, oh, weil wir es auch gehört haben. Ähm, noch zum Thema Upload auf YouTube, ob ihr euch das Ganze am Stück ansehen könnt. Keine Ahnung, ich glaube, YouTube hat irgendwie so einen 4-Stunden-Counter oder sowas, also die, die nehmen irgendwie nur 4 Stunden oder sowas auf. Ich weiß nicht, ob die das splitten, ob die das abschneiden. Weiß ich nicht, ich hoffe, ich sie piek, ne? Schrecklich, die eine Note, das war, das hat uns böse nach hinten geschmissen von der Zeit. Ich glaube, wenn er locker 10 Minuten oder so früher fertig sein können, wegen der einen Note da in den blöden Baum direkt an den Stamm. Ah ja, so ein Slush. Ja. Das hätten wir locker geschafft. Aber jetzt sind wir am Ende der Reise angekommen, Mensch. Alles in einer Session durchgespielt. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt an einem Stück durchgespielt habe und ich habe es mit euch durchgespielt. Und mit denen, die natürlich schon im Bett sind. Ich hoffe, sie schlafen schon sehr gut. Was man am Anfang auch welche dabei, ja. Die ganzen üblichen Verdächtigen. Der gute Joe, der Snobbit war dabei. Hier, Sontos war jetzt dabei. Dann hier, lass mal gucken. Kann ja hochscrollen. Hovoyo war dabei. Natalie, meine Schwester war dabei. Daniel war dabei. Natürlich wieder. Raxi, da es war am Start. Tim Tendo hat sehr viele gute Tipps. Er hat mir hier zum Beispiel mit zwei Schädeln geholfen. Das war super. Konne ich auf jeden Fall was mit anfangen. Jetzt ist meine Stimme aber ganz schön durch. Ja, viel mehr ginge da jetzt auch nicht. Ja, krass. Einfach nur krass. Zukünftig auf diesem Kanal, so wie jetzt, ja, wenn ich Bock habe, ansonsten nix tägliches oder so. Vielleicht starte ich mal irgendwann wieder so ein Let's Play. Aber dann halt ohne große Werbeaktionen und Marketingzeug drumherum. Ich habe ja erklärt, warum ich eigentlich auch aufgehört habe damit. Stream an sich, so wie heute, macht mir eigentlich mehr Spaß. Und das aber auch nur dann, wenn ich Lust drauf habe. Ich bin echt froh, dass ich nicht mein Geld damit verdiene. Das wäre mir, glaube ich, echt zu stressig, das jeden Tag irgendwie so durchzuziehen. Ich muss mir noch kurz einen Schluck Wasser gönnen. Ich gönne mir gleich einen Schluck Wasser. Ich gönne mir jetzt einen Schluck Wasser. Völlig egal. Mumbo hat geheime Bilder. Geheime Bilder? Cool. Bilder zeigen Sachen, die ich verwende in nächstes Spiel. Hast du gehört, Kasui? Sie machen noch ein Spiel mit uns. Zeige uns deine Bilder, Knochenköpfchen. Hier finden alle 100 Puzzleteile. Klar, haben wir Mumbo. Zeig uns deine Geheimnisse. Schaumschläger. Bilder zeigen Dinge, die ihr nix gefunden nehmen für ein neues Spiel. Banjo-Kazui, Schraube locker. Ursprünglich war das übrigens an der Stelle Banjo-Tui, was viel besser war. Klingt super. Zeig mal her. Ja, klingt viel gut. Hey, ich bin besser auch drin, kurzer. Banjo-Kazui, Schraube locker, lässt Banjo-Kazui wie einen Witz aussehen. Mumbo zeigen Bilder von Zeug in neuem Spiel. Hier, sieh an. Na ja, geht, ne? Also, Schraube locker ist wohl eher der Witz. Also, es ist halt kein Banjo, ja. Das Spiel an sich vielleicht mit einer anderen Marke wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Aber du nicht. Wir haben vor, wir müssen bis Spitze klettern, ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. So, und der Witz ist jetzt eigentlich auf der N64-Fassung sieht man tatsächlich auch die Eier. Aber hier, passt mal auf, hier stürzt er ab. Total schlecht einfach, oder? Keine Ahnung, warum hier das gemacht hat. Oh, die Noten schon wieder hier in dieser Welt, ne? Ja, hier gab's den Eisschlüssel. Der war alles nicht mehr gesehen, weil das speichert ja das System alles komplett, wie gesagt. Ein riesiger Eisschlüssel, aber sie wüsste, wo sie denn hinsteckt. Doch, Kasturie, den verstehe ich bis heute nicht. Ich glaube, der ist auch einfach nicht so witzig. Eigentlich nur vier Noten. Ja, die Eier und die Schlüsselkasturie, die brauchst du in Banjo-Tui, um die ganzen Sachen freizuschalten. Hier, Multiplayer-Charaktere und so weiter. Schraube-Locke hast du halt hier diese Autoteile, aber das ist halt... Ja, reden wir nicht drüber, ne? Wow, tolle Bilder. Erzähl uns mehr. Momo nix verraten. Ihr findet heraus in Banjo-Kazooie-Schraube-Locke. Ja, ich finde es nicht mehr raus in Schraube-Locke. Das Spiel werde ich nicht mehr anfassen. Hat mir nämlich gar keinen Spaß gemacht. Die Bastelei und so weiter, das war ganz cool. Das Problem ist, dass du halt die Welten hast. Du hast dann Missionen in den Welten und du kannst dich sonst nicht frei bewegen in den Welten. Uncool. Dieser Feld ist so schwer, aber ich muss meine Hörbinnen retten. Befunden habt ihr alle Puzzleteile. Beim nächsten Mal. Da gibt es Keile. Jo, und dann würde ich sagen, Leute, machen wir direkt weiter, ne? Ich lege mal kurz Banjo-Tooie ein und dann geht's weiter. Hier genau am Stück weiter so, äh, weiter, ne? Weiter. Ich habe jetzt oft genug weiter gesagt. Und, äh, nein. Leute, ich gehe jetzt in mein Bett. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch. Ich danke den Leuten vor allem, die seit Anfang an dabei sind, falls es irgendwelche gibt, die von Anfang an dabei waren. Und, äh, wünsche dem Rest eine gute Nacht. Ein schönes Restwochenende. Morgen ist Samstag. Macht was Schönes. Ich mache auch was Schönes. Und, äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, wann das sein wird, wenn ich wieder Bock habe. Und, äh, es war mir eine Riesenfreude, das hier am Stück durchzuziehen. Es hat funktioniert und jetzt bin ich K.O. Also, dann sage ich jetzt nicht nur bis zum nächsten Mal und ciao. Ich sage, gute Nacht, Leute. Haut rein.